Gut, alles klar. Willkommen zurück sozusagen. Ich hoffe, ihr konntet euch einen kleinen Moment erholen von den spannenden Fishing-Geschichten von der IHK. Wir haben jetzt ein kleines Podium vorbereitet, wo wir uns wie die ganze Zeit quasi dem Thema Sicherheit auch ein bisschen annähern wollen. Und das Thema ist Sicherheit im Wandel. Und dazu haben wir uns drei Referenten eingeladen, die jeweils auch Fachbereiche abdecken. Wir haben einmal Bishan Kaffenberger, der ist Sprecher für Digitales und Innovation und Kultur und Wissenschaft, wenn ich das richtig weiß, von der SPD-Landtagsfraktion. Genau. Dann haben wir Dr. Steven Arzt, der arbeitet beim Fraunhofer SIT im Rahmen vom Athene-Forschungsverbund und leitet da Secure Software Engineering. Ja, richtig. Genau. Und außerdem haben wir Pascal Peinecke, der uns neben der politischen und der akademischen Perspektive so ein bisschen die Praktische reinbringt. Stand heute Morgen Platz 19 von Hack the Box. Und der wird uns, ja, wie gesagt, den praktischen Anteil beitragen. Außerdem darf ich an dieser ganzen Debatte auch ein bisschen teilnehmen und achte aber vor allen Dingen auf die Zeit. Genau. Sollen wir den Tisch vielleicht wegnehmen oder wollt ihr den haben, weil sonst wirkt es vielleicht ein bisschen offener? Alles klar. So, wir beginnen direkt mit der ersten Frage. In den letzten Jahren gibt es da Entwicklungen, Gibt es Tendenzen im Bereich der IT-Sicherheit, die hervorstechen oder wo man sagt, wo geht es hin? Wird es mehr? Wird es weniger? Wird es schlimmer? Wird es leichter? Steven, bitte. Ja, da gibt es verschiedene Aspekte, die man betrachten kann. Das erste ist erstmal der Bereich der Angreifer. Was wir da sehen ist, das wird professioneller. Also wir haben jetzt eine ganze Reihe auch staatlicher Akteure, die aktiv sind, deutlich offensiver aktiv sind. Wir haben auch eine weltpolitische Lage, in der sich solche Angriffe dann einfügen. Ich denke, die Länder müssen wir jetzt nicht explizit nennen. Da können sich die meisten was darunter vorstellen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch deutlich professioneller agierende, ja, gewerbliche Akteure, die versuchen damit einfach Geld zu verdienen. Also Stichwort große Ransomware-Attacken, die dann eben auch sauber durchgezogen und nicht Skriptkiddy-Niveau sind. Auf der anderen Seite haben wir bei den Targets mittlerweile eine Vielfalt. Also wir sehen das auch im Gesundheitswesen, Angriffe auf Krankenhäuser und ähnliches, wo vielleicht früher das ein bisschen weniger war und man gesagt hat, naja, ein Angreifer sagt, vielleicht wenn ich jetzt ein Krankenhaus erwischt habe, mache ich mal langsam. Das ist definitiv nicht mehr so. Und dann noch das Thema Regulatorik. Die EU zieht ja jetzt gerade mit einer ganzen Reihe regulatorischer Anforderungen nach. Sei das jetzt die NIST II für kritische Infrastrukturen oder sei das jetzt der Cyber Resilience Act in der Breite für alle Produkte mit digitalen Elementen. Das heißt, als Hersteller bin ich jetzt auch für meine Cybersicherheit zumindest bis zu einem gewissen Grad haftbar mit Strafen, die ähnlich sind wie die DSGVO. Das heißt, da habe ich auch ein gewisses Incentive, zumindest bei diesen regulatorischen Anforderungen nachzuziehen. Also Stichwort Mindestsicherheitsanforderungen, die der CAA da aufmacht. Gut, da war jetzt eine ganze Menge Antwort drin. Ich würde das mal direkt weitergeben an Bijan. Du hast mir nämlich in der Vorbereitung davon erzählt, dass gerade die Infrastrukturangriffe auch bei euch ein großes Thema sind. Bitte. Ja, du sprachst es an. Also Steven hat es auch gesagt. Das Thema kritische Infrastruktur ist natürlich für uns in der Politik ein ganz besonders wichtiges, weil das Erste, was, glaube ich, Menschen von Politik erwarten, ist, dass sie, ich sage mal, die Daseinsvorsorge sicherstellen, die Grundbedürfnisse, dass irgendwie Krankenhäuser funktionieren, die Wasserversorgung, die Energieversorgung der ÖPNV. Und wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen, sei es der Ausfall der Windenergieanlagen, kurz nach Beginn des Russischen Angriffskrieges, sei es aber auch jetzt bei uns in Hessen beispielsweise der Heck auf das Uniklinikum in Frankfurt. Das sind alles Dinge, also die Einstiege kommen näher. Ich habe auch bei mir in Darmstadt das mit der Intega beim Energieversorger erlebt. Okay, die waren jetzt nicht im eigentlichen Energiebereich, aber die waren natürlich davor in dem ganzen Kundenbereich. Natürlich sind das getrennte Netze, aber es bedeutet schon, dass die Menschen da draußen differenzieren an der Stelle ja nicht. Sind die jetzt im Kernnetz bei der Energieversorgung oder haben die nur meine Kundendaten, wenn die auf einmal nicht mehr in ihr Kundenportal zugreifen können oder schräge E-Mails bekommen von ihrem Energieversorger, sind die verunsichert. Und darauf müssen wir reagieren. Und wir leben eben in Zeiten großer Verunsicherung, multipler Krisen. Und gerade wenn wir dann gleichzeitig politisch, was auch notwendig ist, eben im Propagieren, dass wir mehr Digitalisierung brauchen, gerade in der Verwaltung, einfach um Dinge effizienter zu machen, um den Fachkräften mal entgegenzuwirken, da haben die Leute natürlich gleichzeitig auch Sorgen, dass diese zunehmende Digitalisierung eben weitere Einfallstore bringt. Und deswegen werbe ich immer sehr dafür, dass wir mit zunehmender Digitalisierung der Verwaltung und der öffentlichen Hand auch gleichzeitig das Thema Sicherheit nicht vernachlässigen und da im, ich sag mal, im gleichen Maße mitwachsen. Da so ein bisschen im Anschluss würde ich dich, Pascal, gerne fragen. Was sind so Sachen, die dir in den letzten Jahren aus... Also du machst das ja zum einen Ethical Hacking gegen im Prinzip die Maschine. So, das sind keine echten Ziele bei Hack the Box, sondern da arbeitet man gegen vorgefertigte Computer oder gegen Gegner auch mal. Ich bin da jetzt nicht ganz so tief drin, aber hast du denn auch in der echten Welt Erfahrungen sammeln können oder mal was gesehen oder ist dir mal was aufgefallen, hast du vielleicht mal sogar ein Disclosure-Verfahren oder ähnliches gehabt, wo du Infrastruktur gefunden hast? Aktuell tatsächlich noch nicht. Ich wollte wahrscheinlich zugehörig an Bug-Bounty-Programmen teilnehmen. Da kann man dann auch in der echten Welt Schwachstellen finden, diese ausnutzen, dann kann man dies reporten und kann auf ein Bounty einsammeln, was natürlich gerade der Firma sehr gut hilft, weil im Endeffekt können so Hunderte von Tausenden von Eckern weltweit quasi die Infrastruktur testen und werden dafür entlohnt. Und auf die Weise können Firmen quasi, naja, mehr oder minder ihre Pen-Tester outsourcen, die das dann noch nebenbei neben der Arbeit dann machen. Und so kann man dann auch in der echten Welt auf jeden Fall gute Erfahrungen sammeln. Aktuell habe ich diese leider noch nicht. Ich habe aktuell nur auf CTF-Plattformen wie Hack the Box zum Beispiel oder Track me Erfahrungen gesammelt. Und ja, das ist so das, was ich bisher gemacht habe. Ich habe auch schon eigene Tools entwickelt, aber richtige Pen-Testing-Erfahrungen in der echten Welt noch nicht gesammelt leider. Und wir bleiben da direkt bei dir. Und ich würde da so ein bisschen in das zweite Thema reingehen. Du bist da der, wahrscheinlich ist ja Hack the Box ein bisschen, ich sage mal, aktueller als das, was dann in der echten Welt an Sicherheitsmaßnahmen diskutiert wird. Da sind ja schon die aktuellsten Sicherheitslücken, die man so kennt, werden da als Labs hingestellt. Was ist das denn im Moment gerade? Was ist denn gerade im Moment das, wo Einfallstore da sind, wo Angriffsvektoren bestehen? Also im Grundeffekt der Nummer eins Angriffsfaktor, es gibt nur zwei Nummer eins Angriffsfaktoren. Zum einen haben wir Phishing, was ganz klar ein sehr wichtiges Angriffsfaktor ist. Einer der wichtigsten überhaupt. Und zum anderen Active Directory. Gerade im Active Directory, quasi jede Firma hat ein Active Directory. Und jede Firma hat ein Windows-Netzwerk. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, dort Schwachstellen auszunutzen. Es gibt super viele Wege, auch sich durch das AD zu bewegen. Und quasi von Server zu Server, quasi, ja, man spricht davon, ein Foothold zu bekommen, also quasi den Fuß in die Tür zu bekommen. Man kann dann einen Nutzer kompromittieren zum Beispiel. Und der hat dann vielleicht Rechte in eine andere Gruppe. Und der kann dann möglicherweise zum Beispiel das Passwort eines anderen Nutzers resetten. Und so kann man sich sehr weit im Netzwerk bewegen. Und deswegen würde ich sagen, ist gerade Active Directory sehr, sehr wichtig im Kommen. Auch gerade zum Beispiel bei der OSCP-Zertifizierung ist es auch neu dabei. Seit jetzt mittlerweile zwei Jahren, meine ich. Weil auch die Leute gemerkt haben, ist es super wichtig, dass die Leute auch da gerade auf dem meisten Stand bleiben. Ja, das sind so die wichtigen Sachen, würde ich sagen. Wie ist das im politischen Diskurs? Taucht bei euch, also ich meine, du bist der Sprecher für Digitales, taucht bei euch in der Debatte dieses Thema auch auf? Also was können wir tun, um jetzt konkret auf AD oder auf irgendwas einzugehen? Oder seid ihr da weiter oben? Ich glaube, dass wir weniger jetzt, ich sage mal, konkrete Angriffsvektoren bewerten im politischen Bereich und sagen, da müssen wir mehr tun oder da weniger. Unsere Aufgabe ist es, glaube ich, so ein bisschen die Digital Literacy in den entsprechenden Gruppen zu stärken über verschiedene Methoden. Also jetzt kann ich in die Bildungspolitik reingehen, aber wir sind natürlich am Ende verantwortlich für beispielsweise die Kommunen. Oder wir sind auch beispielsweise mitverantwortlich dafür, dass wir gerade kleine und mittelständische Unternehmen nicht alleine lassen, die natürlich anders als Großunternehmen keine eigene große IT-Abteilung haben. Und da hat Steven ja auch schon was Richtiges gesagt. Ja, die EU ist seit der NIS und jetzt mit der NIS II natürlich unterwegs, dort auch auf europäischer Ebene einen Rechtsrahmen zu schaffen. Das wird dann im Bund umgesetzt, auch wieder über entsprechende Gesetzgebungen und kommt natürlich auch runter bis auf die Landesebene. Wir haben auch in Hessen ein sogenanntes hessisches IT-Sicherheitsgesetz, das HITSIG muss natürlich dann auch, ich sage mal, novelliert werden, weil am Ende, wir müssen das auch in Landesgesetzgebung umsetzen. Und das sind eben Prozesse, bei denen es wichtig ist, gerade mit den kommunalen Akteuren zu sprechen. Wir haben gerade in kleinen kommunalen Verwaltungen, die ja auch immer wieder Opfer von solchen Attacken werden, einfach noch jede Menge zu tun. Und das ist am Ende eine Aufgabe, die nimmt im Land niemand ab, weil dafür ist das Land eben verantwortlich für die Kommunen. Da kann auch kein Bund, keine Europäische Union direkt darauf zugreifen. Und deswegen ist quasi die Stärkung der kommunalen IT-Sicherheit auch mit einem kommunalen IT-Sicherheitszentrum, was wir haben, das beim Hessen 3C angesiedelt ist. Die beraten die Kommunen, die nehmen die mit und die unterstützen die vor allem bei dieser Implementierung der neuen Standards, weil es ja bei weitem noch nicht so weit ist, dass dann immer alles sofort und vollumfänglich auch entsprechend der Standards umgesetzt ist und die ISO-Zertifizierung auch noch nicht in allen Bereichen reicht. Also da gibt es einfach viele Baustellen und da müssen wir gerade kleinere Kommunen einfach stärker unterstützen. Man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen, ich sage mal, einer fancy Zero-Day, die irgendwo genutzt wird und den, sagen wir mal, wirklich Fundamentalproblemen, die wir oft genug noch sehen. Ich war jetzt letztens erst beim Bitkom und wir haben mal so in größerer Runde diskutiert, was eigentlich die CAA-Anforderungen für die Unternehmen bedeuten. Da sind so Sachen dabei wie, ich brauche ein Coordinated Vulnerability Disclosure, das zu haben wird gesetzt. Und jetzt habe ich einen Sensor zum Beispiel als Hersteller mal entwickelt. Ich produziere den die nächsten zehn Jahre lang. Das Entwicklungsteam ist aber, nachdem quasi die Entwicklung abgeschlossen ist, aufgelöst, weil jetzt ist der Sensor ja in der Produktion, der wird ja nur noch hergestellt. Jetzt meldet mir einer so eine Vulnerability. Naja gut, die sind alle auf neue Teams verteilt. Die Hälfte ist in Rente, die andere Hälfte hat andere Projekte. Die Entwicklungstools von damals, die gibt es vielleicht auch nicht mehr. Die laufen vielleicht auch auf dem modernen Rechner nicht mehr. Und der Sensor wird fleißig weiter produziert. Also solche Fragen haben wir da teilweise noch. Wir haben Systeme, also wir machen bei Fraunhofer auch Penetration-Testing für Kunden. Ich hatte da letztens erst was auf dem Schreibtisch, wo jemand halt wieder knallhart bei einem Redirect beschlossen hat, dass die Zieladresse über den Client geroutet wird. Heißt also, ich kann beim Client einfach sagen, ja danke, leite mich auf eine andere Seite um. Wenn ich jetzt der Attacker bin, sage ich, die Bezahlseite ist übrigens mein Server. Und mein Server sagt natürlich, ja, ist bezahlt. Sowas ist natürlich schlecht. Da muss ich jetzt aber, um zu verstehen, dass das schlecht ist, auch nicht 20 Jahre mich in der IT-Sicherheit bewegt haben oder irgendwelche Zero-Days-In-Assembler schreiben können. Aber solche Sachen sehen wir auch noch in der realen Welt. Und klar, das sind jetzt nicht die High-Profile-Angriffe, aber das ist das, was in der Breite uns noch immer killt. Ich würde noch eine Sache ergänzen, weil Steven jetzt auch das sagte, was beim SIT in Darmstadt und gerade beim Nationalen Cyber-Sicherheitszentrum Athene. Wir sind ja auch sehr stolz darauf, dass wir das in Hessen haben. Natürlich neben diesen Themen der kommunalen IT-Sicherheit ist es schon so, dass uns auch im Wissenschaftsbereich natürlich die IT-Sicherheitsforschung weiter umtreibt. Wir haben jetzt ja auch gerade in Darmstadt das Glück, dass wir noch als neues Start-up Hub dort für IT-Sicherheits-Start-ups im bundesweiten Vergleich, glaube ich, jetzt den Zuschlag bekommen haben. Und das sind auch Dinge, die wir neben der kommunalen IT-Sicherheit weiter vorantreiben müssen. Wir haben hier einen starken Standort für Forschung in dem Bereich in einem Hochschul verbunden mit einem Fraunhofer-Institut als außeruniversitärer Forschungseinrichtung. Das ist, glaube ich, auch was, was uns hier zu einem starken Standort macht und das wir auch wissenschaftspolitisch weiter ausbauen müssen, weil es einfach ein Bereich ist, aus dem auch dann sehr viel angewandte Dinge eben rüberkommen. Und wenn wir sehen, welche Erfolge auch dort gefeiert wurden in den letzten Jahren, was Veröffentlichung angeht, aber auch was praktischen Nutzen angeht für Unternehmen, ist es, glaube ich, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Da würde ich gerne kurz noch einen Nachfragen dazu stellen. Also über die Zukunft werden wir später noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber wenn wir uns jetzt die konkreten Punkte angucken, wir haben überall ADs stehen. ADs sind mehr ein löchriger Käse als eine Hilfe, was die IT-Security angeht, weil sie per Design natürlich, man soll durch die ganze Organisation kommen über das AD, also kommt man auch durch die ganze Organisation per AD. Und dann hat man noch die basalsten Sicherheitsprobleme, dass Leute überhaupt nicht über Sicherheit bei der Konstruktion, in der Produktpflege und sonst was nachdenken. Was sind so die politischen Mittel, die zur Verfügung stehen, wenn man jetzt mal ein Unternehmen hat, jetzt mal angenommen der Energieversorger, da wurde ja jetzt festgestellt, hier war eine Sicherheitslücke. Dann ist es ja aber auch ein Stück weit, vielleicht ist es nicht von der Landesregierung, aber vielleicht können wir das exemplarisch trotzdem mal daran festmachen, Aufgabe der Politik, wie du ja sagst, sicherzustellen, dass die Bürger versorgt sind. Welche Mittel hat die Politik denn oder die Landesregierung vor allen Dingen, um da entweder Hilfen zu leisten oder auch Druck auszuüben, um das zu verbessern? Also konkret im Jetzt weniger natürlich mit diesen Richtlinien. Das besprechen wir gleich. Ja, wir haben ja tatsächlich auf Bundesebene auch schon dieses Thema Kritis-Dach-Gesetz. Also wir schauen schon, dass wir die gesetzlichen Anforderungen für kritische Infrastrukturen an der Stelle auf ein gutes Maß festlegen. Wir haben natürlich aber auch dieses Thema Ganze, also welches ZERT hilft denn dann, wenn im Fall eines Angriffs, wir haben immer noch, ich sag mal, Kompetenz-Abstimmungsprobleme auch an der einen oder anderen Stelle zwischen Bund und Ländern. Was darf das BSI? Wann sind die Länder zuständig? Und dort ist es auch so, dass wir uns jetzt, ich sag mal, annähern in der Diskussion. Ich war schon immer eigentlich ein Fan davon, zu sagen, dass wir lieber das Frühjahr ans BSI geben als später, weil die Länder sind einfach unterschiedlich stark ausgestellt. Ich habe in Hessen, gebe ich offen zu, ein relativ großes Vertrauen, auch dort ins Hessen 3C und die lokalen Behörden. Es gibt aber, muss man einfach sagen, auch andere Bundesländer in Deutschland, die nicht das Personal haben, die nicht die Stärke und Ressourcen haben, dass sie bei einem Energieversorger mit sowas umgehen können. Und deswegen bin ich eigentlich ein großer Freund davon, dass wir gerade bei kritischer Infrastruktur dem Bund dort mehr Möglichkeiten geben. Ob es dazu eine Grundgesetzänderung bedarf in den nächsten Jahren, das werden wir sehen. Ich habe nur an anderer Stelle auch schon mal angemahnt, wir haben nach den Terroranschlägen im 11. September 2001 in den USA glaube ich zwei oder drei Jahre gebraucht, bis wir an dem Weg waren, dass wir gesagt haben, okay, internationaler Terrorismus, da muss auf jeden Fall immer sofort die Bundesebene ran. Das lassen wir jetzt nicht irgendwie die Polizei in Frankfurt machen oder das LKA in Hessen, nur weil es am Frankfurter Flughafen stattfindet. Und ich sage mal, wenn wir, dadurch, dass wir nicht so ein krasses einschneidendes Wake-up-Call-Event haben in diesem Cybersicherheitsbereich, weil es irgendwie, wir haben latent und dauernd Einschläge, aber dass es so einen Wake-up-Call gibt über die ganze Welt, wie damals beim Terror, beim 11. September, den gibt es halt, also zum Glück auch nicht bisher. Und deswegen ist es in der politischen Diskussion dann einfach zäh, auch so ein großes Rad zu drehen wie Grundgesetzänderung. Und deswegen diskutieren wir im Moment immer noch sehr stark am Einzelfall, wie weit die Tragweite von einem Incident ist, wie groß das Unternehmen ist, was betroffen ist, in welchen Bereich es fällt. Und dann muss man dann zwischen Bund und Länder im Einzelfall immer mal entscheiden, wer denn jetzt anrückt. Vielleicht da auch noch mal das Kommentar aus der Forschung. Wir hatten mal das Thema, das war eine Ausschreibung der Cyberagentur, wo es um Sicherheit für existenzbedrohende Risiken ging. Und da kam der Gedanke auf, man könnte doch eigentlich mal so ein generelles Lagebild machen, weil nur weil ich einen Angriff jetzt in Frankfurt sehe und irgendwie so einen ähnlichen Angriff in Hannover und dann habe ich noch so einen ähnlichen Angriff in München, da könnte man, wenn man da mal bundeseiniglich draufschaut, zu dem Schluss kommen, Moment, das ist derselbe Akteur, das geht in dieselbe Kritis-Richtung, das ist jetzt an drei Stellen eingeschlagen. Wahrscheinlich gibt es noch vier andere, die wir gar nicht gesehen haben. Wahrscheinlich ist das keine Sache, die jetzt die lokale Polizei in Frankfurt unabhängig von der lokalen Polizei in München angucken sollte. Da hat man aber dann wieder das Problem, dass selbst wenn man sagt, wir versuchen das jetzt mal auf Forschungsebene uns dazu überlegen, was man tun könnte, man an Informationssilos stößt, wo man dann sagt, naja, das sind aber Informationen, die liegen nur in den entsprechenden Länderbehörden vor, die können auch nicht zwingend jetzt mit allen anderen Ländern geteilt werden, die können nicht zwingend mit der Bundesebene geteilt werden und das steht dann aber auch so einem Lagebild entgegen, um am Ende überhaupt zu wissen, naja, das war jetzt aber Organisation XY gesponsert von Staat Z, weil da muss man auch schauen, diese Organisationen sind ja zum guten Teil bei den großen Angriffen entweder staatlich oder staatlich gebackt oder zumindest mit staatlichem Blessing und das ist dann ja auch nicht die Kommune Fladivostok, die das betreibt, sondern das ist dort dann ja auch entsprechend höher aufgehängt und deswegen ist es aus meiner Sicht auch Käse, wenn dann hier die Kommune XY versucht, da dann entsprechend dagegen zu halten. Jetzt würde mich natürlich mal noch der praktische Anteil interessieren. Ich meine, Pascal, du bist gerade noch am Studieren, so, du beschäftigst dich so ein bisschen mit IT-Security, so, man landet ja nicht auf einer weltweiten Plattform in den Top 20 durch, in der Nase bohren, so, da muss man schon ein bisschen was leisten können, was, also, du hast ja ständig von Security, von Cyber, Gremien und so weiter, was wäre denn für dich ein Anreiz oder ein Anspruch, den du hättest, dass du sagst, okay, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, anstatt jetzt für mich selbst Pentesting zu machen, mich vielleicht in so ein Gremium zu setzen und zu sagen, okay, ich mache das vielleicht über eine staatliche Koordinierungsstelle, ich mache das vielleicht für die öffentliche Hand, weil da haben wir ja ein massives Problem, dass es da erstens an Kräften fehlt und, ja, an Motivationen. Was wäre für dich so ein Punkt, wo du sagst, ach, das würde mir dann gefallen? Also, was mich wirklich antreibt, ist im Endeffekt so das Interesse an der IT-Sicherheit und wirklich das Interesse daran, Schwachstellen zu finden, diese auszunutzen und zu überlegen, okay, warum ist diese Schwachstelle hier? Wie kann ich die ausnutzen? Und wie kann man sie auch vielleicht beheben? Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Zum einen, ich habe eine Schwachstelle, zum anderen muss das reported werden, das muss behoben werden. Das ist ganz wichtig, auch in Unternehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, so etwas vielleicht in eine andere Richtung zu machen. Was ich auch noch gesehen habe, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Hack the Box gibt es auch so, ich sage mal, Wargaming, wo man gegen andere Nutzer spielt, wenn ich das richtig verstanden habe. Sprich, es geht darum, sich gegen andere Nutzer zu schützen und andere Nutzer anzugreifen. Würdest du sagen, dass es dir tendenziell leichter fällt, zu sagen, ich habe den Standard Microsoft mit AD und ich ziehe irgendwie meine Attack Chain durch? Oder fällt es dir leichter, ein System zu bauen, wo das eben nicht möglich ist? Also Attack oder Defense, wo würdest du sagen, was ist die komplexere Angelegenheit und wo sind da die die besonderen Augenmerke? Also ich denke, sowohl für Attack und Defense muss man beide Seiten kennen, weil zum einen, ich kann im Endeffekt schwer meine Systeme schützen, wenn ich nicht weiß, wie man sie angreifen kann. Und zum anderen kann ich auch die Systeme schwer angreifen, wenn ich den Schutz dafür nicht kenne. Dementsprechend ist das quasi eine Symbiose, die sich ein bisschen ergänzt. Deswegen finde ich es auch super wichtig, dass Firmen ein Red Team haben und ein Blue Team. Das Red Team greift regelmäßig an und das Blue Team weiß nicht wann und sie müssen sich dagegen schützen, die Logs auswerten und dann mal schauen, was da nicht passiert ist. Und dann vielleicht für zugehörende Angriffe Gegenmaßnahmen vorbereiten. Ja, danke. Steven, ich würde dich nochmal fragen, wir sind ja jetzt im Moment gerade dabei, wir haben jetzt ein bisschen was gehört, was wird angegriffen, was sind auch die Motivationen dahinter? Haben wir auch viel dazu gehört. Was heißt es denn im, also du bist ja schon im akademischen Bereich, aber doch recht nah auch an der Anwendung mit Secure Software Engineering. Was sind denn so Schritte, die man im Software Engineering, also im Entstehensprozess von so einem Softwareprodukt schon mit einbeziehen kann, die tendenziell die Sicherheit auf lange Sicht erhöhen können? Wenn du auf der grünen Wiese anfängst, also sagst, ich habe jetzt eine neue, sagen wir, Web-Anwendung, dann hast du schon mal relativ gute Voraussetzungen. Du kannst zum Beispiel Memory Managed Languages verwenden. Das ist jetzt ziemlich wurscht, ob du das jetzt in Java schreibst oder in C Sharp oder was auch immer. Da bist du aber schon mal die ganzen Buffer-Overflow-Probleme los. Dann kann man sagen, ich baue meine SQL-Commands nicht selber zusammen, ich habe dann ORM-Mapper und so weiter. Also der Baukasten ist definitiv nicht perfekt, aber ist schon mal gut. Die Schwierigkeiten kriegst du dann rein, wenn du sagst, ich habe da aber irgendwie ein Legacy-System. Das muss ich maintainen, da muss ein neues Feature rein. Gerade im Maschinenbau reden wir davon, wir haben da Anlagen, die in Jahrzehnten gemessen werden von der Laufzeit, jetzt irgendwelche großen Produktionsmaschinen. In der Kritis auch. Wie oft baust du ein neues Kraftwerk? Dann hast du aber trotzdem neue Features, die dazukommen. Also wir sehen eine Digitalisierung beispielsweise im Maschinenbau. Naja, die Maschine ist vielleicht zehn Jahre alt, aber dann kriegt die jetzt doch eine IoT-Box, um Wartung sicherstellen zu können von Remote. Im simpelsten Fall will einfach nur der Techniker wissen, welche Maschine muss ich jetzt, wo muss ich hinlaufen, welches Werkzeug brauche ich. Plötzlich hängt die am Internet. Da habe ich eine ganz andere Ausgangslage, wie zu sagen, auf der grünen Wiese, ich schaue mir jetzt alles an, was ich machen kann. Und der zweite Punkt ist natürlich, du brauchst das Skilled-Personal dafür, weil wir sehen immer noch bei Firmen Leute, die sich, sagen wir mal, selber irgendwie Programmieren beigebracht haben. Und da ist es dann konzeptionell teilweise schon dünn, was Sicherheit betrifft. Also schön, dass du das da angesprochen hast, weil das ist mir halt auch die ganze Zeit so ein bisschen latent im Hinterkopf gewesen. Es ist ja so, dass du heutzutage im Prinzip jede Firma ist eine IT-Firma geworden, zwangsläufig. Früher hast du einen Maschinenbaubetrieb gehabt, hast ein paar Zahnrädchen zusammengeklatschert, hast da vielleicht noch Strom dran gelegt. Das war dann aber auch schon alles, was wir irgendwie mit Strömen gemacht haben. Und heute, wie du auch gerade gesagt hast, hast du halt diese IT, die IoT-Box dran und plötzlich ist deine CNC-Fräse ein Computer geworden. Und das wird aber immer noch von der Maschinenbaufirma ausgeliefert, wo dann ja, die Leute sitzen, die eben auch konzeptionell schon die Schwächen haben. Also da sehe ich auch immer, ich glaube, das ist so eine der größten Digitalisierungsherausforderungen, die wir so haben, dass eben Betriebe, die klassischerweise überhaupt ja nichts damit zu tun hatten, entsprechend kein Personal aufgebaut wurde, entsprechend keine Vorgänge dafür haben, in eine Branche stoßen, die inzwischen sehr, sehr komplex geworden ist und eben nicht mehr mal schnell ein Produkt ans Internet geklatscht werden sollte. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie keine Zertifizierung oder keine Freigabeprozesse kennen würden. Also wir haben jetzt im Bereich von irgendwelchen elektrischen, wie in der Kaffeemaschine schon lange das CE-Kennzeichen, dass ich eben nicht an die Kaffeemaschine drangreife und direkt mit dem Schlag abhole. Das hat sich aber eben bis zur IT bislang noch nicht durchgesprochen gehabt. Mit dem CAA kommt jetzt das CE-Kennzeichen für Software und generell für Produkte mit digitalen Elementen. Ich will das jetzt nicht per se nur als gut bezeichnen. Es gibt auch Kritik am CAA, dass auch einiges und Bürokratie dahinter. Aber nichtsdestotrotz dieser Gedanke, ja, so eine Prüfung wie ich will keinen Schlag kriegen, ist in Zukunft in der modernen Welt auch eine Prüfung, naja, ich will nicht unbedingt vom letzten dummdreisten Attack getroffen werden. Und ich habe, lange bevor das Thema CAA auf den Tisch kam, schon das Konzept von Security Evangelist propagiert. Ich kriege in einem Maschinenbauunternehmen nicht jeden dazu, dass er Ahnung von IT-Security bringt auch nichts. Ich kann aber vielleicht genügend Leute trainieren, dass ich in jedem Team einen drinsitzen habe, der zumindest merkt, hoppla, jetzt sollten wir mal beim IT-Security-Team anrufen. Und der quasi so als Evangelist dieses, ich nerve meine Kollegen damit und ich sage ihm, so geht das aber nicht. Ich kann ja vielleicht auch nicht sagen, wie es geht, aber ich weiß, wenn ich anrufen muss, dass man zumindest das in die Fläche kriegt. Also als Evangelist kann ich mir dann, jetzt kommt die Esotzen-Ecke auf den Tisch, so Multiplikatoren-artig es vorstellen, dass die Leute vielleicht jetzt nicht Fachleute sind, aber zumindest innerhalb ihres Teams das Thema nach vorne tragen. Ja genau, das kommt so ein bisschen daher. Du kannst dir heute YouTube-Videos anschauen und sagen, boah, ich schreibe jetzt Software. Wie oft hast du jemanden gesehen, der sich ein YouTube-Video angeschaut hat und gesagt hat, oh, eine Herz-OP, na, so schwer kann das nicht sein. Und da sind wir genau an dieser Perzeption von fachlicher Komplexität. Und das kannst du vielleicht abfangen, wenn du jemanden dabei hast, der sagt, okay, aber an der Stelle holen wir uns jetzt besser jemanden. Zumindest mal wissen, was man nicht weiß. Ja, damit ist das aber auch eine sehr, sehr gute Überleitung auf quasi den letzten Fragepunkt, den wir in unserem kleinen Podium hier haben. Und zwar würde mich natürlich interessieren, ja, jetzt wissen wir mal, in Grundzügen haben wir umrissen, was ist unser Status Quo. Jetzt ist die große Frage, was passiert in Zukunft? Und da würde ich dann direkt dir, Bijan, nochmal das Wort geben. Du hast ja schon ein bisschen angefangen mit Richtlinien. Erzähl uns doch gerne ein bisschen mehr dazu, was ist in der Pipeline, was ist zu erwarten in den nächsten Jahren? Ja, ich bin aktuell tatsächlich erstmal, das will ich ganz offen sagen, etwas in Sorge, weil wir in eine Situation reinlaufen. Ich fange jetzt mal wirklich auf der ganz hohen Flughöhe an, in der wir immer größeren Herausforderungen politisch in verschiedensten Bereichen gegenüberstehen. Wir reden über das Thema Klimawandel, wir reden über die digitale Transformation, wo ein Teil natürlich auch die Notwendigkeit nach steigender IT-Sicherheit ist. Wir leben nach der Zeitenwende. Wir müssen uns vor allem auch die Frage der IT-Sicherheit deutlich mehr noch aus Fragen auch von Landesverteidigung und von nationaler Sicherheit stellen. Ich war Anfang des Jahres mit dem ersten Institut in Austin in Texas und habe dort mit einer Delegation von amerikanischen und kanadischen State Legislators mir verschiedene Dinge angeschaut. Und wir waren als Deutsche an der Stelle, muss man ehrlicherweise sagen, in unserer friedliebenden Art, die ja auch gut ist, aber in einigen Bereichen tatsächlich auch zu lange zu bleiäugig. Und auf all diese Veränderungen trifft jetzt gleichzeitig sowohl auf der Bundes- als auch auf der Länder- und der kommunalen Ebene durch weniger Steuereinnahmen, schwarzes Wirtschaftswachstum, einfach in Zeiten knapper Kassen. und das Wichtigste ist jetzt, glaube ich, in der Zukunft dafür zu kämpfen, dass wir der IT-Sicherheit, gerade auch in Zeiten knapper Mittel, den Stellenwert weiter einräumen, den sie bisher hat und an der Stelle auch nicht nachlassen, weil ich erkläre es immer dann so bei uns im Landtag, wir haben alle größere Folgekosten zu tragen als Gesellschaft, wenn wir da jetzt nichts machen, weil wenn wir schauen, was wir jetzt, wir haben allein fürs Uniklinikum in Frankfurt, glaube ich, jetzt einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag nochmal ausgegeben, damit da die IT wieder auf den Vorderband kommt. Und ich an der UAS in Frankfurt, an der FH dort, gab es ähnliche Probleme nach dem Hack. Die Kosten, die wir zu tragen haben für unsere öffentlichen Einrichtungen, für unsere kritische Infrastruktur, wenn wir diesen Sicherheitsniveau, ein Sicherheitsniveau nicht erreichen und es dort zu regelmäßigen Hacks kommt und das auch weiter zunehmen wird, die kann die Gesellschaft noch viel weniger tragen. Und ich glaube, dafür zu sensibilisieren ist erstmal eine große Aufgabe, jetzt weg von den kleinen Einzelmaßnahmen, weil wir im Moment eher wirklich über die Prioritätensetzung in unserem Land grundsätzlich diskutieren und ich werbe auf jeden Fall sehr dafür, dieses Thema an der Stelle nicht zu vergessen, weil nur so bekommen wir überhaupt die Haushaltsmittel um die vielen kleinen Maßnahmen, ich habe ein paar Sachen ja schon angesprochen, also um weiterhin die Cybersicherheitsforschung am Athene zu fördern, das SIT dort ist ja mit angedockt, um einen kommunalen Aktionsplan auch für Cybersicherheit tatsächlich nicht nur aufzustellen, sondern auch umzusetzen. und weiterhin werden wir glaube ich auch in dem Bereich, wir reden in der öffentlichen Hand ja auch oft viel davon, dass man jetzt irgendwie erstmal Stellen nicht wieder besetzt, um ein bisschen Geld zu sparen. Gleichzeitig habe ich aber eben, das wurde auch schon angesprochen, gerade in dem Bereich einen sehr hohen Personalbedarf und vor allem einen hohen Personalbedarf an gut ausgebildeten jungen Leuten und die auch alle eine große Outside Option haben, woanders für mehr Geld zu arbeiten und deswegen muss auch da die öffentliche Hand eben mittelbereitstellen und handlungsfähig sein, dass wir solche Menschen weiterhin an den Start binden können, weil ich glaube, es wird ohne mehr IT-Know-how, insbesondere im Bezug auf IT-Sicherheit in der öffentlichen Hand nicht weitergehen können. Ja, vielleicht, um darauf nochmal einzuschauen. Ich würde gerne eine Zwischenfrage dabei stellen, also da, wobei das vielleicht sogar eine Frage für dich ist. Vision hat ja jetzt gemeint, ja, wir haben jetzt einen zweistelligen Millionenbetrag ausgegeben für ein Krankenhaus, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist es denn tatsächlich so, dass ich mit mehr Kosten rechnen muss, wenn ich sichere Systeme anschaffe, als wenn ich jetzt, also weil, klar, ich brauche zweistellige Millionenbeträge und Fachleute, um mir ein neues, um die Computerinfrastruktur zu aktualisieren. Das muss ich vielleicht nochmal klarstellen. Den haben wir jetzt ausgegeben, weil es eben nicht sicher war und die gehackt wurden und wir jetzt quasi im Prinzip neue Sachen brauchen oder in Standsetzung oder, also, das sind die folge Kosten. Aber wäre die Instandsetzung denn billiger zu machen gewesen, hätte man das, hätte man es nicht sicher gemacht, sozusagen. Also ist das, ist das ein, ein Kostenfaktor oder war es einfach nur ein Innovationsstau? Ich glaube, es ist sowohl als auch. Ich glaube, dass es einfach Teile gibt, in denen Investitionen in neuere Systeme nicht getätigt werden oder nicht in ausreichendem Maße weit so teuer ist. Ich finde, das mit dem Legacy-System, was gesagt wurde von Steven, ist ja relativ klar. Da gibt es halt Leute, die denken sich, naja gut, eigentlich wäre es vielleicht an der Zeit, mal ein neues System aufzusetzen an der Stelle und dann kommt der Erste vom Projektmanagement um die Ecke und sagt, ja, wir haben es mal ausgerechnet, es kostet 25 Millionen, aber wenn wir jetzt irgendwie mal so gucken, mit einem Workaround und so ein bisschen reinfriemeln, wir haben da doch unsere alte Firma, die haben uns gesagt, sie könnten auch da nochmal irgendein Gerät zwischenschalten und dranhängen und dann kommt ein zweites System mit drauf und dann haben wir noch eine Schnittstelle gebastelt zu dem alten System, die ist auch eigentlich ganz okay, das kostet nur die Hälfte und dann sagt man, ach super, kostet nur die Hälfte und dann haben wir irgendeine schlecht programmierte Schnittstelle, die das erste Einfallstor ist und das sind glaube ich schon Investitionsentscheidungen, die, wenn man die Folgekosten berücksichtigt, die anders getroffen werden, weil dann würde man vielleicht sagen, okay, wir setzen doch nochmal nach 25 Jahren mit dem alten System auf der grünen Wiese an und neben uns werden das Legacy los und dann geht es den Q-T bei Design von Anfang an halt auch besser. Bijan, du hast ja völlig richtig gesagt, stell dir vor, du fährst halt ein Auto und du sagst, naja, meine Reifen, die sind so ein bisschen kaputt, neuer Satz, Reifen kosten mich 100 Euro und dann sagst du, die spare ich mir und fährst gegen die nächste Wand und dann brauchst du halt ein neues Auto und ein neues Leben und das ist deutlich teurer in Summe. Also, das ist genau das Problem mit diesen aufgeschobenen Investitionen. Vielleicht noch ein anderes Thema, gerade auch bei der öffentlichen Verwaltung hast du ja auch das Problem, dass wir ja hier ja stark föderal unterwegs sind. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage zwischen Bund und Ländern, sondern es ist auch eine Frage zwischen den Ländern und ihren Kommunen. Wir haben das eben nicht so, dass du jetzt in Hessen, sagen wir mal, ein IT-Referenzsystem aufsetzt und sagst, jetzt investieren wir mal richtig Kohle und dann darf jetzt jede Kommune das IT-Referenzsystem benutzen. Das ist ja nicht der Fall, weil das ist erstmal in der Hoheit der Kommunen und wenn du dir jetzt überlegst, dass die Kommune hinter Tupfingen, es gibt so ein bisschen den bösen Spruch, das macht der Sohn vom Bürgermeister, da hast du halt eine riesige Spannweite von super professionell bis hin zu ich gehe hier wieder. Das ist dann halt auch eine Frage, die man sich stellen muss, wie man sich da organisieren will und das ist bis hoch dann letztlich eine Grundgesetzfrage. Vielleicht noch ein weiterer Gedanke zum Thema grüne Wiese. Es ist schwer. Es gab mal ein Forschungsprojekt von Microsoft Research, die haben gesagt, lass doch mal auf der grünen Wiese ein Betriebssystem schreiben und die Idee war, wir schreiben bis auf einen ganz, ganz dünnen Hardware-Abstraction-Layer das gesamte Betriebssystem in Managed Code. Singularity ist damals in C-Sharp geschrieben worden, bis auf wirklich einen super dünnen Assembly-Layer unten drunter. Das gab eine ganze Reihe von Papers und am Ende hat Microsoft gesagt, wisst ihr was, da müssen wir alle Software neu schreiben oben drüber. Das können selbst wir nicht bezahlen. Und dann ist Singularity quasi nach ein paar Jahren, wo es durch die Konferenzen getingelt ist, auf der akademischen Ebene wieder Stillenheim nicht beerdigt worden. Also da muss man auch einen gewissen Realismus walten lassen, wo man ansetzt und bei manchen Sachen oder Stichwort Internet-Protokolle. Würde jemand heute sagen, komm, lass uns mal ein Internet bauen? Die Protokolle würden auf keinen Fall so aussehen, wie sie aussehen. Aber jetzt fangen wir an, bauen ein neues Internet, steigen wir alle um. Also wie gesagt, irgendwo ist dann auch die Grenze des Realismus, wo du sagen musst, wir machen jetzt 20 Jahre IPv6, ne? Ja. Wo können wir denn realistisch was langfristig auslaufen lassen gegenüber einer neueren Version, aber so dieser Breaking Point und inkompatibel werden, ist super schwierig. Da hast du aber auch schon was Schönes gesagt, ganz praktisch. Und da würde ich mal an Pascal weiterreichen. Was sind denn ganz praktisch die Sachen, die man dir am besten zwischen die Füße wirft, damit du ins Straucheln gerätst? Also was müssten, welche Qualitäten, welche Merkmale, welche Vorgänge müssten bei Systemen passieren, dass du sagst, dass das, was du bei Hack the Box tust, für dich signifikant schwieriger wird? Also was defensive Methodiken angeht, zum einen klar, wir können einfach Ports schließen, die eh keiner mehr braucht. Wenn die Ports sowieso nur intern benutzt werden, müssen die nicht offen sein, denn das ist gerade meistens ein großes Angreipstor, ein Einfallstor, wenn ich einen Port habe, den ich vergessen habe, übersehen habe, der jetzt irgendwie im Internet offen ist, der dann vielleicht irgendwie eine Anwendung exposed, also öffentlich zugänglich macht, wo vielleicht irgendwie eine ältere Version draufläuft, die nicht gepatcht wurde, wir haben es irgendwie eine Schwachstelle, die ich ausnutzen kann. Und das ist ja eigentlich ziemlich unnötig, dass der Port offen ist, wenn er nicht offen sein muss. Dementsprechend ist das auf jeden Fall eine Sache, die man super patchen kann, super einfach patchen kann, nämlich einfach in der Firewall den Port schließe. Und genauso ist es auch zum Beispiel mit AV-Systemen, also Antiviren-Systemen, die dann auch schon mal gerne bekanntes Exploits erkennen, abwehren, oder zum Beispiel IPS-Systeme, also das sind Intrusion-Prevention-Systeme, also im Prinzip Systeme, die aktiv Exploits, die ausgenutzt werden, erkennen und abwehren. Und das sind auf jeden Fall gute Methodiken, um bekannte Exploits abzuwehren, ohne dass ich jetzt irgendwie noch ein Blutteam hintersetzen haben muss, das irgendwie aktiv den Datenverkehrer was abwehren möchte. Lass mich da nur kurz einhaken. Bitte kein Snake Oil. Also wir haben bei Log4j damals gesehen, dass Leute gesagt haben, super, ich mache das über das IDS, ich setze dann Regex drauf. Da reicht so ein klein bisschen Encoding-Triggery und die ganze Sache fällt in sich zusammen. Also zu billig darf man sich dann auch nicht auf sein IDS verlassen. Was nicht heißt, dass ein IDS eine dumme Idee ist, das habe ich hier nicht behauptet. Da werden wir tatsächlich heute im Laufe des Tages auch nochmal ein bisschen was dazu hören, wie das mit dieser Detection und so und ob das so gut klappt, wie man sich das denkt. Wie ist es, also würdest du sagen, es ist heute machbar? Ich meine, du bist ja schon relativ weit vorne in diesem Feld unterwegs. Man kann glaube ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, du kennst jede Art ein System abzugreifen, die gerade, ich sage mal, relevant und verbreitet ist. Wenn jemand versucht, sich das selber beizubringen und wir jetzt nicht über ich kaufe mir einen Zero-Day oder sonst was sprechen, weißt du ja wahrscheinlich Bescheid. Ist es denn Stand heute möglich, ich sage mal, ein realistisches System? Jetzt natürlich, klar, ich kann eine harten BSD-Kiste ohne Services starten und sagen, haha, komm mal da ran. Aber ist es denn heute in deinen Augen realistisch möglich, dass sich so ein kleines mittelständisches Unternehmen, wo wir heute mal eingestiegen sind, so IT-technisch aufstellt, dass du sagst, okay, kann ich mir sparen, habe ich keine Chance? Naja, das ist schwierig. Meistens, selbst Unternehmen, die meinen, sie wären jetzt super sicher, sind es in den meisten Fällen nicht, weil Angreifer finden häufig trotzdem immer irgendeine Lücke, auch wenn es nur eine klitzekleine ist. Das Ding ist, die Verteidiger müssen super viel Sachen testen und abwehren und im Endeffekt ja Mechaniken schaffen zur Abwehr eben, dass die Angreifer nicht mehr reinkommen und der Angreifer hingegen hat den Vorteil, er muss nur eine Lücke finden und ist dann drin. Dementsprechend, man sagt ganz gerne, kein System ist sicher, weil selbst super gepatchte Systeme haben meistens eine Lücke, das ist der Faktor Mensch, weil fast alle Menschen sind für Phishing anfällig, deswegen sind auch ja, Awareness dazu zu schaffen super wichtig und Phishing-Kampagnen durchzuführen regelmäßig, um die Mitarbeiter zu schulen. Das ist immer noch, wie ich bereits schon erwähnte, der Nummer 1 Angriffsfaktor Phishing. Dementsprechend, kein System ist sicher. Ich finde es auch gut, dass das nochmal angesprochen wird. Ich glaube, es gibt zwei Punkte, also es ist auch politisch, glaube ich, nicht unsere Aufgabe, irgendwie Gesetze zu machen, dass die jetzt jedes System 100% sicher machen, weil das gibt es eh nicht. Aber wir müssen uns, glaube ich, realistische Ziele setzen, was Standardsicherheitsniveaus sind, die von einem Großteil der Unternehmen, der Kommunen auch zügig zu erreichen sind, um einfach, ich sage mal, das durchschnittliche Sicherheitslevel auf ein Niveau zu heben, dass wir, ich sage mal, vor diesen Standardattacken gefeilt sind und dass wir vor allem, und das ist ja auch ein Punkt vor, ich sage mal, diesen Schrotflintenangriffen ohne Ziel ein bisschen besser geschützt sind. Klar, wenn einzelne, wenn einzelne Attacks gezielt auf ein Unternehmen und das Ziel ist, ich will genau da, genau rein, weil ich genau diese Sache möchte, das ist ja tatsächlich auch nicht der Standardfall, den wir haben. Aber wirklich in der breiten Masse sicherer zu werden, ist deswegen, glaube ich, ein wichtiges Ziel und genauso ist es weiter auch an uns politisch, eben, ich sage mal, schon in der Schule, da war ich ja vorhin schon ein bisschen auch bildungspolitisch, beispielsweise mein Schulfach Digitale Welt, was wir in Hessen jetzt ja bekommen, dass da in den Curricula auch solche Dinge mit drin sind, um einfach, ja, gerade bei jüngeren Menschen schon anzufangen, das schon mit zu implementieren, auch das Thema Phishing, das Thema, was passiert eigentlich, wenn ich auf verseuchte Links klicke, jetzt vorhin auch schon so als lustiges Beispiel viel, wo, was kann denn so passieren, wenn ich irgendwie denke, ich kann irgendwie Sachen umsonst aus dem Internet streamen, die es eigentlich noch gar nicht umsonst gibt und kommt dann nur der Film und gleichzeitig, glaube ich, gibt es auch nach wie vor ältere Menschen, deswegen gibt es ja in Hessen beispielsweise auch so Dialotsenzentren, wo Seniorinnen und Senioren müssen geschult werden mit dem Thema Smartphone und solchen Geschichten, das sind ja auch alles Dinge, die auch ältere Menschen sind mittlerweile irgendwie im Online-Banking oder kaufen online ein und ich glaube, dass wir da einfach in der gesamten Gesellschaft eben auch politisch ein bisschen das Niveau heben müssen, was das Verständnis dafür angeht und die Awareness und ich glaube, dann kann man zumindest im Mittel sicherer werden als andere und das ist schon mal, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt. Vielleicht hier nochmal kurz die Anatomie eines Angriffs, den ich sehr hübsch fand. Du brauchst einen User, den du irgendwie kompromittiert kriegst, schöne Phishing-Mail oder was auch immer, dann hast du Zugriff auf dessen Firmen-Mail-Account. Du loggst dich dort einfach ein und verschickst Mails und ja, diese Mail, die kommt ja von dem Nutzer. Je nachdem, wie du das System aufgesetzt kannst, kannst du sie sogar signieren. Der Nächste vertraut mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit dieser Mail, weil sie ist ja firmenintern, manche Firmen haben sogar in Outlook die Anzeige, ob die Mail von extern kommt oder sowas oder der Mail-Server packt dann so ein Statement rein, Achtung, kommt von extern, kann gefährlich sein. Ja, die kommt halt von intern, ist aber leider genauso gefährlich und dabei die Leute zu sensibilisieren, das ist tatsächlich ein hartes Brot. Ja, dann sind wir quasi mit unserer trauten Fähsamkeit ein bisschen durch und ich würde an der Stelle gerne das Podium öffnen für Fragen, Anmerkungen, Kommentare aus dem Publikum quasi. Vielen Dank. Das wurde schon angeheckt, aber indirekt. Ich stelle die Frage so, welche Maßnahmen muss man umsetzen, um Erwähne zu schaffen bei der breiten Gesellschaft? Nicht nur Kernkommunus, aber auf allen Ebenen. Also die Gesellschaft ist ja sehr vielfältig. Also ich denke, ich habe das Thema Schulen angesprochen, das ist ganz wichtig eben, um Jugendlichen und Leuten das mitzugeben. Wir brauchen, ich finde, diese Security-Evangelist-Geschichte tatsächlich so ein bisschen, die finde ich spannend, aber das ist für Unternehmen tatsächlich was, was ich mir auch nochmal in meine politische Arbeit mitnehme, weil ich glaube, dass jemand quasi, der immer wieder nervt bei so einem Thema, hilfreich sein kann, wir kennen das vom Datenschutz, da hat das auch tatsächlich ganz gut funktioniert. Die öffentliche Debatte ist, glaube ich, mittlerweile da und ich glaube, das ist was, was sich im Vergleich zu früher geändert hat. Früher war das ein abstraktes Thema und alle haben irgendwie gesagt, das ist sowas für Techies und dadurch, dass es heute, ich sage mal, so viele Vorfälle gibt in Kommunen, bei Energieversorgung, ist die Awareness mittlerweile da. die Frage ist nur, wie schaffen wir Angebote dort, weil ich meine, die Zeit ist knapp bei allen Menschen und die Fokussierung auf, ich sage mal, gerade so unangenehme Themen auch nicht so sonderlich hoch. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch immer wieder auf die Risiken hinweist. so eine ganz einfache Antwort gibt es nicht. Also ich kann auch nur allen, also ich mache das immer wieder, ich kann auch nur wirklich allen Menschen empfehlen, in ihren Bekannten und Freundeskreisen tatsächlich auf solche Dinge hinzuweisen. Also ich finde, jetzt einfach mal mit Freunden und Familie über solche Themen auch zu sprechen, weil wir verharren halt meistens auf dieser, auf der ersten Stufe. Also man sitzt dann vielleicht nochmal mit der eigenen Familie irgendwie beim Essen zusammen am Sonntag und dann heißt es, hast du in der Zeitung gelesen? Also die haben ja die Nachbarkommune gehackt. Der Bürgermeister, der konnte nicht mal mehr eine E-Mail verschicken, aber dann folgt nichts heraus und sage mal, oh, das ist aber ganz schlimm, das müssen russische Hacker gewesen sein. Ja, ja, schlimm, schlimm und dann geht es weiter. Schlimm, schlimm, schlimm. Und ich glaube, da wirklich reinzugehen und zu sagen, was heißt das denn für euch? Also was für Passwörter benutzt ihr denn? Sind es verschiedene Passwörter oder habt ihr so eins für alles? Und wenn ja, wie komplex ist es? Und ja, also vielleicht auch einfach mal einem Kumpel zu sagen, der im ICE sitzt und über das ICE-WLAN noch kurz eine Überweisung macht im Online-Banking, zu sagen, also so ein ICE-WLAN für Online-Banking kann man machen, sollte man vielleicht aber nicht. Ich meine, das sind alles so kleine Dinge, wo wir uns auch immer wieder, glaube ich, gegenseitig sagen müssen, da kann man klüger agieren. und das, ja. Gut. Weitere Fragen? Genau. Es wurden ja vorher zu den Phishing-Sachen so Awareness-Maßnahmen angesprochen. Jetzt gab es auf dem 36C3 einen Talk von Linus Neumann, Hirne-Hacken, wo untersucht wurde, was diese Awareness-Maßnahmen bringen und im Endeffekt hat man gemessen, dass die Awareness-Maßnahmen fast keinen praktischen Effekt haben bei Phishing-Mails und der einzig praktische Effekt eigentlich zu sein scheint, wenn die Leute tatsächlich mal gefischt werden und dann Probleme bekommen. Insofern scheint es ja so, als ob die Awareness-Maßnahmen nicht wirklich the way to go sind. Gibt es denn da andere Ansätze? Also ich muss jetzt gestehen, dass ich den Talk nicht kenne. Aber modernes Phishing-Training basiert eigentlich darauf, dass du den Leuten wirklich Phishing-Mails schickst im Unternehmen und wenn derjenige dann draufklickt, das eben misst und im Regelfall machst du das ethisch sinnvoll. Das heißt, du drückst da nicht direkt die Kündigung, wenn er draufgedrückt hat, sondern du misst eigentlich nur, was ist mein Niveau in zum Beispiel der Marketing-Abteilung versus der IT-Abteilung. Und dann kannst du dir eben schenken, irgendwelche Trainings hinterher nochmal auf die IT-Abteilung zu werfen, wo keiner draufgeklickt hat, sondern machst den Effort für die Marketing-Abteilung, wo du halt eine höhere Quote hast. Aber auch da eben, du hast halt auch den ethischen Teil. Wenn du jetzt einen dabei hast, der auf nichts geklickt hat, aber halt in der Marketing-Abteilung sitzt, wo der zweite draufgeklickt hat, dann sitzt der halt danach mit in der Nachschulung. Naja, wie gesagt, weil ansonsten hast du halt das Problem, dass dir wahrscheinlich dein eigener Betriebsrat schon sagt, du machst hier keine Maßnahmen, wo die Leute quasi so jobperdimäßig ihren Job verlieren können. Ja, ist ein bisschen schwierig. Damit ist natürlich das Thema persönliche Konsequenz, wenn ich dann nur mit allen anderen von meiner Abteilung in der Nachschulung sitze, so ein bisschen begrenzt. Aber ganz ehrlich, wie würdest du es anders machen? Da noch eine kleine Anmerkung dazu. Tatsächlich habe ich über das Thema mit Linus Neumann am RC3 gesprochen. Also das Jahr danach, nach dem Kongress, war ja dann Corona-Pandemie. Das heißt, wir haben uns remote getroffen. Und wie es der Zufall so will, sitzt man dann zusammen in einem Jitsi. Und da habe ich genau das angemerkt. Also ich studiere Sozialwissenschaften. Das heißt, es ist so ein bisschen mehr mein Feld. Und das Problem an der Datenlage, die Linus Neumann da zitiert hat, ist, dass das There is no glory in prevention bias, ist das ein bisschen, was da rausgekommen ist. Weil das Ding geht halt hin und sagt, okay, ich habe, also die Unternehmen, die untersucht wurden, die hatten schon solche Schulungen sehr lange. Und dann hat man halt geguckt, okay, wie groß ist der Effekt? Natürlich nimmt der Effekt über die Zeit in deinem Unternehmen ab. Du hast ein Unternehmen, du hast 500 Leute, die haben alle Kedenplan. Dann machst du deine erste Schulung, deine Effekte werden unfassbar hoch sein. Du machst deine zweite Schulung, da werden auch noch Effekte zu sehen sein. Dann gehst du hin, machst Selektionen und sagst, okay, wer klickt denn noch? Schulst diese Leute nach. Wenn du das mal zwei, drei Jahre gemacht hast und es ein Teil deiner Unternehmenskultur ist und die Leute beim Onboarding in deiner Firma schon gesagt bekommen, hier, das ist dein Login für deine Arbeitsmittel, das ist übrigens dein Login für unser Security-Training. Weil es einfach dazugehört, ganz selbstverständlich. Dann ist natürlich der messbare Effekt innerhalb dieser Organisation nicht mehr gegeben. Denn im Vergleich zum Vorjahresniveau hast du dieselbe Anzahl Leute, die auf Phishing-Mails klicken. Aber sie ist schon maximal niedrig, weil du die Awareness hast. Das ist das Problem an diesen Zahlen gewesen tatsächlich. Du kannst auch versuchen, technisch nachzutreten. Also klassisches Account-Phishing zum Beispiel, wenn du über eine Multifaktor-Authentifizierung gehst, dann ist der Impact von gefischten Zugangsdaten schon mal niedriger. Ich habe eine Firma gesehen, die haben für alle Laptops ein Browser-Plugin ausgerollt. Wenn du deine Account-Daten auf einer Seite, die nicht auf einer Whitelist stand, eingegeben hast, wurden die gehashed und mit dem Hash von deinem Unternehmenspasswort abgeglichen. Und wenn das derselbe Hash war, ist der Request geblockt worden und du würdest auf deren internen Chat-System von einem Bot angeschrieben mit, ich glaube, wir müssen reden. Die haben bewusst einen Bot dafür genommen und nicht deinen Vorgesetzten, weil man wollte ja wieder nicht einen Blame dadurch erzeugen, sondern dir quasi gesichtswahrend die Möglichkeit geben, was zu lernen. Und deswegen hatte ich eben der Bot angeschrieben und gesagt, jetzt sagen es niemandem, aber du willst vielleicht mal dir folgendes Video angucken oder du willst es vielleicht trotzdem mal dein Passwort ändern. Vielleicht ist vorher irgendwas passiert, was wir nicht gemerkt haben und so weiter. Und was man halt auch sagen kann, wir haben alle, die wir hier sitzen, haben entweder Laptops oder Smartphones. Die haben alle sichere Zertifikatsspeicher. Also ja, man muss kein großer Fan von TPM sein und was Microsoft da durchgedrückt hat an Sachen. Aber am Ende haben wir ein funktionierendes Ökosystem, in das wir Zertifikate ablegen können, in dem wir Schlüssel speichern können. Das ist schon reasonably secure. Wenn ich als Unternehmen einfach sage, ja, das ist dein Arbeitsmittel, da ist dein Zertifikat drauf. Ich kann das revoken. Wenn du das verlierst, ist innerhalb von zwei Minuten dieser Laptop dicht. Es gab nie ein Passwort. Du kriegst irgendwie Windows Hello, Biometrie oder sonst irgendwas für ein Lockscreen meinetwegen noch. Aber der relevante Kram, nämlich das, was man haben möchte, wenn man an so einen Rechner kommt, sprich die Credentials, den legen wir halt einfach in dafür gebautes Hardware, die wir alle mit uns herumtragen. Ich habe mit einem deutschen Großkonzern gesprochen. Die hatten ein Windows-Login über Smartcard mit PIN. Finde ich eine super tolle Sache. Und dann hieß es aber, ja, das können wir leider nicht weiter benutzen, weil die zentrale IT hat jetzt eine neue Generation Laptops bestellt. Die haben keinen Kartenleser. So, und dann quasi hat die IT, nachdem diese Entscheidung gefallen war, in einer Panikaktion sich überlegen dürfen, wie sie jetzt ihre Security so umgebaut kriegen, dass es auch mit den neuen Laptops geht. Und das ist genau so ein Punkt, wo wir sagen, das darf eigentlich nicht passieren. Warum zur Hölle hat der Typ, der diese Laptops bestellt hat, nicht gesagt, ich habe gewisse Anforderungen und Anforderung ist Security. Das heißt, ich muss mir jetzt auch mal beim Security-Team jemanden holen, der sagt, was brauche ich eigentlich? Ich meine, du bestellst ja auch nicht, keine Ahnung, neue Fahrzeuge für dein Unternehmen. Und weil du es toll findest, bestellst du jetzt, keine Ahnung, Golf-Cards und eigentlich bist du eine Spedition und musst tonnenweise Sachen transportieren. Da überlegst du dir auch vorher, was deine Anforderungen sind. Gut, damit sind wir auch schon am Ende unserer Zeit. Ah, okay, okay. Aber ganz schnell, Silas. Also, das ist, ich versuche mich wirklich kurz zu fassen. Ich möchte an der Stelle noch mal so ein bisschen darauf eingehen, dass wir, wenn es ums Thema Sicherheit und Resilienz gehen, in anderen gesellschaftlichen Bereichen durchaus anders über die Dinge nachdenken. Also, wenn ich jetzt irgendwie draußen mich durch die Gegend bewege, dann erwarte ich schon, dass ich jetzt beispielsweise, wenn ich mit einem Auto fahre, gewisse Mindestsicherheitsstandards erfüllt sind. Oder, dass mir die Brücke nicht unter den Füßen wegbricht, wenn ich da drüber laufe. Das sind alles Sachen, mit denen wir eigentlich täglich rechnen, dass das so ist. Jetzt, was Security angeht, ist es oft so, wenn irgendwie eine Panne passiert, dass wir immer mit dem Finger zeigen, wo die bösen Hacker da drüben, Russland, und weniger die Unternehmen oder die Institutionen in die Verantwortung nehmen, die eigentlich Vorsorge hätten tragen müssen. Natürlich, es gibt auch Situationen, wo es eigentlich kaum realistisch vermeidbar wäre, aber wirklich oft sind das so Kleinigkeiten, wo man sich mit ein bisschen Gedanken schon vor hätte schützen können. Und gerade bei solchen Sachen kann man ja auch als irgendwie jetzt hier ethischer Hacker-Unternehmen auch darauf hinweisen, hey, ich habe bei euch folgende Schwachstelle gefunden, behebt die mal bitte. Aber gesellschaftlich ist es ja aktuell immer noch so, dass man dann eigentlich als die Person, die auf die Missstände hinweist, diejenige ist, die jetzt mal ganz salopp gesagt dafür an den Pranger gestellt wird. Und da wäre jetzt meine Frage, was kann man gesellschaftlich und auch ganz klar mit politischen Maßnahmen dafür tun, dass sich, sag mal, die Verantwortung auf diejenigen shiftet, die dann auch die Vorsorge treffen müssen und nicht diejenigen an den Pranger gestellt werden, die auf die Missstände hinweisen? Das würde ich mal eins zu eins an Bichon abgeben. Ja, also ich glaube, dass sich da in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen was geändert hat. Wir haben, wir haben, glaube ich, zunehmend in der Politik auch mehr, das hat doch teilweise aus dem Alter zu, junge Leute, die sich für Digitalthemen öffnen und die dort auch im Dialog mit der Szene mehr sind, als es vielleicht früher der Fall war. Ich würde da jetzt niemanden blamen, sondern ich bin, glaube ich, sehr dankbar dafür, wenn wir also sowohl politisch als auch in Unternehmen solche Hinweise bekommen. Wir haben natürlich solche Dinge wie Whistleblower-Schutz, weil manche Sachen kommen ja auch teilweise aus Unternehmen selber, wenn dort, ich sag mal, bewusst auf mehrfachen Hinweis solche Dinge trotzdem ignoriert werden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig würde ich aber auch mir den Vergleich mit der Brücke und dem Straßenverkehr nicht so zu eigen machen, weil es ist ja schon auch ein externer Angriff da. Also es ist ja so ein bisschen eher so wie, was tue ich damit, auf dem Weihnachtsmarkt niemand mit einem LKW drauf fährt? Oder deswegen ist es ja schon ein gezielter Angriff vom Außen, deswegen kann man jetzt quasi die äußeren fremden Mächte jetzt auch nicht völlig, ja, also nicht blamen dafür, weil sie sind ja schon dafür verantwortlich. Wir haben allgemein auch deswegen das Thema Brücke, wir waren vorhin dabei, nichts ist 100% sicher, wir haben auch gerade hier in Wiesbaden, ich erinnere mich an eine Brücke, die zwei Jahre zu war und den Autoverkehr zwischen Wiesbaden und Mainz komplett, ja, ich sag mal, nicht stillgelegt, aber zumindest erschwert hat. Und insofern ist das wie mit allen Infrastrukturinvestitionen, wir müssen da tätig werden und auch proaktiv und nicht erst, wenn was kaputt ist, sondern halt früher schon bei der Instandhaltung. Und insofern, glaube ich, gibt es auf allen Seiten genug zu tun, aber Kommentare auf Schwachstellen sind, glaube ich, herzlich willkommen. Die Frage ist, glaube ich, immer nur, wie ist der Weg dafür und da gibt es, glaube ich, mittlerweile auch Strukturen, dass das nicht öffentlich wird, dass das ohne Blame Game läuft und ich glaube, dann ist, glaube ich, allen geholfen, wenn man es einfach, ich sag mal, still und leise zumachen kann, ob das jetzt ein Port ist oder eine größere Lücke. Vielleicht da noch der Hinweis, die CVD-Policies von einigen Unternehmen und auch Behörden haben sich da massiv geändert in den letzten Jahren. Wenn du ein Positivbeispiel sehen willst, liest dir mal die CVD-Policy der Bundeswehr durch. Die garantieren in ihrer Policy, dass solange du nicht offensichtlich strafrechtliche oder nachrichtendienstliche Zwecke verfolgst, sie deine Informationen nicht an Strafverfolgungsbehörden weitergeben. Die haben eine eigene Hall of Fame aufgesetzt, wo du, du kriegst, glaube ich, sogar so eine kleine gepresste Medaille, wenn du mehr als fünf oder zehn oder was es waren, Vulnerabilities meldest. Also auch im behördlichen Bereich tut sich hier was. Im Privatbereich gibt es die Möglichkeit, das BSI als Meldestelle zu nutzen, wenn die Unternehmen nicht reagieren. Das BSI sagt natürlich, geh erst mal zum Unternehmen, weil ansonsten werden die halt geflutet. Aber die Möglichkeit ist prinzipiell da. Wie gesagt, über CAA wird es verpflichtend, für Unternehmen CVD-Prozesse aufzusetzen. Ich gehe davon aus, dass gerade im mittelständischen Bereich viele das nicht selber machen werden, sondern sich dann irgendwie bei HackerOne oder was auch immer einkaufen werden, was ja auch noch mal eine Segregation zwischen dem Ethical Hacker und der Firma bedeutet. Also da bewegt sich gerade schon einiges. Und um da noch so ein bisschen das Schleifchen dran zu machen und auch unserer Organisation, die uns als Orga-Team zusammengebracht hat, Gerechtigkeit zukommen zu lassen, im Zweifelsfall den lokalen Hackerspace aufsuchen. Weil ja, der CCC macht genau das. Wir stellen uns mit dem Namen CCC hin und sagen, ja, das waren wir. Auch wenn du das eigentlich warst und wenn du was findest und es gibt eben eine Firma, die nicht einen vorbildlichen Prozess hat oder man hat Angst vor Strafverfolgung. Genau dafür hat man diesen Club mal gegründet damals. Also auch das so. Und damit war es das von unserer Seite als Podium. Es hat uns viel Spaß gemacht, zumindest mir, kann ich sagen. Ich glaube, der Rest hatte auch zumindest keine schlechte Zeit. damit entlassen wir euch in die Pause und sehen uns hier in einer halben Stunde wieder. Danke. So, okay. Also, wir haben möglichst da Eisenbahn. Hier wollen bestimmt noch Leute in den Raum. Hallo, kommen Sie, kommen Sie? Ah, Desinteresse. Schade. Also, genau, ich wollte einmal noch, das macht man natürlich immer üblicherweise auch gerne am Anfang, vielleicht nochmal den Überblick über den Tag geben, den ihr wahrscheinlich eh schon kennt, aber auch nochmal für alle, die vielleicht zuschauen. Also, genau, jetzt haben wir die 11 Uhr Pause hinter uns. Jetzt kommt als nächstes ein Vortrag von Jakub Andrzejewski über, ja, Browser-Dinge. Danach wird uns, ja, in einer halben Stunde ist das auch schon fertig. Wir hatten jetzt am Anfang, muss man vielleicht ein bisschen für sein Zeitgefühl drauf achten, am Anfang hatten wir jeweils einstündige Posts, äh, Posts, also Beiträge. Und jetzt werden die halbstündig. Das heißt, es geht jetzt ein bisschen schneller zur Sache und es wird jetzt vor allem auch relativ schnell nochmal interaktiv. Also, wenn ihr Laptops dabei habt und vielleicht auch einen Browser-Link aufrufen könnt, gleich wäre das super. Ihr müsst dafür nicht viel installieren, aber das muss schon mal so als Vorbereitung. In dem Video werden jetzt die ersten 15 Minuten, wird euch, ja, gezeigt, wie da etwas funktioniert und dann in den weiteren 15 Minuten, zweiten 15 Minuten könnt ihr dann was ausprobieren. Genau, dann haben wir noch eine große Mittagspause um, ja, 12, nee, 12.30 Uhr und genau, dann gibt es zwei Vorträge, einmal zu einer europäischen, ja, Datenschutz, nein, IT-Security-Richtlinie, NIST 2 und Marc Ohm kommt dann von einem anderen Vortrag rüber und macht in der nächsten halben Stunde was zur Software-Supply-Chain-Sicherheit. Gut, dann haben wir noch Moritz Moser und den Herrn Neuschäfer mit Flash-Tracing am Ende. Das ist so, genau, der Ablauf. Wir wären dann fertig so gegen 17.30 Uhr. Wir können dann natürlich noch beliebige weitere Dinge machen. Genau, ansonsten, ja, den Ablauf von dem Video habe ich jetzt erklärt. Wer ist Jakob? Das wird er wahrscheinlich gleich auch nochmal kurz selbst sagen. Ich kenne den jungen Mann aus, ja, quasi GitHub-Dingen. Also, der kommt aus dem Nuxt-Ökosystem, was ja ein, das Server-Site-Rendering-Framework für Vue ist, also jetzt sehr viel Browser-Kram. Genau, der zeigt euch jetzt ein paar Sicherheitseinstellungen zu, ja, Webseiten. der Permission-Policy-API nämlich. Genau, kann man noch was dazu sagen? Ja, man erreicht den Mann auch auf LinkedIn. Der lässt sich gerne einladen zu solchen Sachen, wie wir hier jetzt machen. So ist das auch zustande gekommen. Ja, und ansonsten, also was ich persönlich schön finde an diesem ganzen Ökosystem ist, dass die Leute da, ja, sehr persönlich verfügbar sind. Man kann sie anschreiben auf Discord. Man merkt richtig, dass die persönlich Interesse haben an dem, was sie machen, dass sie einen unterstützen und da fühlt man sich einfach sehr aufgehoben. Deswegen, ja, habe ich ihn gefragt, ob er diesen Vortrag halten möchte. Und genau, weil er aus Polen kommt, ist dieser Vortrag jetzt ein Video. Genau, das erklärt das Ganze. Er hat jetzt momentan viel zu tun, deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass er trotzdem was beitragen kann. Viel Spaß. Hi there. Some time ago, I thought that taking care of security, specifically IT security, should be only the responsibility of backend developers or DevOps engineers. But with the evolution of frontend frameworks and the modern web, I believe that taking care of security should be the responsibility of every developer, even frontend developers as well. And that is why I have selected this topic for this presentation, which will be about web security, but specifically the topic of permissions policy, which I really like. My name is Jakub, and I work at Allokai as senior developer. I'm also a Google developer expert in web performance. I'm part of Nuxt framework team. You will hear about Nuxt more in the next slides. And I'm also an ambassador for Algolia, Storyblog, Cloudinary, and Superbase. You might know some of these companies already. So talking about web security, first thing that comes to my mind is Ovasp. Ovasp is, and specifically, Ovasp top 10, which focuses mainly on the top vulnerabilities and risks you can encounter while developing or maintaining web applications. And it's specifically for web applications. So this is a standard awareness document about the most critical security risks to web applications. And please focus on the things that I have marked with the green color, because I believe that they are the most important things from this definition, which is basically a standard awareness document about security risks. So the idea of such document is not that by reading it you will have every answer to every security question or security risk. It's more like it allows you to gain more and more awareness about common risks and issues so that you can develop and maintain applications with more security with basically with security in mind. It's globally recognized by developers and IT security specialists as the first step towards more secure coding. Same as in the previous slide, the green towards first step. Because as I mentioned, this is a document that should be treated as the first step, like the introduction, and not as the ultimate source of truth. It's a good first step. So if you follow it, you should, your applications or in your systems, you should be more and more secure. So if you inspect OVAS top 10 website, what you will see is you will see the list of top 10 most common security risks. And as you can see here on this particular screenshot, you will see the list in 2017 and 2021 where some risks are higher or lower than they were before, which means that this list is constantly being updated based on the data gathered by OVAS team. So if you follow this particular website and the top 10 risks, your systems should be more secure against most common issues. Apart from just the document about security vulnerabilities and issues, what OVAS also prepares for all of us to try out is their cheatsheets, which is basically a list of things you should do while developing or maintaining certain applications. So you have a cheatsheet about Node.js security, about Docker, about PHP, GraphQL, Laravel, and so on and so on. So I'm pretty sure that if you should go to OVAS cheat sheet series, you will find a cheat sheet about security recommendations for your particular stack. And what is also important here is that apart from the fact that you are just getting the list of issues in certain system, you also get examples and packages and applications that you can use to mitigate or solve this kind of issue, which is very useful because in other ways you would have to search for it yourself. So the topic about the topic of this presentation, permissions policy, is a part of a broader topic which is called response headers. As you may know or not, I will try to explain how these headers work is that you have a server that will send these response headers to your client application like a browser and these response headers, what they will do is they will basically instruct the browser what it can do. So for example, we can restrict the access to only use HTTPS so that we will abort requests that are coming from HTTP. Marked with green on the topic of today's presentation and we can restrict the access, for example, to microphone or camera. And the last one, for example, we can fetch resources only from certain domain. Here comes cross-origin resource sharing, for example, or content security policy. So this is how these headers work in general. If we look at how they are implemented, they are native like server browser HTTP approach of having these headers. So how they will look is we will have a key which will be a name of the header, for example, content security policy, Xframe options and so on and so on. and then we will have the value, for example, max h and include subdomains, reload and stuff like that. So by having these headers, we can instruct the browser what it can do. So here we have HTTP security headers, like content security policy, Xframe options and so on. We have things like basic alf where we can instruct the browser that only someone who has credentials like username and password can access the website. otherwise they will be blocked and it's implemented more or less like this. And then we come to the topic of the presentation which is permissions policy. So permissions policy, this is the definition from Mozilla and developer website provides mechanism for web developers to explicitly declare what functionality can and cannot be used on a website. You can define a set of policies, permission policy that restrict what APIs the site's code can access or modify the browser's default behavior for certain features. These certain features can be geolocation, geolocation, can be access to microphone, access to camera and access to Bluetooth for example or access to native system things like battery, stuff like that. so we have a wide range of APIs that the browser natively has access to which could be disabled if needed. So as I mentioned what we can do with it we can change the default behavior of autoplay on mobile and third-party videos. We can restrict a site from using sensitive devices like the camera, microphone, speakers as I mentioned. Allow iframes to use the full-screen API we can modify it. We can stop items from being scripted if they are not visible in the viewport to improve performance. So as you can see we have a wide range of things we could do by utilizing the permissions policy API. And similarly to security response headers and basic health the approach here is very similar. We have a key of permissions policy in the headers and then we need to set it set the APIs and if we want to disable it we set this particular API name to empty brackets. This is how we instruct the browser that we do not allow for example microphone or geolocation. So what will happen is when the server sends such response headers to the browser like permissions policy for example geolocation equals empty brackets and in the browser in the client application we will try to access geolocation with this second script here a second code block navigate our geolocation get current position what will happen is that we'll get an error in the console saying that geolocation has been disabled in this document by permissions policy which is intended because this is these are the headers and permission policy that we have set for this document. so now we come to NAXT security as I mentioned in the beginning that we'll be speaking about NAXT for some time so as I mentioned I'm part of NAXT JS framework team which means that I'm responsible for maintaining and developing certain parts of the NAXT ecosystem so I'm the creator of NAXT security and NAXT security is basically a module for NAXT framework that configures your NAXT application to automatically follow OVASP security patterns and principles so at the beginning I showed you the list of common issues and I showed you the cheat sheet of things that you should consider securing while developing Node.js applications so what this module does is that without any configuration it allows you to or it modifies your app so that it follows this security recommendations so that your application is more secure by default but apart from the fact that it configures your app to follow these recommendations that is like half of the story I would say half of the functionality because in terms of security what is important is not only to implement these security recommendations but also to give users the flexibility of customizing them and enabling disabling certain security recommendations at will because in some cases the general recommendations might not apply so what this module does it configures the security response headers for example content security policy it comes with middleware that helps with request size and rate limiters to protect your app against attacks such as distributed or just regular denial of service we have cross-site scripting validation if someone tries to send malicious code to our backend part of the application cross-origin resource sharing where we can restrict from what origins we can fetch the data or assets allowed HTTP methods we can define that for example for certain endpoints we only want the get request to be used and others we don't allow and finally cross-site request forgery protect against unwanted state change by unaware users so now we come to the exercise the more practical part and it will be using next framework it will be using next security but don't be afraid you don't have to have a let's say broad knowledge of next framework it will be mainly about JavaScript and TypeScript and it still will be very very simple so don't worry about that so the idea of exercise if you like to do it on your own you can stop the video here so gern geschehen genau ich habe hier einmal den link seht jetzt hier oben einmal den wird er gleich weg machen und ich habe ihn hier auch einmal an die Tafel geschrieben der sieht relativ gleich aus und ich werde ihn auch einmal in den Chat für den Stream schicken und wenn ihr nette Leute neben euch habt den ich auch gerade geschickt habt, könnt ihr den von denen auch irgendwie abschreiben, eine Discord-Gruppe, hier, Marlon, Silas und so. Ne, Silas nicht, Entschuldigung. Genau. Da könnt ihr draufgehen und dann öffnet sich ein Browser-Fenster, also oder das ist schon offen, da gebt ihr den Link an. Und dann öffnet sich eine, ja, so eine Browser IDE, mehr oder weniger. Also ihr müsst dafür nichts installieren, ihr könnt einfach auf die Seite gehen und dann anfangen, Live-Code zu editieren. Und dann könnt ihr jetzt einfach quasi das mitmachen, was Jakob hier vormacht. Genau, ich spiele das Video mal weiter ab. Also ich würde empfehlen, das mitzumachen, es macht spass. And because I will be going through the list of what the exercise is about and I will be also going through this exercise step by step to show you exactly what needs to be done. So you can stop it here, do it yourself and then check what was the result or you can follow me to see it step by step. So the first point of the exercise is to go to this stackblitz. I prepared this repository with this interactive link so that you don't need to download anything. You just go to this link. It will open up a next JS application with next security module enabled and then it just runs. It just works. Then what we'll need to do is we will need to open browser devtools and inspect permissions policy headers for the root app document. We will basically show that the module works and the permissions policy is enabled. Then what we'll try is we'll try to enable camera and or geolocation access and observe console error coming from permissions policy. It will happen because permissions policy is automatically enabled for next with next security module and we will just observe that if we want to have access to browser microphone or camera or geolocation we won't be able to do it. The fourth step is about overriding next security configuration to enable camera access based on the documentation of the module. This is nothing really crazy and next security follows native browser and server approach doing things like this so it shouldn't be that difficult. And finally what we'll do is we'll observe browser alert pop-up about camera access permission. So in summary what we will do is we will go to the tablets we will inspect that the permissions policy is enabled we will try to enable access to the camera and geolocation we will see that we don't have access to it because it's blocked by permissions policy and then what we'll do as a final point we will overwrite the next security configuration to allow camera and geolocation and we'll just observe that from now on we can access the camera. Yeah. So let me just open this. So this is how StackBlitz will look like. So on the left side we have the application code and on the right side we have of the result in here it's a next application so it's like Vue.js so we have a Vue component that in the template important file we will be using today in here is next config.ts file and in here what you see is the configuration of NACS security module in here you can see already some configuration here but you don't need to worry about it this is just needed to enable StackBlitz because StackBlitz as an application web application by default blocks certain functionality so that is why we cannot use these things these headers in this particular example but in we have that it's not necessarily to go the in is is that it's 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 Vielen Dank. 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 ... 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 Da war noch so ein Befehl, Inam impersonate. Ist der interessant? Inam impersonate? Moment. Beim MS SQL Client? Genau. Check Logins, kann man impersonate? Ja, der ist auch auf jeden Fall interessant, wenn wir den mal ausführen. Dann sehen wir aber, dass wir nichts impersonaten können. Wenn wir etwas impersonaten können, dann gäbe es ein Account, wo es dann eine Relation gibt. Im Prinzip hätten wir dann die Rechte, unter einem anderen Account etwas vielleicht auf diesem Datenbank-Server oder auf einem anderen Datenbank-Server auszuführen. In dem Falle haben wir aber keine Rechte. Genau. Zurück zu XP-Dirtree. Wir können damit im Prinzip lokale Dateien auflisten. Was aber auch sehr interessant ist, wir können auch entfernte Dateien auflisten. Das heißt, so kann man nicht nur das lokale Datei-System listen, wir können sogar auch externe SMB-Freigaben listen. Und da kommt jetzt ein anderes Tool ins Spiel, und zwar Responder. Responder ist ein Programm, mit dem man im Prinzip Man-in-the-Mittel-Angriffe durchführen kann. Dabei kann man dann zum Beispiel SMB-Poisoning oder beziehungsweise LLMNR, MDNS und MBTNS-Poisoning benutzen. Dazu werden im Netzwerk automatisch Anfragen geschickt, weil Windows-Stand mäßig, wenn es zum Beispiel einen Hostnamen nicht kennt, wird es erstmal DNS fragen. Und wenn der DNS-Server den Namen nicht kennt, dann werden andere Prototypen benutzt, die eigentlich Legacy sind, aber immer noch benutzt werden. Zum Beispiel unter anderem LLMNR, MDNS oder NBTNS. Was jetzt hier aber ganz interessant ist, wir können gezielt eine Anfrage an einen beliebigen Server stellen. Zum Beispiel können wir, wie ich bereits erwähnt habe, das Tool Responder benutzen. Dazu starten wir einfach Responder auf diesen Parametern. So, mit minus I geben wir das Interface an. Das ist mein VPN-Interface. Mit minus V schalte ich den Verbose-Modus an. Und jetzt lauscht Responder auf allen möglichen Ports, unter anderem, was sehr interessant ist, SMB. Und hier sind die Poisoner für die Protokolle LLMNR, NWTNS, MDNS, DNS. Und im Prinzip lauscht jetzt Responder auf meine eigenen IP-Adresse nach allen möglichen Anfragen, die bei mir eingehen. Und jetzt kann ich zum Beispiel einfach hingehen und XP-Dirge wie benutzen, dazu mit backslash backslash eine SMB-Freigabe nutzen, statt einem lokalen Pfad. Und wenn ich jetzt hier meine IP-Adresse von meinem Rechner angebe und jetzt mal einfach irgendeinen Pfad angebe, der gar nicht existiert, zum Beispiel A, B, C, völlig egal. Wenn ich das jetzt abschicke, bekomme ich plötzlich das hier. Das ist der Hash des Nutzers SQL-SVC. Das ist der Service-Account, unter wem der MS-SQL-Dienst läuft. Service-Accounts haben meistens in Active Directory höhere Rechte als normale Accounts. Die können dann bestimmte Services ansteuern. Und so könnte man im Endeffekt zum Beispiel irgendwann hingehen und ein sogenanntes Silver-Ticket ausstellen. Das ist dann ein Ticket für Kerberos, nur für diesen SQL-Dienst. Und damit kann man dann diesen SQL-Dienst komplett impersonieren. Was wir jetzt hier auch machen können, wir haben jetzt hier ein NTLMV2-Hash bekommen. Das ist ein Hash, den wir nicht für Pass-the-Hash-Angriffe benutzen können. Also bei einem Pass-the-Hash-Angriff würde ich hingehen und genau diesen Hash eins zu eins nehmen. Und im Endeffekt, ja, dann versuchen, diesen an einen anderen Dienst weiterzureichen oder an einen Server und mich versuchen, dort zu authentifizieren. Allerdings haben NTLMV2-Hashes die Eigenart, dass diese noch andere, naja, Schutzmechanismen haben im Netzwerk, um halt eben diesen Angriffen vorzubeugen. Das heißt, diese Hashes haben zum Beispiel ein OTP, also ein One-Time-Pad, das sich sehr schnell ändert. Und dementsprechend kann man diesen Hash leider nicht einfach so weiterreichen. Das Einzige, was wir hier jetzt machen können, ist, diesen Hash zu knacken. Und dazu würden wir jetzt einfach diesen Hash hier zum Beispiel kopieren. Und dann hier eine Datei einfügen. Der Nutzer heißt SQL-SVC. Kann ich mir jetzt als Datei abspeichern. Naja, und jetzt kann ich einfach hingehen und diesen Hash knacken. Dazu kann ich zum Beispiel Hash-Get benutzen. Ich könnte auch JohnTheRipper benutzen. Das ist eigentlich völlig jedem frei überlassen. Zum Beispiel könnten wir jetzt hier schreiben. John-W-Usershare-Wordlist-Rocular-Text. Das ist der Standard-Ford unter Kali, jedenfalls, wo die rockio.text-Wörterliste liegt. Das ist eine Standard-Wörterliste, die aus geleakten Passwörtern besteht, die mir irgendwann bekannt geworden sind. Und in dem Fall gehen wir einfach mal davon aus, dass dieser Hash, dass das Passwort, das zu einem Hash gehört, möglicherweise auch drinsteht. Wir starten den Bootforce-Angriff und plötzlich wir sehen, okay, das hat funktioniert. Wir haben hier das Klartext-Passwort rausbekommen des Nutzers. Das Passwort-Lower-Titel reggy1234ronny. Und damit haben wir jetzt das Passwort von diesem Service-Account rausbekommen. Um das Ganze zu testen, das Ganze funktioniert. Zum Beispiel einfach eingeben, netexec. MS SQL geben den Nutzer an. Das ist jetzt wieder SQL-SVC. Und das Passwort, das wir gerade herausgefunden haben, ist dieses hier. Das geben wir jetzt an. Diesmal längst ohne den Befehl, den Parameter local-auth, weil dieses Mal ist das ein Domain-Account. Das heißt, wir melden uns nicht lokal auf dem Server an, sondern im Domain-Controller im Active Directory. Schicken das ab und wir sehen, kriegen ein Plus. Also, der Login funktioniert. Jetzt haben wir das Problem, was wir gesehen haben, dass hier eigentlich die Datum ziemlich leer ist und es eigentlich nichts Interessantes drin gibt. Und also könnten wir jetzt gleich auf die Idee kommen, okay, dieser Account existiert, wir haben Credentials. Möglicherweise klappt ja der gleiche Login auch auf anderen Diensten, weil Passwort Reuse ist immer gerne gesehen. Und gerade wenn es ein ID-Account ist, kann der Meister auf andere Dienste zugreifen. Also könnten wir jetzt vielleicht mal statt dem MS SQL-Dienst was anderes testen. Wir haben ja bereits gesehen, dass zum Beispiel SMB offen war am Anfang. Also gehen wir vom SMB an. Und wir sehen, das funktioniert auch. Wir haben auch noch beim Scan am Anfang gesehen, wo ist der Scan? Habe ich den noch offen hier? Ja, hier ist der Scan. Wir sehen zum Beispiel, okay, wir haben hier den MS SQL-Dienst auf 14.33. Wir haben den SMB auf 4.45. Was aber sehr interessant ist, wir haben 5.985 offen. 5.985 ist der Port für Win-LM. Das ist ein Remote-Management-Access-Port, den unter Windows benutzt wird, um aus der Ferne-Server zu verwalten. Ähnlich wie SSH unter Linux kann man über Win-LM eine Shell auf dem System bekommen und kann dann beliebig Befehle ausführen. Und jetzt können wir einfach mal testen, ob nicht vielleicht auch das Ganze für Win-LM funktioniert. Und dazu gehen wir vom SMB-Win-LM ein. Und wir sehen, ups, es funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt gerade verifiziert, dass dieser Account die Rechte hat, mit einem Win-LM-Service zu kommunizieren. Um von Linux aus eine Shell über Win-LM zu bekommen, können wir Evil-Win-LM benutzen. Und sozusagen die IP-Adresse mit einem minus I-Parameter an. Und können jetzt den User angeben, SQL-SVC und das Passwort mit minus P. Das Ganze mal testen und dann sehen wir, das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt eine Win-LM-Service auf dem Server und können Befehle ausführen, beliebig wie wir möchten. Und das Ganze verifizieren. Who am I? Da, wir sind SQL-SVC in der Domäne SQL. Und das heißt, wir haben jetzt Rechte, Befehle auszuführen als dieser Nutzer. Und damit können wir uns jetzt hier umschauen, zum Beispiel im C-Users-Folder. Da können wir zum Beispiel den Tree-Befehl nutzen, um einen Verzeichnisbaum aller möglichen Dateien zu bekommen. Wir sehen allerdings, wir haben zum Beispiel jetzt hier den User-Administrator, der eigentlich auf jedem Windows-Server vorhanden ist. Wir haben den User-Public, der recht uninteressant ist. Wir haben einen neuen Nutzer gefunden, Ryan.Cooper. Und das hier ist unser Nutzer aktuell, SQL-SVC. Allerdings sehen wir hier, dass wir keine interessanten Dateien haben. Sofern so gut. Wir können jetzt vielleicht ein Verzeichnis hochgehen, auf das C-Verzeichnis. Mal schauen, was hier Gutes gibt. Und da sehen wir zum Beispiel, was ganz interessant ist. Ungewöhnlicherweise haben wir hier den SQL-Server in C installiert. Normalerweise liegt dieser unter C-Program-Files-X86 und nicht in C direkt. Das ist eine Anomalie, die einem wahrscheinlich sofort auffallen sollte. Das heißt, wir können jetzt mal diesen Ordner anschauen. Mal schauen, was da so interessantes drin ist. Und da sehen wir, wir haben hier die .exe-File für die Installation. Wir haben einen SQL-Express.exe vom SQL-Server. Und wir haben einen Logs-Ordner, der sehr interessant sein könnte, weil gerade in Log-Dateien stehen manchmal fehlgeschlagene Anmeldeversuche drin oder vielleicht Version-Informationen über Dienste oder andere interessante Sachen, die gerade für Angreifer von großem Interesse sein können. Und jetzt sehen wir hier, wir haben einen Error-Log.Bug. Das klingt auch interessant. Also können wir uns einfach mal mit dem Cut-Befehl diesen Error-Log anschauen. Vor allem, weil er wahrscheinlich längst gelöscht sein sollte, da die Endung Backup enthält. Ist meistens ein Indiz dafür, dass er nicht da sein sollte. Und hier sehen wir jetzt jede Menge Logs. Wir müssen jetzt mal ein bisschen hochscrollen, vielleicht mal an Anfang scrollen. Dann sehen wir hier, wo der Server startet. Wir sehen diverse Datenbanken, die initialisiert werden. Wir sehen, dass die Passer-Policy upgradet wurde. Wir können auch sehen, dass die Database abgegradet wurde auf eine neuere Version. Ja, wir haben sehr viele Informationen in diesem Log. Und im Prinzip kann man jetzt sehr gut zum Beispiel... Das Ding ist, wenn man sich im Server anmeldet, muss man ja seinen Nutzer angeben und sein Passwort. Das Passwort wird nicht mitgeloggt. Aber manchmal geben auch Leute in das Nutzerfeld aus Versehen ihr Passwort ein, nachdem sie bereits einen Fehlgeschangen-Anmeldeversuch hatten. Und im Prinzip können wir jetzt nach Anmeldeversuchen suchen. Und sehen dann hier... Ach ja, das sieht interessant aus. Wir haben jetzt zum Beispiel hier einen Logon-Fehler, der geloggt wurde. Wir sehen hier, Logon failed for user sql.htb.rhyme.cooper. Reason, Password did not match. Das heißt, da hat jemand versucht, sich unter diesem Account anzumelden und hat sich vertippt. Das Passwort sehen wir natürlich nicht. Logischerweise in Error-Logs gehören Passwörter nicht rein. Die werden aus guten Gründen auszensiert. Allerdings haben wir hier einen nächsten Anmeldeversuch, wo wir plötzlich sehen, Login failed for user nuclear mosquito3. Das klingt nicht so ganz wie Nutzer, oder? Vor allem, weil wir hier auch gar nicht die Domäne davor stehen haben. Wir können jetzt zum Beispiel mit NetUser schauen, welchen Nutzer es auf dem Rechner gibt. Und da sehen wir, Ryan Cooper existiert, unser SQL SVC existiert, aber wir haben hier jetzt keinen Nutzer, der nuclear mosquito3 heißt. Das klingt auch irgendwie eher wie ein Passwort, oder? Also könnte man jetzt vermutlich davon ausgehen, dass vermutlich der Account Ryan Cooper aus Versehen sein Passwort als Benutzer angegeben hat. Um das Ganze zu verifizieren, können wir wieder das Tool NetExec benutzen. Und jetzt können wir den Nutzer Ryan Cooper angeben. Wir können wieder den Service WinRM benutzen. Möglicherweise kann der Nutzer ja auf den WinRM-Dienst zugreifen und versuchen einfach mal das Passwort nuclear mosquito3 als Passwort für diesen Account anzugeben. Und jetzt sehen wir, der Login funktioniert. Das heißt, wir können jetzt die nächste Shell holen als der User Ryan Cooper, können damit diesen Account impersonieren und haben damit rechte Befehle, als der Account Ryan Cooper auf dem Rechner auszuführen. Mit Evil WinRM kann ich mich wieder verbinden und wir sehen, okay, es funktioniert. UMI bestätigt, wir sind Ryan.Cooper. Und wir sind bereits in seinem C-Users-Folder und können dann mal schauen, was es hier so gibt an Dateien, auf die wir zugreifen können. Und da sehen wir, wir haben zum Beispiel auf dem Desktop die Datei User.Text liegen und unter Hack the Box ist das die sogenannte User-Flag. Das heißt, jede Maschine hat meistens eine User-Flag, eine Root-Flag. Ich brauche im Prinzip beide, um die Box abzuschließen. Das heißt, um diese Flag jetzt auszulesen, dann könnte ich jetzt einfach eingeben, Cut, Desktop, User.Text und da sehen wir dann, das ist der Hash für die User-Flag. Dann kann ich mir jetzt kopieren und hier bei Hack the Box dann hier einfach eingeben bei Submit User-Flag und dann haben wir dafür Punkte bekommen. Oder in dem Falle keine Punkte mehr, weil die Box alt ist und bereits retired wurde. Sonst dürfte ich doch das Ganze hier gar nicht präsentieren. Genau. Und damit ist im Prinzip der Foothold abgeschlossen. Wir haben Rechte als Ryan Cooper erhalten und jetzt würde es weitergehen. Ich würde jetzt als nächstes versuchen, dann Rechte als Administrator zu bekommen, weil im Endeffekt der Angreifer möchte die meisten Rechte haben. In dem Falle möchte er Administrator werden bei Windows, um halt eben alles Mögliche auf dem Gerät eventuell böswillig tun zu können. So. Und zwar können wir uns im besten Falle nochmal jetzt vielleicht mal mit whoami.com slash all anschauen, welche Rechte der Nutzer hat. Und wir sehen uns auf Privileges zum Beispiel. Okay, dieser Account kann eigentlich nichts Interessantes tun. Wir haben Standardrechte und können im Prinzip nichts Gutes tun. Die Zeit ist vorbei. Oh, das ist schade. Wir können auch eine Pause machen. Keine Ahnung. Also offiziell ist jetzt Mittagspause, damit das auch jeder mitbekommen hat. Das bedeutet, ich würde vorschlagen, wir machen auch einfach eine Pause. Und wenn Pascal Bock hat den Rest seiner Mittagspause noch hier zu verbringen und ein bisschen weiterzumachen, würde ich da sagen, machen wir die Fortsetzung im Anschluss. Okay, also wir machen jetzt schon mal inoffiziell weiter mit der Privilege Escalation, die noch fehlt. Genau, und um 14 Uhr geht es dann offiziell weiter mit dem Vortrag von Silas Kämpchen. Da ist die Matrix, ganz wichtig. Okay, so, ich hoffe, die Shell läuft noch. Ja, okay, wunderbar. So, das ist die falsche Shell. Genau, wir hatten jetzt eine neue Shell als User RyanCouponsgold über das Passwort, das im Klartext in der Logdatei drin zu finden war. Und jetzt sehen wir auf jeden Fall, wenn wir uns die Gruppen hier anschauen, mit WMI-All, wir können auch zum Beispiel WMI-Group angeben, dann sehen wir zum Beispiel hier eine interessante Gruppe, das wäre dann hier Certificate Service DECOM Access. Das ist eine Gruppe, die über DECOM auf den ADCS-Dienst zugreifen kann. Windows benutzt zum Beispiel ADCS, das steht für Active Directory Certificate Services. Das sind also Zertifikate, die ausgestellt werden über eine CA. Und das kann man ausnutzen, um zum Beispiel einen anderen Nutzer zu impersonieren. Und dann jetzt nochmal mal anschauen. Wir können auch uns nochmal kurz den NLAP-Scan anschauen vom Anfang, wenn ich ihn gerade noch hier offen habe. Er sollte hier sein. Ja, und hier sehen wir jetzt zum Beispiel, ja, hier sehe ich jetzt leider nicht, dazu hätte ich dann den Service-Scan aktivieren müssen, aber normalerweise könnten wir zum Beispiel auch beim LDAP-Dienst sehen, dass da ein Zertifikat hinter steckt, was dann auch gerade schon gerade am Anfang bei dem ersten NLAP-Scan darauf hindeuten kann, dass wir zum Beispiel hier einen ADCS-Dienst haben. Um das Ganze dann nochmal, ja, zu verifizieren, könnten wir auch zum Beispiel das Tool Certify benutzen oder Certify. Wir können jetzt zum Beispiel Certify benutzen. Und dazu können wir zum Beispiel den Head-Befehl benutzen und sehen dann, okay, wir können zum Beispiel den Find-Befehl nutzen, um denn mal zu schauen, was es denn da so beim ADCS-Dienst gibt. Und da werden wir jetzt einfach mal diesen Befehl benutzen. Wir geben einen Certify-Find, geben den Namen Ryan Cooper an, mit dem Passwort, das wir gefunden haben. Als Target setzen wir den Domain-Controller. Und Moment, bevor das funktioniert, muss ich mal ganz kurz die Etsy-Host-Date anschauen, weil das Problem ist, ADCS braucht DNS-Auflösung, sonst klappt das Ganze nicht. Das heißt, müssen wir schauen, die IP, die passt. Wunderbar. Und wenn ich das jetzt angebe, dann suchen wir mit diesem Befehl nach, ja, im Endeffekt Zertifikat-Templates, also Vorlagen beim ADCS-Dienst, womit wir uns ein Zertifikat ausstellen lassen können für einen anderen Benutzer. Okay, das hat funktioniert. Und wir sehen schon, Certify hat hier eine CA gefunden, also eine Certificate Authority, die Zertifikate ausstellen kann. Die CA heißt in diesem Falle SQL, die CCA. Das hier ist der DNS-Name des Computers. Und wir sehen jetzt hier, okay, die Permissions, wer kann denn eigentlich Zertifikate ausstellen, also Enroll, Access Rights. Und da sehen wir Authenticated Users, was bedeutet, dass jeder Nutzer Zertifikate ausstellen kann. Und wir sehen auch schon, wir haben eine Certificate Authority, Template gefunden, die auf dem ADCS-Dienst existiert, namens User Authentication. Und hier sehen wir, dass wir, ja, im Prinzip mit diesem Template uns einfach ein Zertifikat ausstellen lassen können. Und wir sehen noch hier, was wir dann machen können. Wir sind Domain User, wir sind noch kein Administrator. Wir haben Enrollment Rights. Und wir können hier Object Control Permissions sehen, im Endeffekt, was dieses Zertifikat machen kann. Und hier sehen wir zum Beispiel Right Owner. Das heißt, wir können jetzt einfach, ja, den Administrator impressionieren. Und wir sehen auch hier, dass eine Schwachstelle gefunden wurde, nämlich eine bekannte Schwachstelle namens ESC1. Und da steht, dass die Domain User, wir können enrollen. Und damit können wir einfach das Subject, also quasi den Usernamen für dieses Zertifikat selbst angeben. Das heißt, wir können da alles reinschreiben, was wir wollen. Wir können sagen, okay, stellen wir ein Zertifikat aus, für den Nutzer Administrator. Und das würde funktionieren, weil eben diese Template nicht ordentlich gesichert ist. Ja, und dazu würden wir jetzt einfach mal kurz online nachschauen, wie wir diese bekannte Schwachstelle ESC1 ausnutzen können. Also mal nach ADCS, ESC1. Und da finden wir auch schon hier was Schönes bei Hacktricks. Eine wunderbare Website, die ich nur empfehlen kann. Wir haben schon gesehen, wir haben ESC1. und hier sehen wir, wie man es ausnutzen kann. So, dazu können wir zum Beispiel Certify Find benutzen, was wir jetzt gemacht haben, um herauszufinden, dass der Dienst dafür angreifbar ist. Um das Ganze auszunutzen, können wir diesen Befehl für Certify Request benutzen, also REC, um ein Zertifikat für den Nutzer auszustellen. Also würde ich jetzt einfach mal diesen Befehl hier nehmen. So, den Nutzer, den wir bereits kontrollieren, der über diese Rechte verfügt, ist genau wieder der gleiche Nutzer, Ryan Cooper, mit dem Passwort, was wir bereits gefunden hatten. Nuclear Mosquito 3. Als Target geben wir den gleichen DC an. Nämlich DC SQL HTB. Die CA, die wir bereits gefunden hatten, lautete, wo ist der CA-Name? Da, SQL DC CA ist der CA-Name. Und die Template ist, die Template hier ist Use Authentication. Also gebe ich hier Use Authentication an. Das hier ist der UPN. Das ist quasi ein, ja, ein Alias für diesen Nutzer, den wir dann impersonieren wollen. Und wir wollen natürlich Administrator werden, der Nutzer, der die höchsten Rechte im ganzen Active Directory hat. Und da geben wir dann als Add den Domain-Namen an, und der heißt SQL.htb. So. Einziges Problem ist, wir haben nicht die Zeit synchronisiert. Oh, Host Connection Timed Out. Moment, können wir den Namen auflösen? Ja. Okay, interessant. Das könnte jetzt zum Beispiel ein Zeitfehler sein. Das ist auf jeden Fall wichtig, bei ADCS die Zeit zu synchronisieren, weil wenn ich ein Zertifikat ausstelle, dann ist oftmals auch die Millisekunde entscheidend darüber, ob der Server das annimmt oder nicht, weil das Ganze bei Kerberos funktioniert. Und Kerberos stellt Tickets aus. Und wenn der ClockSkew, also die Zeitdifferenz, die Sekunden nicht passt mit dem Server, dann wird das Ganze abgelehnt. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall die Zeit synchronisieren. Dazu würde ich erstmal ganz kurz den System-D-Time-Sync-D-Service stoppen, weil dieser setzt uns mit der Zeit zurück immer wieder über NTP. Und jetzt kann ich einfach mit NTP-Date die IP angeben des Servers, und jetzt kann ich die Zeit synchronisieren. Und jetzt sehen wir gleich, dass sich vielleicht die Zeit ändert, oder vielleicht auch nicht. Ah, wir haben jetzt 9.40 Uhr abends. Die Zeit hat sich geändert. Und jetzt den gleichen Befehl nochmal ausführen. Dann sehen wir... Ah, Net-Bios-Connection-Timed-Out. Das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass die DNS-Holfe nicht funktioniert. In dem Falle sollte sie eigentlich funktionieren. Das ist interessant. Wir können auch stattdessen mal die Etsy-Resolve-Conf anpassen, um den DNS-Server auf den Server des Domain-Controllers zu setzen. Dazu würde ich einfach die Originalen hier drin lassen. und den Server der Box davor setzen. Das heißt, dann wird sofort erstmal dieser Server abgefragt. Und erst danach werden dann die echten DNS-Server hier von der Hochschule abgefragt. Und jetzt klappt die Auflösung. Das ist wunderbar. Und wenn ich jetzt mir für jede ausführe, dann hat es funktioniert. Wir haben erfolgreich ein Zertifikat für den Administrator bekommen. Und das Zertifikat ist abgespeichert worden als Administrator.pfx. Das ist eine Zertifikatsdatei. So. Und wenn wir jetzt hier weiter schauen, dann sehen wir jetzt, okay, wir können jetzt dieses Zertifikat benutzen, um uns quasi beim ADCS-Dienst zu authentifizieren. Das heißt, wir geben ihm das Zertifikat und bekommen dafür in dem Falle einen Hash-Wert zurück, der dann vom Kerberos-Dienst, also im Prinzip, wir fragen ein Zertifikat an, beim ADCS-Dienst. Darüber wiederum können wir ein Kerberos-Ticket ausstellen. Dieses Ticket benutzen wir, um uns zu authentifizieren und bekommen als Antwort vom Domain-Controller einen Hash-Wert zurück. Dieser Hash-Wert ist dann allängst ein NTLM-Hash, also kein NTLM-V1 oder V2-Hash und diesen Hash können wir für Pass-the-Hash-Angriffe benutzen und können dann uns damit anmelden. Das heißt, dafür nutze ich einfach jetzt diesen Befehl, certify-auth, gibt da unser, ja, die pfx-Datei an, die gerade erstellt wurde, nutze als Administrator, Domain ist weiterhin SQL.htb und die DC-IP in dem Falle wird eine IP-Adresse benötigt. Da kann ich keinen DNS-Namen benutzen, weil intern wiederum eine DNS-Lauflösung passiert. Jetzt versucht sich gerade certify beim, ja, beim ADCS-Dienst zu authentifizieren und damit der Antwort wiederum beim Kerberos-Dienst ein Ticket zu bekommen, also ein TGT. Das ist ein Ticket-Granting-Ticket. Das wird dann gespeichert und dann wird beim Kerberos-Dienst die Authentifizierung durchgeführt und ich kann dann als Antwort vom Kerberos-Dienst den Hash bekommen des Benutzers. Und das ist hier gerade passiert. Wir haben jetzt ein NTLM-Hash des Nutzers Administrator bekommen und diesen Hash kann ich jetzt für Pass-the-Hash-Angriffe benutzen, weil dieser eben nicht über die Sicherheitsvorkehrungen verfügt, die in dem Fall NTLM-V2 oder NetNTLM-V1-V2 hat. Das ist ein ganz normaler NTLM-Hash, dieser Partie hinten. Also das ist der NT-Hash und das hier ist der LM-Hash. Und jetzt kann ich zum Beispiel wieder IWNM benutzen. Als Nutzer gebe ich Administrator ein und statt der P-Flag nehme ich dieses Mal die H-Flag, das ist ein großes H und gebe dann diese Hash-Summe hier an, kann mich dann anmelden und bin Administrator. Damit haben wir jetzt im Prinzip ja, diesen Server und damit auch das gesamte Active Directory geowned. und wir haben die maximalen Rechte Zugriff auf alle Geräte in diesem Forest. In diesem Fall hat dieser Forest aber nur einen Rechner und das ist dieser hier. Da können wir uns die Dateien beim Administrator anschauen und sehen, dass da die Rot-Flag liegt im Desktop. Kann ich mir jetzt ausgeben lassen mit Cut Desktop root.text und da ist der Hash-Wert, den kann ich jetzt bei Hackbox einreichen und damit ist die Box abgeschlossen. Ja, gibt es irgendwelche Fragen? Ich glaube nicht. Gut, ich hoffe, es war trotzdem interessant, mal zu sehen, wie so ein Hacking-Angriff abläuft. Ja, ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Alles klar. Gut, dann Pascal, vielen Dank nochmal. Und jetzt ist ja auch demnächst die Pause vorbei und nach unserer Pause geht es direkt weiter, als Sie das kämpfen. Sie das arbeitet bei der Avado GmbH und das ist ein Wirtschaftsprüfung und Beratungsunternehmen. Da fragt man sich natürlich im ersten Moment, ja, was hat das jetzt mit Security zu tun? Machen wir nicht irgendwas mit Sicherheit? Naja, wenn man dann über die Schiene Compliance kommt, geht das ganz, ganz schnell mit der Sicherheit. Wir hatten heute Morgen im Podium ja auch schon die Debatte, was ist denn in der Pipeline, was wird in den nächsten Jahren passiert? und da fiel auch das Stichwort NIST 2. NIST 2 ist so eine Richtlinie, hieß es. So, das wird dann jetzt demnächst mal irgendwie umgesetzt und genau zu diesem Thema haben wir dann heute den SINAS. Oh, ich bin auch angeschlossen. Genau, wir haben jetzt hier noch den Ludger gerade frisch dazu bekommen. Der hat auch noch eine gute Botschaft zu verkunden. Ja, hallo, ich bin ein bisschen unglücklich, ich fange so an, unglücklich, dass die Veranstaltung jeder jungen GI quasi parallel zur SKILL stattfindet. Die SKILL, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist die Studierendenkonferenz Informatik, die läuft nach unten. Dort präsentieren ausgewählte Studierende ihre Beiträge, das machen wir jedes Jahr schon, immer im Rahmen der Jahrestagung und wir versuchen dann auch immer unsere junge GI zusammenzubinden mit den SKILL Studierenden und deshalb wollte ich euch dazu einladen, heute an der Abendveranstaltung der SKILL vorbeizukommen, dass man zusammen auch ins Gespräch kommen kann mit den anderen Studierenden. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr statt in der Gerichtsstraße 2. Ich glaube, Tagwerk heißt das Ding. Die liegt Tagwerk. Steht aber auch im Programm. Also ihr werdet das wahrscheinlich finden. Okay, das war jetzt nur meine kurze Botschaft. Genau, also es geht da um Speis und Trank und ein bisschen Networken mit jungen Leuten. Die Veranstaltung wird auch gesponsert, das heißt, frei essen, frei trinken. So, darauf wollte ich hinaus. Ich habe auch in der Zwischenzeit ein bisschen herausgefunden, wieso das möglicherweise unter anderem mit dem Stackblitz nicht so funktioniert hat. Diese Permissions API ist was sehr, sehr Neues. Also es gab vorher die Feature Policy und jetzt gibt es die Permission Policy und die ist aktuell, wenn ich auf Can I Use gehe, von Chrome unterstützt. Also ich nehme an, dass die meisten das wahrscheinlich in Chrome ausprobiert haben. Vielleicht war der eine oder andere auf Firefox. Ah ja, okay, genau. Ja, dann, ach schön, dass so viele Firefox gewinnen. Die coolen Kids, ja. Ja, haben nur das Problem, dass sie nicht von Google developed werden hier. Naja, okay. Ich habe eine Kopie von dem Projekt gemacht. Können wir vielleicht später heute Abend, wenn da noch Bock besteht und ihr nicht Free Food und Drinks haben wollt, können wir da noch das alles angucken. Also es läuft jetzt in Chrome in einer geforkten Sandbox. Noch so ein kleiner Werbeblock für zwischendrin, solange die Technik hier noch fertig gefixt wird. Ihr habt vielleicht schon gesehen, wir haben da so kleine Postkärtchen auf den Tischen liegen. Das ist eine Einladung zu unserer Argumenta. Also der Grund, warum ich hier eigentlich bin, ist, weil ich den lieben Jonas kennengelernt habe in unserem schönen Flip.hacker Space in Kassel. Und da werden wir dieses Jahr eine neue, hoffentlich dann jährlich, eine jährliche Veranstaltung starten, nämlich unsere Argumenta. Genau. Ihr findet alle Details auf der Postkarte und ansonsten Argumenta.de. Und ich glaube, Silas, bin bereit. Alles klar, dann denke ich. Viel Spaß. So, ich habe jetzt gesagt, ich bin bereit. Stimmt gar nicht. Ah, jetzt bin ich bereit. Ja, ich darf heute zum Thema NIS-2-Richtlinie und deren Beitrag zur digitalen Souveränität in Deutschland berichten. Ich wurde ja schon nett anmoderiert. Was hat das mit Sicherheit zu tun? Das ist mit Sicherheit das Thema wie richtig betroffen Compliance. Vielleicht vorab. Was haben wir heute vor? Jetzt ist NIS-2 vielleicht nicht jedem ganz geläufig. Darum einmal kurz. Worum geht's? Ja. Ach, ich stehe direkt hier. Danke. Das geht auch so. Worum geht's? Wie ist die aktuelle Situation? Wie kommt es überhaupt zu so einer Richtlinie? Dann wäre es davon betroffen? Und das ist bei NIS-2 und wie es ja oft so auf Europaebene ist, auch der Knackpunkt, wie stehe ich denn fest, dass ich betroffen bin? Das ist nämlich gar nicht mal so trivial. Und dann geht's im Zweifel ans Eingemachte. Was muss ich denn dann machen? Als Unternehmen, als Institution, ähnliches. Ja, und dann eben ein kleines Fazit, was das denn für einen Beitrag leisten kann. vielleicht zu Anfang, wer bin ich? Mein Name ist Silas Kempchen. Ich bin Leiter der IT-Spezialisten im Bereich Prüfung und Beratung bei der Avado Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wo ich ja net schon anmoderiert. Zu meinem Hintergrund, ich bin seit 2012 im IT-Audit unterwegs, wo wir uns natürlich sehr intensiv mit IT-Sicherheit, den ganzen Fragestellungen drumherum, mit Unternehmen aller verschiedlichen Branchen beschäftigen. Ja, hab da quasi, ich würde schon fast sagen, einmal so den Querschnitt der deutschen Wirtschaft durchgezogen. Dementsprechend behaupte ich von mir, dass ich das ein oder andere schon gesehen habe. Wo komme ich her? Kurzer Werbeblock, die Avado. Müssen wir gar nicht lange darauf eingehen. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft deutschlandweit tätig im Netzwerk mit dem Genoverband. Genoverband lässt darauf schließen, wo kommen wir her? Genossenschaftliches Umfeld ist unsere Grund-DNA an neuen Standorten über 2000 Mitarbeiter. Also wir sind schon kein kleines Haus mehr. So, dann geht's los. Das sind zwei Grundlagen. Ja, jetzt könnte man sich vorstellen, EU-Regulatorik regelmäßig, naja, haben wir viel zu tun, viel Papier. Hier etwas anders. Tatsächlich geht's hier in die echte, reale Umsetzung von IT-Sicherheitsanforderungen, die auch, weil man nicht wollte, dass es als Papiertiger endet, doch in der Realität sehr stark sanktioniert werden und vor allen Dingen, und das ist der spannende Teil, die Geschäftsführenden aktiv in die Pflicht nimmt. Das ist etwas, was vielleicht neu ist, weil viele Geschäftsführer, für die ist das Thema IT oder IT-Sicherheit vor allen Dingen primär ein Kostenblock und das ändert sich immer genau dann, wenn man denen sagt, wenn ihr das nicht macht, kommt ihr in eine persönliche Haftungssituation. Da werden die meisten Leute dann doch sehr aufmerksam und sagen, oh, vielleicht sollte ich dann da was machen. Dementsprechend ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, der Gesetzgeber hat da genau den richtigen Weg gefunden. Wie bekommt man Unternehmen dahin, etwas zu tun, was man möchte, indem man den Leitenden in diesem Unternehmen ans persönliche Säckel geht und dann werden die nämlich sehr kooperativ, um das negativ auszudrücken. Es ist nicht so, dass jede Unternehmensleitung sagt, IT habe ich keine Lust drauf, sondern, dass das dann für die harten Fälle so ist. Das Thema ist in Deutschland, ich sage mal, druckfrisch. Wir ringen gerade im Gesetzgebungsverfahren damit, das Thema durch die Tür zu kriegen. Der Referentenentwurf liegt vor, die Vorfrist der EU war 17. Oktober. Das werden wir wohl reißen. Also, Vertragsstrafen werden kommen. Aktuell ist es so, dass dann die Inkrafttretung vermutlich im März 2025 stattfindet. Ja, warum machen wir das denn eigentlich so? Ich stelle gerade fest, man kann das hier gar nicht lesen. Ja, brauche ich hier, glaube ich, vor dem Kreis nicht. Ja, bitte. Network and Information System Guidelines, also Leitlinie. Es gibt auch eine NIS 1 schon, die ist aus, ich meine, 2015. Die hat in Deutschland damals oder in der EU unter anderem das kritische Infrastrukturengesetz begründet und NIS 2 erweitert diesen Anwendungsrahmen jetzt deutlich. Guter Hinweis, habe ich vergessen. Ja, die aktuelle Cybersicherheitslage muss man ja nicht irgendwie groß thematisieren. Der Vollständigkeit halber steht es hier drauf, es ist nun mal ein sehr aktuelles Thema gerade. Also Bedrohungslage so hoch wie noch nie. Jeder redet darüber, wir haben gerade gesehen, wie einfach es gehen kann. Das ist ein Thema, da sollten sich die Unternehmen doch wesentlich mit beschäftigen. Und daher kommt dann auch der Druck, es wirklich zu tun. Ich begrüße das sehr, weil ich seit Anbeginn meiner Tätigkeit den Unternehmen erzähle, ihr solltet das machen. Das ist kein Selbstzweck, also, sondern das ist ein Wettbewerbsvorteil, daran zu gehen. Ohne Druck passiert da teilweise nicht viel. Dementsprechend begrüße ich, dass man jetzt da auch mal einen gesetzlichen Rahmen geschaffen hat. Ja, und was sagte ich, also hier sind ein paar Unternehmen, die man der öffentlichen Presse unternehmen kann, die in den letzten Jahren irgendwie Opfer von größeren Cyberangriffen gewesen sind. Man sieht, da stehen jetzt nicht nur irgendwelche kleinen Mittelständler, die es irgendwie auch so nicht schaffen drauf, sondern das sind auch wirklich große Namen und auch lohnende Ziele. Dementsprechend zeigt das mehr und das ist nur ein Auszug. Das ist das, wenn man einfach mal wer es in den letzten zwei Jahren bei Google eingibt, dann fallen die in den ersten Ergebnissen raus. Es gibt noch Seite bis 500. Also, da finden einige sich vor. Genau. So, das war es mit der kurzen Einführung. Dann gehen wir direkt ans Eingemachte, Betroffenheit. Wer ist es denn eigentlich? Die NIS-Zwei-Richtlinie ist in zwei Anhängen oder wird um zwei Anhänge ergänzt, die die Sektoren betreffen, für die diese Richtlinie anwendbar ist. Man erkennt vielleicht in Anhang 1, also die kritischen Sektoren, davon sind einige auch von der kritischen Infrastruktur betrachtet. Das ist links auch so oder ja, links, aber die kennt man, das sind, ich sage mal, die Basisversorgung, bis jetzt vielleicht der Weltraum. Da können wir sich die Frage stellen, ob das schon zur Basisversorgung gilt, aber noch nicht. Die sonstigen wichtigen Einrichtungen oder die weiteren betroffenen Sektoren in Anhang 2, da findet man eher so das, was wir brauchen eigentlich in unserem, ich sage mal, Wirtschaftszusammenleben, in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben, wo man sagen würde, wenn Unternehmen, die da namenhaft sind, in dem Bereich zusammen- oder wegbrechen, dann würden wir vielleicht auch eine gesellschaftliche Delle erleiden. Ich gehe jetzt nicht auf jeden dieser Sektoren sehr tief ein, aber zu dem einen oder anderen kann man was sagen, was vielleicht ganz spannend ist. Energie ist klar, warum das irgendwie für uns wichtig ist, was davon betroffen ist. Tatsächlich ist hier parallel dazu gilt auch immer noch die kritische Infrastrukturenverordnung, wo noch weitere Anlagenkategorien genannt sind. Hier ist es nur so, dass man sagt, das ist jetzt die klassische Basisversorgung, wo wir auch mit niedrigeren Schwellenwerten dran wollen. Kritis hat relativ hohe Schwellenwerte, die man erreichen muss, bis man darüber kommt. Hier sind die Grenzwerte sehr gering, werden wir gleich sehen, aus unternehmerischer Sicht. Transport und Verkehr, ich meine, ist klar, brauchen wir, will ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Was jetzt hier nicht drin ist, könnte man darüber streiten, ob das so sinnvoll sein müsste, wäre die Straßenlogistik. In unserer heutigen Welt würde ich fast behaupten, wenn wir den Schienen, den Schiff und den Luftverkehr benötigen, bräuchten wir vielleicht auch die LKWs, die den Rest von diesen Verteilungszentren dann auch woanders hinbringen. Ist jetzt hier nicht so drin, sondern mit Straßenverkehr quasi nur Verkehrsregelungssysteme, Mautsysteme, solche Thematiken. Die Kreditinstitute, die sind ja per se aus zig Richtungen reguliert, da braucht man gar nicht viel zu sagen, außer, dass hier eigentlich korrespondierend dazu die DORA vor Ort gilt, für die Finanzinstitute, die eigentlich den gleichen Inhalt hat und auch als Lex Spezialis NIS II übersteuert, bis auf Meldepflichten gegenüber dem BSI. Aber in der Regel sind Banken an der Themen uninteressant. Gesundheit, könnte man sich schon vorstellen, dass das für uns doch relevant ist, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt gerade anguckt, also ich weiß nicht, Kinder, ob das hier schon so ist, ich habe zwei kleine Kinder, aktuell haben wir massive Probleme in der medizinischen Versorgung, also Antibiotika für Kinder, Engpass, kann man tatsächlich teilweise einfach nicht kaufen. Das ist natürlich schon ein Problem, wo man sicherstellen müsste, dass diese Versorgung auch irgendwie da ist, gibt es auch in der kritischen Infrastruktur, aber auch unter anderen Stellenwerten. Wasser, ähnlich, ist klar. Hier wird es dann interessant, weil man tatsächlich sich auch mal daran gewagt hat, doch die neuere Infrastruktur abzusichern. Wie man sieht, das sind jetzt wahrscheinlich Begriffe, die ich in dem Kreis nicht sonderlich näher erläutern muss, was ich aber ganz spannend finde, ist, wenn man hier unten ankommt, Managed Service Provider. Davon gibt es nämlich aktuell jede Menge, die aus dem Boden schießen, die irgendwie gar keiner Regulatorik folgen und wo aber Unternehmen sehr, sehr, sehr viele Assets hin verlagern und da sollte man sich dann doch mal die Frage stellen, welche Angriffs-Szenarien können wir denn da haben und sind die denn eigentlich sicher und hier kommen wir dann darauf, wenn das ein Vertrauensdiensteanbieter irgendwie sich absichert, geht man mal davon aus, dass das deren intrinsische Motivation ist. Ja, die Bundesverwaltung, das ist mein, also ich finde es ein bisschen ärgerlich, tatsächlich gibt die NIS-Zwei-Richtlinie die Möglichkeit, auch die kommunalen Bereiche mit zu erfassen, das ist aber ein Kant-Kriterium für die nationale Umsetzung, das hat sich dann unsere Bundesregierung überlegt, dass das nur auf Bundeskörperschaftsebene stattfindet, also sprich die Landesverwaltung oder die Bundesverwaltung selber, kommunale nicht. Wenn man jetzt mal die Presse aufmacht und entsprechende Schlagwort reingibt, stellt mal fest, wer ist denn dauerhaft Angriffsopfer? Die kommunale Verwaltung, das ist ja einfach so. Da gibt es dann relativ viele Ausrahmeregelungen noch, also tatsächlich Bußgeldvorschriften gelten ja irgendwie nicht, weil der Staat sich nicht selber in die Tasche greifen möchte. Da kann man dann jetzt gerade zum Thema digitale Souveränität darüber sprechen, ist nicht gerade die staatliche Verwaltung das, was wir schützen müssten, um diese Souveränität erreichen zu können. Der Weltraum oder besser gesagt der Nicht-Weltraum, weil hiervon ist nämlich nur erfasst, was wir am Boden dafür machen, also Startrahmen, Raketentechnik, wie gesagt, in der Realität nicht der häufigste Fall. Genau, Post- und Kurierdienste, eigentlich auch relativ unkompliziert oder unspannend. Abfall, man mag es sich nicht vorstellen, Abfall ist doch sehr wichtig, wenn der sich nämlich in den Straßen türmt, werden die Menschen erstens krank und zweitens auch unglücklich. Was hier ganz spannend ist, es gibt, deswegen steht es hier so drauf, in unserem Mandantenkreis recht viele Unternehmen, die Fläche für Abfall zur Verfügung stellen. Das ist davon nicht betroffen, sondern das sind dann wirklich städtische Abfalldienste. Die chemischen Stoffe. Ich weiß nicht, wer aufmerksam war, am Anfang hat man gesehen, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass in Deutschland ca. 30.000 Unternehmen betroffen sein werden. Es stellt sich mittlerweile raus, dass es doch wahrscheinlich deutlich mehr werden. Unter anderem wegen so einer herrlichen Definition, ich habe das hier reinkopiert, das ist aus dem Gesetzestext, original. Wenn man sich jetzt mal guckt, was ein Stoff ist, das ist laut dieser Definition quasi alles. das ist ja einfach nur eine gute chemische Basiskombination. Daraus bestehen wir irgendwie, also Kohlenstoff. Also könnte man jetzt sagen, ist irgendwie relevant. Dann hat man das auch gemerkt, dann hat das dann unten in diesen NAIS-Listen, das sind die europäischen Wirtschaftszweig- Statistik-Listen, hat man das dann ein bisschen konkretisiert. Aber da sind auch relativ viele drin. Ein recht prominentes Beispiel ist ein Hersteller von Kinderspielzeug, wo man jetzt sagt, das ist jetzt nicht das Thema. Ja, leider muss der aber einen ganz speziellen Lack haben, den er für sich selber macht, damit das für Kinderspielzeuge ist. Das heißt, der stellt chemische Stoffe her und das auch in einer signifikanten Größe. Dann wird er auf einmal als Kinderspielzeughersteller relevant. Lebensmittel, das ist eigentlich selbsterklärend. Klar, der Sektor Ernährung, kritische Infrastrukturen, schon immer ein wesentlicher. Aber hier zeigt auch, also kritische Infrastrukturen gibt es seit 2015 eine Kritis-Verordnung. Ich habe damals miterlebt, wie viele Unternehmen sich das schön gerechnet haben, also um nicht erfasst zu werden, weil die Schwellenwerte auf Standorte verteilt haben, etc. Dann hat die Bundesregierung das gesehen, hat sie gesagt, nee, zentrale IT, rechnet mal zusammen. Dann wurden schon ein paar mehr betroffen, aber die Schwellenwerte waren schon immer noch recht hoch. Das hat man jetzt hier angepasst und vor allen Dingen, was unter Lebensmitteln fällt. Und wenn man sich das da durchliest, ist das alles, was wir uns als Erwachsener, das gehe ich jetzt mal mit vernunftsgemäßen ermessen, in den Mund stecken und runterschlucken würden. Das ist ein Lebensmittel. Und da fällt eine Menge rein. Also kritische Infrastrukturen zum Beispiel hat Alkohol ausgeschlossen. Alkohol entspricht dieser Definition. Außer, was explizit nicht da drin ist, sind psychogene Substanzen, Tabak und solche Sachen, die fallen nicht unter Lebensmittel. Genau. Kommen wir gleich aber nochmal darauf zurück. Dann Medizinprodukte, das ist auch relativ klar, was hier ganz interessant ist. Datenverarbeitungsgeräte in dem Bereich, die gerade nicht so relevant sind, also die bisher ja eigentlich machen konnten, was sie wollten. Gerade so, ich sage mal, das Thema IoT, wenn man jetzt hier die neueren Träger-Beatmungsmaschinen hat, die sich zentral steuern lassen etc., ist schon ein relevantes Sicherheitsrisiko für die Patienten, dass, wenn die nicht abgesichert werden, nicht, dass ich sagen will, dass die das nicht sind. Aber das sind so Anwendungszwecke, wo man sagt, das wird auch digitalisiert gerade. Deswegen macht das schon Sinn. Und die sind in so einer Nails-Liste ein bisschen genauer definiert. Genau. Interessant, hier kommen wir gleich vielleicht auch nochmal drauf, sind auch das gesamte Herstellen der Gewerbe entsprechend dieser Wirtschaftszweigliste. Das ist ein sehr breites Spektrum in Deutschland. Also wenn man sich vorstellen kann, steht da drauf, Kraftwagen, was ist einer der größten Wertschöpfungstreiber in Deutschland, ist die Automobilbranche und deren Zuliefererbetriebe. Die werden da wohl irgendwie alle reinkommen. Haben die sich stark gegen gewehrt, ist tatsächlich durchgegangen. Dann, das hier auch ganz interessant für dieses Thema Startups vielleicht, weil sowas stampft sich ja auch relativ schnell aus dem Boden, gerade diese Online-Marktplätze, dass die, sobald die da in die Grenze kommen, sofort mit erfasst werden und die entsprechenden Anforderungen haben. Und Forschung, das sind private Forschungsinstitut, haben wir in der Corona-Pandemie genug von kennengelernt. Allerdings sind die jetzt hier nicht der wesentliche Punkt. So, jetzt rede ich die ganze Zeit von Grenzen. Das sind sie. Man stellt fest, 50 Mitarbeiter oder Jahresumsatz oder Bilanzsumme größer 10 Millionen Euro. Das klingt vielleicht viel, aus unternehmerischer Sicht ist das sehr, sehr wenig. Also die Grenze ist wirklich niedrig gesteckt. Also wer im Lebensmittelbereich irgendwas macht und da nicht über die 10 Millionen kommt, der wird auch für uns nicht merklich sein, wenn er vom Markt verschwindet, weil er angegriffen wurde. Aber das geht relativ schnell, dass man da auch über 10 Millionen Euro Umsatz kommt. Nicht Gewinn, sondern Umsatz. Und das passiert doch recht schnell. Ja, bitte. An der Stelle eine kurze Nachfrage. Sind das dieselben Definitionen, die wir für, also wir haben heute Morgen im Speziellen und auch so über den Tag immer wieder das Thema KMU angesprochen, also kleine mittelständische Unternehmen und die Zahlen decken sich ja sehr stark. Sind das quasi dieselben Kennzahlen oder hat man das als Orientierung genutzt, weil es es schon gab? Das ist ähnlich, also KMU richtet sich ja aus dem Handelsgesetz ab. Die Größenordnungen sind ein bisschen anders, aber man wird Ähnlichkeiten aufstellen. Tatsächlich hat man diese Klassifizierung mittlere Großunternehmen, das ist ja etwas, was wir auch im Handelsrecht kennen, wollte man damit treffen. Also diese mittleren Unternehmen, die könnte man ohne Probleme als KMU bezeichnen. Das wird so sein. Spannend ist hier vielleicht noch das Thema oder. Das heißt, es reicht auch, selbst wenn ich nur zwei Millionen Euro Umsatz mache, bin aber sehr personalintensiv unterwegs, weil ich Bio-Kartoffeln anpflanze und ohne Maschinen mache und dafür brauche ich halt relativ viele Leute, dann bin ich davon betroffen, weil ich halt einfach 50 Mitarbeiter habe. Also man muss nicht unbedingt eine Menge Geld damit machen, sondern vielleicht auch nur eine Menge Menschen damit beschäftigen, das reicht dann auch. Die Großunternehmen, die sind relativ klar, also das sind dann auch die wesentlichen Player. Wir werden aber hinterher sehen, die Unterschiede sind eigentlich kaum, das ist dann im Prüfungsbereich. Dann haben wir hier noch qualifizierte Unternehmen, ich sprach eben mehrfach kritische Infrastrukturen an, da könnte man dann sagen, okay, oder eben Vertrauensdienste, Anbieter, andere, die so wesentlich sind, dass die einfach per Definition reinfallen. Also wenn ich ein Vertrauensdienste, Anbieter bin oder ein DNS-Anbieter, dann muss ich mich gar nicht in der Größe ordnen, bin ich drin, weil ich mich auch wundern würde, wenn ich so etwas machen könnte und diese Größenordnung nicht habe. Dann ordnet sich das noch ein bisschen ein, wir haben das eben gesehen, Sektoren und Größe, dann gibt es eine Klassifizierung nach wichtigen und besonders wichtigen Einrichtungen. Da müssen wir jetzt nicht so riesig tief drin eingehen, weil man sieht, im Wesentlichen werden wir uns in den wichtigen Einrichtungen bewegen, das ist der größere Teil. Weil wir in der Hochschule sind, mache ich mal eine Lernstandsüberprüfung, wer mir genau zugehört hat. Also wer jetzt möchte, darf da gerne mal diesen QR-Code einscannen und dann die einfach mal versuchen, diese Frage zu beantworten. Dafür muss ich, fällt mir gerade auf, das natürlich auch machen. Boah, jetzt baue ich hier so einen fiesen Spiegel ein. Na, wo ist es denn? Na, eine Sekunde, ich glaube, ich muss das hier mal gerade rechnen, damit er das hier irgendwie begreift. Ganz schön, das Überprüfen gescheitert. Nur eine A, dann kommt es weiter. Ja. Ich hatte auf der Folie davor ein Beispiel gemacht, wo ich Kriterien dafür gezeigt habe. Ich kann die vielleicht auch nochmal zeigen. dieser Fahrradhersteller, die Fahrradherstellung ist GmbH. Ein Beispiel, das ich mir gerade ausgedacht habe. Oh, ich würde mal sagen, vielleicht haben wir jetzt genug mitgemacht. Ah, die meisten Leute wittern im Braten natürlich. Tatsächlich, sehr erfreulich. Ja, ein Fahrradhersteller ist ironischerweise betroffen. Also im ersten Moment, ich wähle das Beispiel immer ganz gerne, ist tatsächlich ein realer Fahrrad, der mir begegnet ist, wo ich mir gedacht habe, Fahrrad, das wird nicht die relevante Größe sein. So haben wir eben gesehen, bei den herstellenden Gewerbe steht tatsächlich drauf, sonstiger Fahrzeugbau. Dann guckt man da rein und dann steht da in Klammern Fahrräder. Wo ich dann denke, okay, also offensichtlich sind Fahrräder für uns so wichtig. Natürlich könnte man sich jetzt vorstellen, Fahrrad, klar, viele Leute fahren Fahrrad. Wir wollen das ja auch, dass die Leute Fahrrad fahren. Corona hat uns auch gezeigt, dass die Leute dann ja sehr gerne Fahrrad gefahren sind. Also, warum nicht? Aber fand ich ganz spannend, Fahrradhersteller sind tatsächlich davon betroffen und obwohl die eben für die Gesellschaft nicht so super relevante Tätigkeiten gehen. Machen Sie es so. Schön. Das hat schon mal gut geklappt. So, ich habe jetzt noch mal einen zweiten vorbereitet. Und zwar Kühe. Jetzt kann man sich an diese Definition von Lebensmitteln erinnern, die ich eben gebracht habe, der Mensch sich das vernunftgemäß in den Mund stecken sollte. Also, es ist der gleiche, man kann einfach in der Frage, wenn man einmal vorher drin war, einfach auf weiter drücken, dann geht das auch. Ja, ja, man merkt, dass die Abstimmung auch starten. wäre gut gleich verteilt, ja. aufgeholt, ja. Na gut, aber so ein ähnliches Ergebnis könnte man auch erwarten. Ich habe da natürlich jetzt noch ein bisschen gemeinerweise das Glatteis rausgeholt, weil, wenn man sich das jetzt anguckt, ich habe gerade noch mal die falsche Fährte gelegt, man sollte über Lebensmitteldefinitionen nachdenken, natürlich ist Tierfutter kein Lebensmittel. Dementsprechend ist das auch von der NIS-2-Regulatorik im ersten Schritt nicht betroffen. Wo Tierfutter aber sehr wohl relevant ist, ist in der kritischen Infrastruktur. Dafür ist das eine wesentliche Branche. Heißt, wenn ich 700.000 Tonnen im Jahr mache, dann liege ich über dem Schwellenwert von 439.500 Tonnen im Jahr und dann bin ich kritische Infrastruktur und kritische Infrastrukturen sind per Definition besonders wichtige Unternehmen nach NIS-2. Das heißt, ich habe mich doppelt qualifiziert, bin kritische Infrastruktur und muss die Pflichten nach NIS-2 erfüllen. Tut sich im Wesentlichen nicht viel, aber auch das, ein reales Beispiel, ich war bei einem Mandanten, wir haben uns das angeschaut, die haben gesagt, naja gut, Brotweizen ist bei uns nur, wenn die Ernte von einem Landwirt wirklich sehr gut war, in der Regel kommt die Erntequalität da rein, das ist dann Tücherfutterweizen und den Verkauf dann habe ich gesagt, ja okay, dann ist es wahrscheinlich nicht NIS-2, ist für euch nicht so relevant, wie viel macht der denn an Tierfutter? Und dann kamen die mir mit so ähnlichen Grenzwerten. Dann habe ich gesagt, naja, ihr seid ja aber jetzt kritische Infrastruktur, das wisst ihr. Ne, wissen wir nicht. Ja, schlecht, das ist schon 2015 in Kraft, das heißt, das war jetzt keine Neuigkeit, sondern da hätte man jetzt aktiv werden müssen. Und das zeigt tatsächlich auch, dass diese besonderen Compliance-Anforderungen hier, denen ist das natürlich nicht bewusst, weil, was macht so ein Tierfutterhändler? Der hat ein bis maximal zwei Administratoren, die dann da sitzen, deren Systeme warten, die haben ein ERP-System, die haben eine Waage, vielleicht haben die noch eine Silosteuerung, aber das hört dann auch auf, was die ein IT haben, die arbeiten halt mit Tierfutter. die brauchen keine große IT und mit Sicherheit brauchen die keinen IT-Compliance-Beauftragten, der sowas im Blick hätte. Ich hätte noch eine Frage dazu, zu dem Thema, was ist denn mit, also, ab wann qualifizieren sich Unternehmen? Wenn ich mir jetzt überlege, beispielsweise Ingenieursbüros, die sich mit Straßenbau auseinandersetzen, die sich mit dies, mit das, mit was auch immer auseinandersetzen, die vielleicht Bauleitungen für ganze Autobahnen, für ganze Häfen, für die große Infrastruktur, die ja zweifelsfrei sowohl kritische Infrastruktur als auch nach NIST 2 betroffen ist, was ist mit den Ingenieursbüro, die die ganzen Daten dafür pflegen und den, also, und es überhaupt möglich machen, dass es umgesetzt wird, weil so eine Bauleitung, kein Bau, ne? Das ist richtig, die sind jetzt im ersten Moment wahrscheinlich nicht direkt juristisch betroffen, aber, da kommen wir gleich bei den Maßnahmen zu, es gibt auch hier den Gedanken der Absicherung der Lieferkette. Das bedeutet, wenn ich wesentliche Zulieferer habe, die dafür nötig sind, dass ich meine Leistung erbringen muss, dann bin ich verpflichtet, die dazu zu bringen, das gleiche Sicherheitsniveau aufrecht zu erhalten, wie ich auch. Das heißt, ein Bauingenieursbüro würde dann mittelbar betroffen werden, indem dann deren Auftraggeber, die Autobahn GmbH, sagt, Leute, ihr müsst mein Sicherheitsniveau haben, weil ihr unsere Planungsdaten uns vielleicht sogar noch über eine dauerhafte Datenverbindung, wir tauschen aus, etc., wenn, frei nach dem Motto, eine Kette immer nur so stark wie das schwächste Glied, wenn ich da irgendeinen Zulieferer drin habe, dann knackt der damit die Autobahn GmbH, ne? Relativ einfach. Dementsprechend dieser Lieferketten-Gedanke, sinnvolle Frage, vor allen Dingen, weil das haben wir auch sehr stark, wo man das, ich springe da mal kurz nochmal zurück, wenn ich darf, sogar noch besser sieht, ist hier schon in der Definition der Lebensmittel, oder besser gesagt hier, da haben sie es dann nämlich auch ins Gesetz wörtlich so reingeschrieben und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Ja? Ich hätte jetzt vorhin bei dem Beispiel Futtermittelhersteller oder Händler auch erwartet, dass er irgendwie indirekt über die Lebensmittel, weil er irgendwie Zulieferer für die Tierzucht ist, da in irgendeine Kategorie kommt. Das käme tatsächlich noch dazu, wenn der das Tierfutter an Schlachtviehbetriebe liefert, die halt züchten, um zu schlachten, was ja dann wieder Lebensmittel wäre, dann wäre diese mittelbare Betroffenheit gegeben, dass er als Zulieferer im Bestandteil der Lieferkette sich auch schützen sollte, müsste, aus den vertraglichen Frichten. Da kommen dann Risikogesichtspunkte noch mit rein. Genau. Aber genau das ist ein guter Gedankengang und vor allen Dingen etwas, was uns in der Praxis jetzt sehr stark umtreibt, weil es gibt welche, die hängen irgendwo dazwischen. Und unser Auftrag ist es ja als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht denen Produkte zu verkaufen, sondern denen dabei zu helfen, konform zu werden. Und das ist der wesentliche Punkt, weil wenn das so ein Grenzfall ist, was macht man denn dann? Also klar, man könnte jetzt den sichersten Weg gehen und sagen, da macht es halt. IT-Sicherheit lohnt sich auch ohne regulatorische Anforderungen. Aber wenn dann da ein Betrag von eine Million dran steht, das umzusetzen, dann denken die da gegebenenfalls schon mal drüber nach. Achtung. Wie ist das eigentlich mit von Unternehmen, die so klein sind, die von IT-Sicherheit einfach nicht leisten können, wieso sind die alle von diesen Regulatorien nicht inbegriffen, soweit ich weiß? Also Kritis-Dargesetz, NIST-2, gibt es einen Grund oder eine Lobby? Warum die ganz Kleinen davon nicht betroffen sind, weil die nicht relevant genug für die Gesellschaft wahrscheinlich sind, dass man die schützen müsste. Ich gehe davon aus, dass in einem weiteren Verlauf, so ist es bisher in der EU- Rechtsprechung, die Grenzwerte immer niedriger gesetzt werden. Allerdings, wenn ich mir jetzt überlege, keine Ahnung, eine kleine freiberufliche Marketing-Agentur, wo ein, zwei Leute sich zusammengetan haben, die jetzt mit sowas zu gängeln, schwierig. Natürlich, Datensicherheit ist auch für die ein wesentliches Thema, aber das kann auch marktschädigend sein, weil es wird auch dazu kommen, dass Unternehmen das nicht leisten können und da nicht mehr mitspielen können, weil die einfach die IT-Sicherheit nicht herstellen können und dann wird keiner mehr mit denen zusammenarbeiten. Das ist ja Sicherheit der Lieferkette Thema, wenn jetzt der Schlachtviehbetrieb kommt und sagt, okay, mein Futtermittellieferant würde es mir leisten können, wenn ich eine IT-Sicherheit frage, dann gehe ich zu dem, der es kann, weil ich mich nicht exponieren möchte dadurch. Das wird auch den Markt teilweise regulieren können, in welcher Form und ob das jetzt schon ist, aber die kleineren, die sind nicht aus Lobbygründen daraus, sondern weil es für die gesamtgesellschaftliche Betrachtung wahrscheinlich verzichtbare Größen sind. der Hintergrund war, weil diese Unternehmen kommen an Daten, die besonders schützenswert sind und deswegen ist das fragwürdig dann auf einer Seite die kleinen Unternehmen können nichts dafür direkt und auf anderer Seite kommen die an wichtigen Daten die sind wie gesagt in der Götter das schwächste Bindeglied und damit Ja, das ist mit Sicherheit eine ich sag mal ein Fehler im System aber irgendwo muss man die Grenze setzen oder man sagt direkt das muss jeder machen dann könnte man sich vorstellen gibt es die kleinen Unternehmen dann überhaupt noch weil wenn die sofort Sicherheit herstellen müssten aber wir haben es auch schon gesehen die DSGVO beispielsweise die gilt ja ohne jegliche Grenze also diese kleinsten Unternehmen müssten die DSGVO und den Schutz der persönlichen Daten auf jeden Fall auch umsetzen jetzt kann man sich mal überlegen dieser vorgenannte Freiberufler der das alleine auf seinem MacBook macht im Starbucks ob der sich an personenbezogene Sicherheitsanforderungen hält weiß ich nicht also ich würde auch fast behaupten dass der seinen Rechner nicht mehr Passwort geschützt hat als das iOS ihm gibt und Verschlüsselung also das sind tatsächlich Themen wo fängt man an das in echt durchzusetzen und dann wird es halt dazu kommen okay wenn dieser jenige angegriffen wird die Daten werden verkauft dann muss der halt dafür auch gerade stehen das ist dann am Ende ja auch so auch bei den Kleinstunternehmen nur weil die nicht von S2 betroffen sind wenn die dafür einen Schaden gegenüber anderen weil wesentliche wertvolle Daten entkommen sind dann wird es mit Sicherheit auch dazu kommen dass man die dafür in Anspruch nehmen kann Thema Marktbereinigung die gibt es dann halt nicht mehr lange aber die Lobbyarbeit hat tatsächlich eher in anderen Größenordnungen stattgefunden also deswegen hat das Gesetz auch teilweise recht lange gedauert weil es oft sehr viele Einwendungen gab aus den größeren Industrie Bereichen müssen wir dazu tun das ist jetzt hier so eine Auswahl von Pflichten die man da machen muss da kommen wir jetzt tatsächlich auch wesentlich in den Compliance Bereich rein das erste ich hatte das eben schon angesprochen was muss ein Geschäftsleiter machen billigen überwachen und sich selber schulen das ist etwas das finde ich einen ganz interessanten Ansatz das gab es bisher noch nicht so oft in der Gesetzgebung dass man gesagt hat naja um das überhaupt irgendwie alles so ein bisschen managen zu können sollte man das auch verstehen können und das ist was ganz interessantes wir führen viele von diesen Management Schulungen aktuell durch und man stellt doch fest dass die da reinkommen im ersten Moment mit der Gedankenhaltung das ist jetzt ein Pflichtthema für mich weil ich das machen muss dann halten wir da eine Tagesschulung ein Schulungssegment davon sind aktuelle Cybersicherheitsrisiken dann gehen die da oft raus und sagen oh ja wir sollten ein bisschen was tun und da sieht man dass der Gesetzgeber doch den wesentlich richtigen Weg gegangen ist und zwar erstmal das Bewusstsein und das Verständnis für die Gesamtsituation zu erzeugen weil für die meisten ist es naja ich habe doch jetzt letztens irgendwie 300.000 Euro an Palo Alto überwiesen jetzt bin ich sicher dass da vielleicht ein bisschen mehr dazu gehört als einfach nur eine Firewall in den Keller zu stellen dass sie auch administriert werden will und aktiv gepflegt und überwacht werden muss dass das alles Zeit und Geld ist was wir in die Hand nehmen müssen und auch Prozesse im Unternehmen beinhaltet dass die Mitarbeiter dann jetzt auch nicht einfach sagen naja das war eine Firewall aber das nervt mich schon so ein bisschen weil ich komme nicht dahin wo ich will und kaufe dir eine UMTS-Karte steck dir in sein Notebook rein und mach was an den also all diese Sachen also dass das irgendwie auch ein komplett Gesamtunternehmensansatz sein muss das ist etwas das und ich will das gar nicht negativ konnotieren diese Menschen haben halt andere Pflichten in ihrem Leben aber die sollten sich damit mittlerweile auseinandersetzen weil IT Abhängigkeit und darum haben wir wahrscheinlich auch so ein Thema digitale Souveränität die steigt und mittlerweile sind IT Risiken meiner Ansicht nach nicht mehr von operationellen Risiken in Unternehmen zu trennen also ob ich ein Zulieferer Problem habe oder ob ich Material Probleme Absatz Themen habe das ist fast das gleiche wie als wenn mir meine IT abraucht weil ohne die wird es auch nicht gehen außer vielleicht bei dem der die Waage auch noch von Hand bedienen kann sprach ich gerade von relativ wenig Abhängigkeit dann kommen wir in diese Pflichten und hier ist ein ganz interessanter Wortlaut drin der ganz wesentlich ist die geeigneten verhältnismäßigen Maßnahmen jetzt könnte man natürlich die Frage stellen oder sollte man sie stellen was ist denn verhältnismäßig und dafür ist es dann so dass der Kern der ganzen Geschichte der erste Unterpunkt sein wird das Risikomanagement das Verhältnismäßigen definiert sich aus dem Risiko das bedeutet bin ich wirklich exponiert bin ich ein Angriffsziel was mache ich eigentlich wie viele Schnittstellen habe ich nach außen habe ich keine das sind alles Fragestellungen die man sich machen muss um sich über zu überlegen wie stark muss ich wenn man sich vorher diese Haftungsthematiken für die Geschäftsleitung angeschaut hat stellt man fest dass das für die sehr wesentlich ist weil wenn es dann zu einem Fall kommt und sich die Frage stellt müssen wir jemanden in Haftung nehmen dann muss der ja gut begründen können warum nicht warum hat er diese Maßnahmen getroffen und warum nicht die anderen und das wird über ein dokumentiertes Informationsrisikomanagement abgebildet werden und meiner Erfahrung nach ist das auch der wesentliche Knackpunkt weil das haben die meisten Unternehmen nicht die haben operationelles Risikomanagement weil das braucht die um den Betrieb zu steuern aber Informationsrisikomanagement schwierig vor allem Information nicht IT Information das bedeutet es geht auch noch über die klassische IT hinaus auch in vielleicht wenn ich im Starbucks meinen Zettel liegen lasse mit der Kundenliste ist auch ein Problem also sind auch Themen genau die anderen Themen die sind eigentlich relativ ich sag mal selbsterklärend die ergeben sich auch daraus wenn ich ein Risiko festgestellt habe was ich dann tun sollte dass man ein Incident Management haben müsste wenn man sich vor Cybersicherheit schützen also wenn man Cybersicherheit herstellen möchte ist das irgendwie selbsterklärend das Notfallmanagement ist tatsächlich auch keine Neuigkeit das machen die meisten tatsächlich ja schon aber dass sich das auch risikoorientiert aus den realen Schutzzielen ableitet das ist etwas das wird viele Vorherausforderungen stellen dann eben diese Sicherheit der Lieferkette ich erwarte weil hier steht es so drin wie es hier steht das ist der Gesetzeswortlaut jetzt kennt man das schon aus dem Bankenbereich da gibt es das dann nennt man das das sogenannte Auslagerungsmanagement und ich erwarte eigentlich dass das gleiche wird das heißt man muss jeden mit dem man zusammenarbeitet einmal aus Risikogesichtspunkten bewerten feststellen sind die relevant für das Thema werde ich Risiken haben müssen welche Maßnahmen leiten die ein welche Maßnahmen leite ich ein man muss sich halt ein bisschen mehr mit rechts und links beschäftigen genau dann Sicherheitsmaßnahmen beim Erwerb und Wartung von IT Systemen das ist auch nicht ganz neu das gab es schon mal bei der Kritis Verordnung oder besser gesagt beim BSI Sicherheitsgesetz 2.0 da nannte man das das sogenannte Huawei Gesetz da waren ja relativ viele haben gesagt naja die deutsche Wirtschaft möchte nicht also möchte quasi externe Technologie Lieferanten gängeln durch sowas weil man natürlich gucken muss dass wenn man sich externe IT kauft dass da keine aktiven Sicherheitslücken drin sind ja das war dann dieses Beispiel Huawei stimmt nicht aber hat man damals so genannt weil in der kritischen Infrastruktur sind solche wesentlichen Infrastruktur Komponenten sogar genehmigungspflichtig durch das BSI also wenn ich einen Core-Switch austauschen möchte und ich möchte den tatsächlich aus dem Ausland beziehen dann muss das BSI mir das genehmigen dass ich das machen darf also und so weit geht das tatsächlich wir reden davon dass jedes NIS2 betroffene Unternehmen wenn es seinen Core-Switch tauscht das BSI nur die kritische Infrastruktur das sind unten die erhöhten aber jedes NIS2 betroffene Unternehmen muss Sicherheitsmaßnahmen beim Erwerb machen jetzt kann man sich vorstellen was ist das denn diese ganze Thematik wird vom BSI überwacht und reguliert das BSI vermarktet selber das sogenannte Sicherheitskennzeichen für Software und Hardware jetzt könnte man sich vorstellen dass das vielleicht ein Indikator wäre ob ich Sicherheitsmaßnahmen beim Erwerb gemacht habe ein Thema ist auch was tatsächlich in der Praxis recht häufig vorkommt ist gebraucht Maschinenhandel was in der Praxis auch recht häufig vorkommt ist dass wenn ich dann die Maschine anschließe und den Systemzugang initialisiere ich feststelle dass der Admin aus dem Vorbesitzer Unternehmen immer noch da ist Sicherheitsmaßnahmen kann auch sein dass ich mein System bereinige also das sind tatsächlich alles solche Themen und auch Wartung wen beauftrage ich denn für Wartung ist der verlässlich ist der valide jetzt geht es noch weiter ich muss ja nicht in alles ganz tief reingehen was hier ein ganz interessanter Punkt ist wir sind jetzt hier eher auf der Konzepte Seite weil und das ist auch ein Teil der Realität viele Unternehmen sind technisch gar nicht schlecht aufgestellt die wissen was sie da machen ein Administrator hat eine sehr starke intrinsische Motivation ein stabiles System zu haben das ist einfach so was sie aber nicht haben in der Regel ist dass sie das mal auf einen konzeptionellen Ansatz gestellt haben warum mache ich das denn eigentlich so irgendwie eine Art von Architekturplanung ein Design weiß ich denn überhaupt klar der Admin weiß wo er seine Netzübergänge hat der Admin der Kopf wenn der andere vom Bus überfahren wurde weiß das aber nicht und so eine Dokumentation an Netztopologie und der Segmentierungsstücke muss ich hier wahrscheinlich nicht erklären das ist schon relevant das vielleicht auch mal aufschreibt damit das nicht in einem Kopf liegt sondern in der Realität auch für andere verständlich vorhanden ist wo man für sich vielleicht auch in dem Kontext der Risikobewertung bemessen kann ist das denn ausreichend dafür muss ich das aufschreiben ein weiterer Punkt ist wenn ich einen Sicherheitsvorfall habe dann bin ich als NS2 relevante Infrastruktur oder Unternehmung verpflichtet das dem BSI zu melden sieht man gleich da jetzt will das BSI dann sicherlich wissen okay dann weiß mir mal nach dass du das Wesentliche ergriffen hast um das nicht zu werden also dass der Sicherheitsvorfall nicht durch dich selbst verschuldet ist und diese Nachweispflichten bedingen natürlich dass man denen auch einen Settel zeigen kann wo man aufgeschrieben hat wie man sich gesichert hat das heißt diese Nachweispflichten werden ein wesentlicher Punkt werden ansonsten was ich auch ganz interessant finde weil das stellt man häufig fest ist das Thema Kryptografie ja bitte bei BSI Gütersiegel zum Beispiel ist ein das Unternehmen ist ein Telekommunikationsunternehmen und setzt zum Beispiel Switcher Router irgendwelche Netzwerkeräte von Herstellern der heißt böse aber vielleicht die Firma die heißt gut also gute firme verlaufende firme wie ist dieser Zusammenspiel von Hardware und Software in solchen Edge Spaces quasi und ja das ist eine Fragestellung also das IT-Sicherheitskennzeichen das ist ja etwas freiwilliges was Hersteller machen können die erstellen das indem die Unternehmen wie uns zum Beispiel beauftragen und sagen ich möchte gerne dass du dir die Hardware oder die Software anschaust und sagst entspricht dir den allgemeinen Sicherheitsstandards dem Stand der Technik und dann würden wir uns das anschauen wenn wir jetzt aber ich sage es aus der Realität wenn ich in der Wirtschaftsprüfung einen Server bekomme ich kriege den Auftrag soll das begrenzen dann wird irgendwo in meinem Bericht drinstehen ich habe mir nur diesen Server angeguckt ohne jegliche Softwareverbindung das grenzliche ab wenn ich mir nur die Software angucke wird genau das Gegenteil da drinstehen ich habe mir nur diese Software angeguckt der Betrieb ist vorausgesetzt dass er ordnungsgemäß ist also die Hardware das heißt die Idee die dahinter steht dass dieser Grenzwandel ist wenn ich zwar eine gute Software habe die auch ein Sicherheitskennzeichen hat aber eine schlechte Hardware die kein Sicherheitskennzeichen hat dann ist die Software wahrscheinlich auch hinfällig also das wird so sein das sind tatsächlich einfach die Probleme die man da hat weil das ein freiwilliges Kennzeichen ist aber genau das muss das Unternehmen im Rahmen dieser Sicherungsmaßnahmen für sich herstellen das heißt wenn die sagen okay ich kaufe eine Software mit Sicherheitskennzeichen eine Hardware ohne dann sollte sich das Unternehmen die Frage stellen kaufe ich die Hardware wenn die sagen ja weil ich mir das dann selber anschaue ob da Sicherheitslücken drin sind wenn die Kompetenz im Unternehmen da ist dann mache ich das also ich habe auch nicht wenig Unternehmen erlebt die gesagt haben beispielsweise ich kaufe mir keine out of the box Virtualisierungsumgebung ich baue die selber komplett Hardwareseitig auf weil ich einfach gesagt habe ich habe erstens das Know-how und wenn ich das irgendwie fertig einkaufe ist das keine Ahnung so ein Nutanix System das kostet halt auch ein paar hunderttausend Euro im Zweifel das kann man halt auch selber bauen ist sehr aufwendig muss man auch das entsprechende Know-how für haben den Leuten würde ich vielleicht auch zutrauen dass sie sagen ich überprüfe die Hardware ob da vielleicht Firmwarelücken drin sind oder nicht hängt halt davon ab das ist die Pflicht des Unternehmens das selber zu bewerten das können die in der Regel nicht weil ich würde mal fast sagen die meisten Administratoren oder Mitarbeiter einer klassischen Unternehmens-IT sind nicht in der Lage Firmwarekomponenten von zentraler Hardware so genau zu untersuchen wie denn auch also der Koldi ist ja im Zweifel noch nicht mal zugänglich ohne Hersteller also vielleicht haben wir vielleicht nachher in der Schiene noch ein bisschen was dazu wenn du ein bisschen da bleibst na ok stimmt ja genau aber das sind tatsächlich die genauen Grenzfragen also ich meine und auch ob das alles Sinn oder nicht Sinn macht die Frage ist vorher gab es gar keine Anforderungen jetzt hat man vielleicht eine Anforderung die zu Grenzfällen führen kann ist wahrscheinlich immer noch besser als gar keine Anforderungen abzuhaben genau ja was gibt es noch das sind dann eben diese Meldepflichten das sieht jetzt hier jetzt nicht so erschreckend aus jetzt arbeiten aber die meisten Menschen in Unternehmens-IT-Abteilungen von 9 to 5 dann wird das mit 24-7 teilweise schon schwierig wenn um 17.20 der Angriff da ist und ich kein Überwachungssystem habe was mich dann alarmiert und sondern ich das erst am nächsten morgen um 9 sehe dass ich ein Problem habe dann in guter Manier die ersten drei Stunden versucht das Problem zu lösen bis ich feststelle oh das kommt von außen dann wird das schon ein bisschen eng mit Meldungen also das heißt dafür ist dieses Incident Management doch wesentlich dass ich sagen muss okay wie werde ich denn benachrichtigt wie kontrolliere ich den gesamten Prozess welche Informationen brauche ich auch um zu melden ein wesentliches Thema forensische Protokollanalyse bei den meisten Unternehmen nicht zu finden also das ist einfach nicht möglich die Infrastruktur deren Dateninfrastruktur das erstens nicht hergibt im nächsten Schritt dann natürlich noch kostet das etwas viel Geld alle Protokolle zu sammeln und im besten Fall außerhalb meines Netzwerks irgendwo abzulegen in lesbarer Form am besten noch maschinell ausgewertet gibt es ist teuer muss man ganz klar sagen ja dann diese 72 Stunden das ist da weder wahrscheinlich wesentlich weniger interessant was dann aber ganz interessant ist ist der Abschlussbericht einen Monat nach initialer Meldung das klingt jetzt auch nicht so schockierend jetzt ist es aber so wenn man für so einen Abschlussbericht Forensikunterstützung benötigt diese Forensikunterstützung vorfindet dass ich keinen sauberen Protokollserver habe und dann anfängt sich das selber zusammen zu graben dann ist ein Monat keine Zeit für die wie sollen die es machen dazu kommt noch wenn man gerade schreiend im Kreis läuft weil die komplette IT nicht funktioniert einen Dienstleister dafür zu finden der mir das macht den ich auch bezahlen kann weil der hält natürlich die Hand auf wenn ich in der Notsituation bin schwierig also man merkt selbst diese Meldepflichten das ist eigentlich was relativ Triviales ist wenn man sich da mit einem Unternehmen wirklich mal auseinandersetzt sind das reale Probleme und es zeigt auch dass die gelöst werden sollten weil es eben echte Probleme sind und da sind wir mit diesem Thema können wir ansonsten eine sinnvolle Souveränität erreichen wenn wir solche Grundlagenprobleme haben diese Registrierungspflichten das eben man muss sich beim BSI melden muss denen bestimmte Informationen zur Verfügung stellen externe IP-Adressen Ansprechpartner muss sagen was man eigentlich macht also die Registrierung wird die meisten nicht schockieren wobei ob die alle externen IP-Adressen melden nein Spaß aber doch das sollten die wohl den kriegen genau und dann gibt es halt noch diese Nachweispflichten und hier ist auch der wesentliche große Punkt zwischen den wichtigen und den besonders wichtigen Einrichtungen das ist einerseits in den Höhe der Bußgelder begründet aber auch in Prüfungspflichten weil besonders wichtige Unternehmen müssen sich drei im Jahr Dreijahreszyklus auch aktiv prüfen lassen über die Einhaltung dieser Gesetzeslage die wichtigen Unternehmen nicht die müssen sich nur im Ad-Hoc-Fall durch das BSI gegebenenfalls eine Prüfung gefallen lassen oder durch einen findigen Wirtschaftsprüfer der das im Rahmen der Jahresabschlussprüfung mitprüft weil Gesetzeskonformität natürlich ein Prüfpunkt für die Wirtschaftsprüfung im Jahresabschluss ist genau hier steht das nochmal mit den Prüfungspflichten das ist übrigens deswegen steht hier bisher alle zwei Jahre kritische Infrastrukturbetreiber mussten sich bisher alle zwei Jahre prüfen lassen das wird durch das Kritis-Dach-Gesetz was damit auch kommt tatsächlich auf drei Jahre verlängert ist mir nicht begründet warum weil drei Jahre sind sehr viel Zeit für IT-Sicherheit naja gut ja dann kommen wir bei diesen Sanktionsvorschriften an wieder so dieses Thema ist das ein Papiertiger oder nicht ist es nicht weil da steckt auch das BSI wenn es möchte kann das ordentlich zu lang bis hin zu Enthebung der Geschäftsführung und dann können die ein Interim einsetzen das ist eine etwas also schon eine drastische Maßnahme dass man sagen kann okay die Geschäftsführung wird jetzt mal kurz zur Seite gesetzt wir setzen uns dahin und wir übernehmen das Steuer dafür muss man mit Sicherheit dem BSI aktiv widersprechen wenn die sagen ihr solltet das machen dann ne ihr müsst das machen dann sagt immer noch ne und sich dann aktiv dagegen stemmt dann werden die vielleicht sowas mal machen aber tatsächlich wir kennen das schon aus der Bankenwelt da kann die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen die kann das auch machen die kann Bankvorstände ihres Amts entheben und da eigene hinsetzen wenn die halt nicht das machen was sie machen sollten und ja und das ist aber etwas sehr Neues ja und dann gibt es eben Geldbußen einigen wird das vielleicht bekannt vorkommen aus der DSGVO wo es ja auch diese bekannten 4% des weltweiten Jahresumsatzes gibt hier sind es eben wenn man größer als 500 Millionen Euro ist 2 oder 1,4% selbst wenn es nur bei diesen bis zu 10 Millionen 7 Millionen bleibt sind das doch deutlich empfindlichere Strafen als wir vorher hatten die nämlich wenn überhaupt auf dem Schadenersatz beruhten also es gab ja keine Regulatorik das heißt wenn überhaupt wurde mal untersucht habe ich da vielleicht einen Schaden mit angerichtet den ich immer anders ausgleichen musste also das heißt der Gesetzgeber wurde hier schon bewaffnet oder besser gesagt das Überwachungsorgan wurde bewaffnet um das auch durchzusetzen es bleibt abzuwarten bei der DSGVO hat man ja auch damit gerechnet dass jetzt richtig viele Unternehmen richtig viele Strafen zahlen ist mal so mal so und die großen Unternehmen also bei der DSGVO und Amazon die lachen da ja auch manchmal rüber und bezahlen sondern halt einfach also genau ja also man kann die zur Prüfung verpflichtet werden das ist das was ich eben sagte wenn man irgendwie einen Sicherheitsvorfall hat schicken die gegebenenfalls externe Prüfungsstellen da vorbei das ist dann gegebenenfalls weniger interessant ja das hier ist vielleicht noch eine Zahl die ganz spannend ist das ist jetzt entnommen aus dem Referentenentwurf da steht dann in der Regel auch immer drin wie der Umsetzungsaufwand in Deutschland geschätzt wird und wenn man sich die Zahlen hier jetzt anguckt ich meine gut wenn man unser Bruttoinlandsprodukt anguckt ist die Zahl nicht relevant wenn man das aber runter bricht auf 30.000 Unternehmen auf die das jetzt gerechnet ist ist das schon eine Zahl die auch ein gewisses Maß mit sich bringt und vor allen Dingen die Unternehmen auch und vielleicht auch uns betrifft denn wenn man hier unten 2950 Stunden Personalaufwand sieht wo gibt es die Leute denn also der Markt ist ja leer das ist ja ein Thema also und jetzt auf einmal muss man irgendwo in einem Unternehmen die vorher zwei Admins hatten vielleicht eine dritte Stelle schaffen weil es das Risiko hergibt die auf einmal Sicherheitsoperationen da macht oder Überwachung generell das wird ein Thema sein das ist einfach so genau jetzt kommen wir dann zu dem eigentlichen Titel des Themas das ist der kürzeste Teil und zwar nochmal hier so ein komischer QR-Code ja gut jetzt habe ich dem viel vorweggenommen die Idee war dass man mal sich anguckt wie steht es denn eigentlich da drum ist immer noch der gleiche wie eben aber ja 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 desaströs aber wieder gleichverteilt ah ne noch nicht tatsächlich wenn man das sagt dass es um Informationssicherheit geht würde ich das ähnlich wenn nicht sogar teilweise schlechter sehen wenn es um IT-Sicherheit geht würde ich sagen der faktische Umsetzungsstand ist deutlich besser also die stehen alle gar nicht so schlecht da Einzelfälle ausgenommen aber die meisten wissen schon was sie tun allerdings nur die Leute die da sitzen wissen was sie tun und das ist eben das Thema und der Unterschied zur Informationssicherheit dass man sagt ich habe das nicht in einen Prozess in ein Konzept etc. gegossen noch eine kurze Frage dazu ja du machst das ja wahrscheinlich ein bisschen häufiger diese Umfrage siehst du da signifikant andere Werte also gibt es Gruppen von Personen die jetzt sagen würden IT-reif ich habe so eine ich habe so eine ähnliche Umfrage tatsächlich in einem Vortrag vor Vorständen gemacht war die Verteilung genau anders also witzig ist einige von diesen Vorständen gehören unserer Mandantschaft an wo ich aktiv widersprechen konnte wo ich sagen konnte ich kenne ja euer System es ist jetzt nicht total schlecht alles also man darf mich nicht falsch verstehen aber ich komme halt aus der Sicht dass wir ein optimales Compliance also IT-Compliance und IT-Sicherheitssystem haben aus der Sicht gucke ich ja da drauf und wenn die mir sagen ja wir haben ja eine Datensicherung wir haben ja eine Firewall und dann gucken sie diese Seite oder sag ich ist ein Problem also sollte nicht so sein und das sind halt die Themen wo man sagen müsste okay geht mal da dran weil die Eigeneinschätzung da auch ganz anders ist und da sind wir wieder bei dem Punkt Schulung was bedeutet das denn überhaupt weil wahrscheinlich ist der Admin schon mal angekommen und hat gesagt ich brauche ein CM da hat er gesagt was kosten CM dann hat er gesagt Lizenzkosten ungefähr 80.000 im Jahr Implementierungsaufwand 200 da hat er gesagt nee hat er wieder rausgeworfen nachdem wir so eine Schulung gemacht haben hat er gesagt ah so 7 vielleicht wichtig also so gerade Überwachung Erkennung etc schon gut Protokollinfrastruktur gute Sachen naja ja dann komme ich mal zu so einem Fazit um das Thema vielleicht mal so auf Souveränität runterzubrechen ich glaube der Beitrag ist sehr hoch weil wir wirklich die großen und wesentlichen Unternehmen dazu bringen können IT-Sicherheit umzusetzen wenn die Durchsetzung entsprechend gesteuert wird jetzt ist das BSI da drin gar nicht mehr so schlecht wie es mal war also als Kritis rauskam haben die das null durchgesetzt weil die einfach keine Ressourcen hatten mittlerweile muss man sagen die sind schon besser geworden deutlich besser und die werden das wahrscheinlich auch sinnvoll umsetzen können ein starkes Plus ist eben die Awareness auf der Management Ebene weil man kennt ja diesen klassischen Spruch der Fisch stinkt vom Kopf und andersrum geht es auch wenn der Kopf dafür eine Awareness entwickelt dann wird das durch die ganze Organisation gehen zwangsläufig und das ist ein ganz guter Ansatz und dann weil ich mich nicht nehmen lassen möchte der behördliche Bereich das ärgert mich dass man den kommunalen Sektor daraus gelassen hat weil ich der Meinung bin dass unsere Verwaltung genau an der Stelle das Problem hat und ich sogar hier in Westfalen IT Leidtragender davon war weil mein Personalausweis abgelaufen ist ich keinen neuen kriegen konnte und hier in Urlaub fahren wollte das sind Themen und deswegen warum sind die da rausgenommen zusammengefasst würde ich sagen NIS 2 wird einen Beitrag dazu leisten wie stark und wie gut er ist hängt eben davon ab wie gut er durch unsere Behörde umgesetzt wird jetzt hätte ich noch Zeit für Fragen haben wir schon gemacht ja angenommen ich gründe jetzt einen gemeinnützigen Verein um DNS-Server zu betreiben also die autoritative DNS-Server die halt irgendwie die Quelle der Wahrheit für keine Ahnung 20 oder 100 andere Vereine sind wäre ich da betroffen oder wie weit also jetzt würde ja ein gemeinnütziger Verein höchstwahrscheinlich nicht sonderlich viel Umsatz mit der Thematik machen wenn man aber 50 Mitarbeiter damit beschäftigt dann wäre man höchstwahrscheinlich als DNS-Dienstanbieter betroffen unabhängig ob man Geld damit verdient gut so gemeinnützig dass man 50 Mitarbeiter anstellt also weiß ich nicht wer das macht aber also Denik ist eine Genossenschaft erstmal aber genau das hätte auch auf den Verein auslaufen können damals das ist so tatsächlich Denik ist ja auch genossenschaftlich geprüft für die ist das ein wesentliches Thema aber da kann man sagen zum Glück ja einer der Fälle wo man sich nicht unbedingt viel Sorgen um die IT-Sicherheit machen muss zum Beispiel nicht zum Beispiel sondern ich befürchte bei solchen Umsetzungsmaßnahmen Regulatorien dass der Vorstand sagt im Prinzip so viele Bußgelder können anfallen für so viele Jahre das kann man schätzen und die gucken die Kosten von IT-Sicherheitsmaßnahmen und sagen wir machen das nicht wir zahlen die Bußgelder wie realistisch ist das sowas mit NIS 2 kommt unrealistisch weil es gibt einen Unterschied diese Sanktionsvorschriften die hier stehen und die Grenzen die beziehen sich auf die juristische Einheit Unternehmen wenn der Vorstand genau das da sagen würde würde er sich fahrlässig verhalten und fahrlässiges Verhalten in dem Kontext führt zu persönlichen Haftungen und persönliche Haftung ist unbegrenzt das bedeutet der würde Haus und Hof verlieren wenn sein Unternehmen den Bach runter geht also das würde kein Vorstand sinnvollerweise sagen sollen ich kenne diese Argumentation ich habe schon mit dem Vorstand mit mich unterhalten der mir damals im BDSG das gesagt hat Höchststraf 50.000 Euro hat er gesagt ist mir egal wenn es zu einem Vorfall kommt zahle ich halt 50.000 Euro war ja nicht aber das würde jetzt nicht gehen weil das wäre sein persönliches Geld auch und damit gehen die nicht ganz so leicht fertig um mit Unternehmensgeldern oder Versicherungsgeldern Sagen wir mal so was passiert in der Lebensmittelbranche deswegen habe ich geprägt ähnliche Thematiken mit dem Umgehen von Regulatoren passieren leider in der Lebensmittelbranche weil wahrscheinlich da diese wie heißen die die Managementversicherungen dann eingreifen oft ist es ja so also man kann sich als Manager für Fehlentscheidungen kann man sich versichern natürlich auch nicht gegen fahrlässiges Handeln dagegen kann man sich nicht versichern aber dann ist ja immer die Fragestellung wie begründe ich das ob das fahrlässig war oder nicht hier ist es ja relativ einfach wenn ich aus Kostengesichtspunkten ein Risiko nicht behandle dann ist das fahrlässig dann ist das einfach so und es ist ja per Definition im Gesetz geregelt dass ich ein Risiko einer Risikoanalyse feststellen muss und da kommt eine Maßnahme bei raus so nach dem Motto du musst das kostet 100.000 das ist zu teuer ich gehe die Strafe das Risiko auf Strafe ein und dann kommt es so weit dann wird der persönlich belangt werden also ich würde davon ausgehen und das meine ich mit Durchsetzung das muss dann natürlich einer machen den persönlich belangt das BSI muss den Anzeigen oder Mitarbeiter oder wer auch immer aber dafür gibt es ja jetzt so ein tolles Hinweisgeberschutzsystem dass dann auch der Admin sagen kann ich habe es dir doch gesagt und kann das melden man kennt auch den berühmten Zettel den man sich vom Chef unterschreiben lässt so ich kann jetzt schon den Haken bei Samba 1 setzen das ist nicht klug aber ich kann das schon machen und ja ich kann den auch ins Internet hängen genau das ist halt nicht klug es ist nicht klug aber und dann hast du einen Zettel da steht drauf Geschäftsführung sagt ja obwohl nicht klug machen wir das genau und das sind eben diese die ganze Ansatz konzeptionell und prozessual an so ein Management System ranzugehen an so ein Informationssicherheitsmanagement System zu machen das ist ja eigentlich genau dafür da um solche Einzelentscheidungen auch abzufangen weil da eine ganze Management Organisation da drin hängt weil dann hat man Sicherheitsbeauftragten dann hat man die IT die da mit drin sitzt die die diskutieren ja darüber und dann ist es in der Realität in einem Unternehmen auch selten so dass der Geschäftsführer sagt ist mir egal was ihr alle sagt ich mach das jetzt trotzdem gibt es den Fall aber meistens nicht also die sind ja nicht auf den Kopf gefallen die Leute also die wissen ja die stellen die anderen nicht an damit die gut aussehen sondern damit die denen helfen ein Unternehmen zu führen da liegen wir sogar relativ gut in der Zeit würde ich sagen und soweit sehe ich dann auch keine weiteren Nachfragen dann ein kleines Applauschen für den Silas und vielen lieben Dank dass du uns zu den Schlagworten die wir heute über den Tag ständig gehört haben auch ein bisschen Hintergrund ausgeben können gerne ich hoffe es hat gefallen und man sieht sich immer zweimal ja hoffentlich so und unser nächster Programmpunkt ist dann Dr. Mark Ohm der uns heute was dazu erzählen wird was hier auch auch wieder angeklungen ist wir haben irgendwie so richtig rote Fäden heute das läuft alles beieinander wir haben über das Thema Sicherheit in allen möglichen Teilbereichen gesprochen und da ist natürlich auch ein relevanter Teil die Software Supply Chain also woher kommt eigentlich diese Software auf der dann sicher draufsteht oder auch nicht und genau zu diesem Thema beschäftigt sich Mark an der Hochschule in Bonn wie gesagt akademisch und sobald er sein Mikrofönchen hat was jeden Moment soweit sein dürfte erzählt er uns deswegen genau über Software Supply Chain Security das sieht gut aus Tess Tess hallo ok ich glaube ich bin soweit dann versuche ich mal mein Glück diesen tollen Vortrag noch zu toppen es ging schon um ja Lieferketten wir haben gemerkt es gibt schöne Gesetze die teure Geld kosten und das ist schon die bessere Lösung es gibt Unternehmen die haben irgendwie Verträge aber jetzt begeben wir uns eigentlich mal in eine Welt wo es sowas nicht gibt gerade im Open Source haben wir gar keine Verträge und das ist alles so ein bisschen wilder Westen genau das war mein Forschungsgebiet schon seit längerem jetzt Software Supply Chain Security aber bevor wir damit anfangen nochmal kurz zu mir da gibt es mich auch in groß ich bin Marc Ohm ich habe meinen Bachelor Master und Doktor an der Uni Bonn gemacht also bin gar nicht so weit rumgereist in der Welt bisher habe aber nebenbei noch im Fraunhofer FKE gearbeitet das ist auch in Bonn angesiedelt und ich habe mich mit Threat Intelligence am Anfang beschäftigt bin dann ein bisschen naja irgendwie so über die Software Supply Chain gestolpert habe mich gefragt was kann man denn dafür einen Schabernack treiben und wo kann man eigentlich noch Machine Learning dafür einsetzen weil es gerade eh ein heißes Thema war genau meine Doktorarbeit habe ich schon vor ein paar Jahren geschrieben Software Supply Chain Security ist jetzt zwar ein großes Thema ich habe damit 2019 angefangen das war noch relativ früh das heißt gucken wir mal was passiert erstmal fangen wir mit was an womit wir alle was anfangen können Lasagne so wer von euch mag Lasagne das ist gut wer von euch denkt den größten Teil der Zutaten von einer Lasagne zu kennen also wer kann eine Lasagne ungefähr kochen ja die meisten so wer benutzt Firefox gut wer denkt er kennt die meisten Zutaten von Firefox alle das gucken wir gleich nach das gucken wir nach genau das ist ein bisschen das Problem wir benutzen alle Software ist auch alles schön und gut aber man weiß gar nicht genau was drin steckt und eigentlich ist ja große Software nur ganz viele kleine Softwares und die sind ja auch nur mehr kleinere Softwares das Ganze nennt man Software Supply Chain oder Software Lieferkette zu Deutsch und damit wir mal kurz über das gleiche sprechen werde ich mal ein paar Variable Wörter einführen also ganz am Anfang ist der Developer ein Entwickler der ist zum Kaffee getrieben und macht daraus irgendwie Code den legt er irgendwo hin in seinem Code Repository das kennt man in GitHub GitLab Bitbucket und wie sie alle heißen da lebt der Code von da aus geht er im besten Fall wenn man das alles schön gemacht hat in ein Build System sei es zum Beispiel Jenkins CICD von GitLab und so GitHub Actions heißen sie da wird aus dem Source Code irgendwas paketiert oder kompiliert irgendwie ein Paket kommt daraus das kann man dann zum Beispiel in ein Package Repository hochladen bekannte Dinger sind zum Beispiel NPM für da klebt es glaube ich auch als Aufkleber auf deinem Laptop für JavaScript gucken wir mal das ist übrigens das wo die meiste Malweber Python Package Index und Ruby Games aber auch Packages und Co das heißt da lebt das fertige Paket wie andere es benutzen können um damit zu interagieren gibt es Package Manager das ist sowas wie NPM PIP und GEM das heißt jede Sprache hat ein Package Repository jedes Package Repository hat mindestens ein Package Manager damit kann man dann Sachen installieren deinstallieren aktualisieren und am Ende kann man sich darüber freuen dass man ein neues Programm hat so was man hier schon sieht ist eigentlich es gibt krass viele Punkte von links nach rechts also eine Software Supply Chain fängt an bei der Idee einer Software und geht hin bis zum Endprodukt dazwischen liegen Entwickler es liegen Code Repositories die öffentlich zugänglich sind vielleicht wenn sie Open Source sind das ist auch nur Software also Git ist ja auch eine Software es gibt Bildsysteme das ist auch irgendwie Software die läuft auf anderen Servern mit irgendwelchen anderen Sachen zusammen Package Repositories sind ja auch nur große Download Portale die Software darstellen Package Manager ist auch nur Software und die kann auch Fehler haben und auch komische Designentscheidungen zum Beispiel kann NPM und PIP können beide arbiträren Code zur Installation ausführen weil das so gewünscht ist wenn man das unbedingt möchte bei Ruby Games ist es etwas schwieriger aber es geht auch naja das eigentliche Problem ist diese Package Repositories haben unfassbar viele Bausteine für Software das ist ja auch gut so Open Source frei verfügbar einfach kannst du einsetzen es hat eine Funktionalität du musst nichts selber machen du sparst Zeit im Unternehmen sparst du dadurch auch Geld und das heißt aber jedes neue Software Projekt sieht einfach so aus du nimmst die Bausteine die es gibt machst ein bisschen Glue Code dran klebst es zusammen hast ein neues wunderbares Schloss gebaut aus Teilen die eh schon da waren was dir jetzt aber keiner sagen kann ist ob der Torbogen den du hinten ans Schloss gebaut hast nicht vielleicht auch noch einen zweiten Schlüssel irgendwo liegen hat oder ob diese eine tragende Säule aus deinen Klötzen vielleicht irgendeine Schwachstelle hat und das Ganze einstürzen lassen kann zusätzlich gab es 2021 mal eine Umfrage von Inqtel die haben einfach mal die Entwickler gefragt so ja guckt ihr euch denn die Software Komponenten an bevor ihr die benutzt ja ja machen wir und vertraut ihr dem was ihr benutzt ja ja wir vertrauen dem wir kommen hin zu einem ganz großen Vertrauensproblem also die Leute sehen Code der spart Zeit der spart Geld sieht aus wie ein Shortcut Vertrauen ist blind wir nehmen die Software was soll denn schon schief gehen genau das damit habe ich angefangen was kann schon schief gehen habe mich erstmal hingesetzt und lauter Vorfälle gesammelt das war das allererste Paper dazu das kam 2020 raus es nennt sich Backstabbers Knife Collection a Review of Open Source Software Supply Chain Attacks es ist auch ein Datensatz das heißt ich habe da Vorfälle gesammelt man kann den Zugriff bei mir beantragen das ist eine große Auswahl damals hatten wir um die 180 Schadpakete gefunden auf offiziellen Quellen noch also wir haben die Incident Reports gefunden haben das alles durchgeschaut und geguckt ob wir die Sachen noch runterladen können bei den meisten konnten wir sie runterladen einfach noch da wo es nicht ging haben wir auf chinesischen Mirrors geguckt die nur kopieren und nicht löschen und haben sie da hergeholt dann konnten wir erst so schöne Statistiken machen und so weiter und so fort inzwischen ist der wirklich sehr beliebt also in der wissenschaftlichen Publikation gut genutzt Unternehmen benutzen den auch um ihre eigenen Sachen zu testen also kennen nicht mal die Hälfte der Leute die das inzwischen benutzen aber sind so Sachen dabei wie Microsoft SAP und andere große Unternehmen die sich dafür interessieren ob ihre Änderungsmethoden denn funktionieren so genau wir hatten am Anfang 180 Pakete ich glaube inzwischen sind wir bei ein bisschen mehr über 5000 das wächst ganz gut wenn wir uns die Statistiken angucken die sind jetzt noch ein bisschen älter inzwischen hat sich das geändert aber so ein klassischer Angriff über die Software Supply Chain funktioniert mit einem Type-Ruscoating man kennt es von Domains man vertippt sich ein bisschen hat jetzt überlegt ob ich hier ein Spiel einbaue wer würde Colorama installieren wer würde Colorama installieren es klingt sogar gleich das eine ist nach US-Schreibweise das andere nach britischer Schreibweise das eine war Malware das andere macht irgendwas bunt genau aber Type-Ruscoating ist halt der Hauptvektor ansonsten gibt es natürlich noch dass existierende Pakete übernommen werden ist ein bisschen aufwendiger aber dafür hat man direkt eine Userbase die Malware kommt rein und fühlt sich meistens sofort nach der Installation aus wie ich schon gesagt habe NPM und PIP können arbiträren kurze Installationszeit ausführen die Setup-Pi wird zum Beispiel ausgeführt was da drin steht wird nicht geprüft das heißt die Malware kommt führt sich sofort aus Cloud-sensitive Informationen also klassischerweise Passwort-Dateien SSH-Keys GPG-Keys was man halt so finden kann an Schlüsselmaterial und schickt das erstmal weg also spricht eher dafür dass die erstmal Daten klauen zweite Runde vorbereiten oder sich auch weiter ausbreiten wollen die ungefähr die Hälfte versteckt sich so ein bisschen mit Obfuscation also das heißt aber auch so Sachen wie Minification Base64 mal benutzen also das Einzige was ein bisschen sophisticated war es gab einen Vorfall der hat AES benutzt und sein Mal Malicious Code verschlüsselt der Rest steht da plain drin also können wir gleich vielleicht auch noch gucken die Dinger waren unfassbar lang verfügbar einfach also Median zwei Monate ich glaube der Durchschnitt waren mehrere hundert Tage die wurden damals nicht entfernt ich bin über die ganze Forschung hinweg immer wieder auf Malversuche gegangen und immer was ich gefunden habe habe ich zum Beispiel NPM reported und die schönen schon ihre Statistiken bei denen steht Report Date gleich Delete Date da liegen aber in Wahrheit zwei Monate zwischen also nehmt das auch nicht für Statistiken her das ist alles gelogen ich hatte damals einen Attack Tree entwickelt das heißt wie kommt man als Chart-Paket in eine Software-Suppertion rein der war relativ klein dann sind meine Kollegen von SAP hingegangen haben den weiter und größer gemacht der würde die 15 Minuten hier sprengen alles vorzustellen heißt aber SAP Risk Explorer wenn ihr euch mal anschauen wollt dann kam Google und hat es wieder einfacher gemacht beziehungsweise eigentlich Salsa das ist ein Side-Project Google ist da ganz gut drin vertreten aber ich glaube auch die Linux Foundation und das ist quasi wieder der Lebenszyklus von der Software vom Developer bis zum Consumer und dann haben die halt gesagt okay es gibt bestimmte Stellen da kann was kaputt gehen und Surprise das sind alle Stellen es kann halt überall kaputt gehen irgendwo kann irgendwo Chart-Code reinkommen und das Problem ist das ist nur der Lifecycle von einer Software und das hier unten Dependencies das ist ja wieder Software das heißt was da oben ist ist da unten einfach rekursiv immer weiter immer mehr Salsa-Projekt ist ein schönes Ding um sich das vereinfacht anzuschauen und auch Gegenmaßnahmen zu finden aber im Großen und Ganzen klingt es so Softwareentwicklung ist gerade kaputt gefühlt ist sehr viel Malware einfach dabei aber was kann man jetzt noch machen also als Organisation ist es so dass man zwei Faktor Authentifizierung benutzen sollte aber das muss ich euch wahrscheinlich auch nicht erklären es gab aber zum Beispiel sowas dass Pipey ist hingegangen hat geguckt was sind die wichtigsten Pakete und hat den Entwicklern Titan Keys geschickt auf eigene Kosten damit die wenigstens für ihre wichtigsten Entwickler was haben NPM hat glaube ich inzwischen auch einen verpflichtenden zweiten Faktor für die Top Maintainer also die haben auch gemerkt das ist irgendwie wichtig dann gibt es noch ein Projekt das nennt sich Reproducible Builds die Idee ist quasi wenn man Source Code zweimal kompiliert sollte das binär gleiche Artefakt hinten rauskommen ist meistens so nicht also Debian und Arch sind dabei ihre Pakete Reproducible zu kriegen ich glaube Debian ist auch schon bei 96% zum Beispiel die XZ Library Angriff den habt ihr bestimmt gehört das hätte man mit finden können weil der Chartcode Schnipsel war nicht eingecheckt der wurde irgendwie erst später beim Build hinzugefügt das heißt man hätte stimmt es nicht ganz oder was möchtest hinzufügen nicht ganz es ist perfider es gab da noch einen Schritt zwischen Source wie im Gips Infositor liegt und dem WDR Paket Nämlich ein Source Taball der nicht der Version im Git entspricht und das ist per Design aus historischen Gründen aus den 90ern weil man halt irgendwie so ein Configure-Skript generiert aus dem Configure-Source-Skript also Configure.ac deswegen sind da generierte Dateien in diesem Taball von so her ist das per Design aber das war auch der Punkt wo dann was modifiziert werden konnte Ja das entspricht auch genau nicht der Best-Practice Sachen zu nehmen die nicht eingecheckt sind Leider historisch festgetreten aber das hat ein paar Leute auch geweckt Historisch festgetreten ist ein gutes Wort für Software-Supply-Chain-Sachen ich meine Software und Open-Source und diese ganze Wiederverwendung ist halt krass explodiert in den letzten Jahren also NPM ist ja von ein paar hunderttausend auf inzwischen wo sind wir jetzt 4 Millionen Paket oder sowas und da war Sicherheit am Anfang ja auch nie ein Problem und jetzt ist es ein großes genau aber damit man überhaupt weiß was drin steckt Software-Bill of Materials bald kommt ja der Cyber-Resilience-Act der das dann auch fordert für gewisse Softwares das ist quasi das Inhaltsverzeichnis für Software hätte zum Beispiel bei Log4j geholfen hatte ich mir schon auch schon mal gehört da war ja der große Aufruhr kurz vor Weihnachten ist das bei uns drin keine Ahnung gucken wir mal zwei Monate lang genau es gibt noch andere Best-Practices wie Multi-Person-Review oft passiert es einfach weil Angreifer Maintainer-Richte kriegen und die Änderungen so durchwinken können und zack sind sie im nächsten Release drin es gibt Projekte wie SixStore und Salsa die einfach sich damit auch beschäftigen wie signiert man eigentlich also wie kann man beweisen wo etwas herkommt und Salsa sagt wie kann ich dafür sorgen dass die von mir verwendeten Artefakte auch möglicherweise gutartig sind und dass ich weiß wo sie herkommen Awareness ist ein ganz tolles Thema ihr seid wahrscheinlich schon ein bisschen Aware aber ich habe das auch schon vor CTOs und CSOs gehalten die waren dann alle überrascht und waren ganz depressiv wieder rausgegangen das ist immerhin schon mal etwas es gibt bestimmt noch viel mehr Möglichkeiten so ich kann man nicht genau wissen ich habe keine Vorschau deswegen weiß ich nicht was die nächste Folie ist aber auch tolle Tipps sind Know Your Dependencies also wenn ihr selber entwickelt guckt was ihr benutzt also seid euch dessen gewahr und nehmt nicht einfach alles weil zum Beispiel wo wir auch KI jetzt gerade haben und generative KI ChatGPT generiert ja auch ganz gut Code und halluziniert ja auch noch und wenn das Ding jetzt halt einfach Pakete halluziniert und schlaue Leute auf die Idee kommen dieses Paket genau zu registrieren dann hat man alle Leute die blind von ChatGPT kopieren schon mal infiziert das war auch ein recht lustiger Angriff weil ich wurde mal gefragt ob generative AI denn jetzt dagegen helfen würde und ja dann angreifen hilft es wunderbar genau aber auch so ich glaube das hier war in der Tat Colorama das ist die Setup Pi ich habe die nicht verändert also da ist einfach eine Klasse drin die heißt Total Innocent Class und hat einen riesigen Base64 Blob der dann einfach mit Exec ausgeführt wird also das ist nicht mal versteckt also nicht großartig aber wenn man sich kurz die zwei Minuten nimmt mal in die Library reinzugucken was da so passiert während man die installiert hätte man die meiste Mal ja schon gefunden was haben wir noch genau Reducer Dependencies also Abhängigkeit und ja Souveränität hatten wir auch vielleicht muss man nicht immer die Sachen von anderen Leuten nehmen zum Beispiel wer würde schon gewinnen das Paket ist even oder Modulo 2 also das Paket ist even gibt es das hat so 215.000 Downloads pro Woche ist auch seit über vier Jahren nicht mehr maintained aber warum auch ist ja wahrscheinlich Feature Complete aber es hat eine Dependency auf ist odd also man will gucken ob eine Zahl gerade ist und es werden zwei Pakete installiert und das eine guckt ob es gerade ist invertiert die Antwort bei ist even und sagt dir dann ja ist krumm oder nicht war es das jetzt wirklich notwendig oder hätte man vielleicht Modulo 2 rechnen können also wenn man an der Oberstufe aufgepasst hat wäre die Antwort wohl Modulo 2 gewesen das heißt braucht man immer eine riesige externe Library die vielleicht sogar noch viel mehr bietet als nur gucken ob es gerade ist oder kann man vielleicht eine Funktion gerade klauen genau Watch out for Impostors Typo Squatting ist Platz 1 und die das Problem ist NPM Pypepeak und Co sind anonym und man registriert sich einfach und dann kann man Pakete hochladen so viele wie man möchte und das führt auch inzwischen dazu dass die Dinge einfach autogeneriert sind man guckt sich an ich möchte TensorFlow angreifen dann generiere mir doch einfach mal alle Tippfehler für TensorFlow und dann lade ich halt zweieinhalbtausend Pakete hoch ist doch nicht so schlimm und das passiert auch wieder Pypey hat zum Beispiel ich glaube dieses Jahr zweimal dicht gemacht für neue Pakete Frage genau daran anschließend wahrscheinlich antwortest das recht aber gibt es da keine Safeguards dass ich einfach als ich habe keine Credited Packets und denke mir so hey ich habe hier 2000 neue Packets wink da musst du immer aufmerksam werden die Plattformen behaupten Sicherheitsprüfungen zu machen aber ich meine die Nachrichten beweisen dass sie mir nicht tun und die verraten ja auch nicht was sie tun also glaube ich denen auch nicht und Pypey hat halt zweimal dicht gemacht weil es zu viel Mal war die hatten innerhalb von Stunden war es zu viel das haben sie da gemerkt in der Tat und haben dann gesagt wir nehmen jetzt keine neuen Pakete mehr an für die nächsten paar Wochen einfach kompletter Betriebsschluss so gesehen also nur das was noch da war ist auch noch eine Frage stimmt das jetzt wirklich dass S-Bombs hätten bei Log4j geholfen wenn jeder für seine Software und wenn es perfekt dokumentiert wäre was in deiner Software drin steckt das ist auch schon sehr ein Wunschdenken dann hättest du gewusst dass Log4j oder das die verwundbare Bibliothek von dir verwendet wird dann hättest du schneller reagieren können weil so mussten alle hingehen und erstmal herausfinden ob es überhaupt drin steckt das war doch direkt ein Code von dieser Bibliothek genau aber die Leute wussten nicht ob sie diese Bibliothek benutzen so was habe ich noch für Folien ah ja Wissenschaft ich mache ja auch Wissenschaft genau es gibt ein Paper das hat eine Student von mir geschrieben die Shalin eine Systematization of Knowledge also wir sind hingegangen haben geguckt was haben eigentlich so die anderen gemacht außer uns für die Erkennung von solchen Angriffen also eigentlich es ist eigentlich Normalware Detection mit einer anderen Farbe aber wir haben halt geguckt es gab so klassische Kategorien regelbasiert KI basiert Clustering und ganz gekrempelt aber ich habe einfach mal die besten ausgesucht dieser Oma et al macht echt gute Arbeit genau was haben wir gemacht wir haben hier oben forensische Artefakte angeschaut das heißt wir haben zum Beispiel Software mehrmals installiert und geguckt ob sich das Verhalten bei einer Kompromotierung verändert und dann haben wir halt festgestellt dass es sich krass verändert weil die meisten Bibliotheken zur Installation für gewöhnlich keine Netzwerkverbindung brauchen Malware aber schon wenn sie was wegschicken möchte oben rechts you can run but you can't hide da haben wir gedacht es ist ja keine Frage ob wir angegriffen werden sondern wann das heißt wir brauchen irgendwie ein bisschen Resilienz und im besten Fall können wir sogar malicious Software laufen lassen ohne dass was passiert da haben wir den Node Interpreter rumgepatcht dass der quasi Capabilities konnte und wenn man gesagt hat das Programm braucht nur das um zu laufen wie wir ja gezeigt hatten forensische Artefakte ändern sich wenn Malware plötzlich drin steckt konnten wir die Funktion quasi verbieten hatte ganz okay funktioniert auf dem kleinen Test Set ist halt nur bei der Hälfte abgestürzt aber die andere Hälfte lief weiter aber im besten immer noch keine Malware ausgeführt so was haben wir noch unten links haben wir Code Reuse das ist auch noch ganz lustig Angreifer sind halt genauso faul wie wir also wenn die einmal einen Source Code haben der denen ihre malicious Sache ausführt dann kopieren die den immer weiter und benutzen den das heißt wenn wir ihn ein, zweimal gesehen haben können wir eine Regel daraus schreiben und auf die Suche gehen haben wir automatisiert gemacht also Regeln automatisiert erzeugt sind suchen gegangen und haben noch Überreste von alten Angriffen gefunden die wir dann noch schnell abgeräumt haben unten rechts haben wir Supervis Machine Learning gemacht weil man muss ja irgendwas mit Machine Learning machen wenn man schon einen Datensatz hat hat auch ganz gut funktioniert wenn man die Dinge alle so zusammenschaltet dann haben wir aber auch noch festgestellt das ist nicht binär also es gibt nicht nur gute und schlechte Software sondern auch ganz viel Beschissen in der Mitte das war gerade die dritte Klasse die wir nicht antizipiert haben weil das was auf NPM rumfliegt echt oft scheiße ist also wenn du so ja du trainierst deine KI darauf irgendwie auf merkwürdige Sachen zu reagieren und dann sind da Leute die machen ihre Visitenkarten als NPM Paket und wenn du das runterlädst dann macht das halt Cut von der Datei und das sieht genauso aus wie Malware oder es lädt noch irgendwas nach so ein JSON aus dem Internet um das dann pretty print auf deiner Konsole auszugeben und du kannst es halt nicht mehr unterscheiden ist das jetzt dumm oder ist das Malware so ja in der Mitte weil wir ja wieder Machine Learning hier Transformers das sind sowas wie ChatGPT nur ein bisschen dümmer in der Form da haben wir einfach mal geguckt weil wir für unten rechts das Machine Learning da mussten wir uns die Feature selber überlegen also wie so Tiere haben wir uns den Chartcode angeguckt und ja viele eckige Klammern sind ein Indikator für Chartcode weil die oft die nehmen einen random String und picken sich einzelne Zeichen raus um neue Strings zu bauen das braucht viele eckige Klammern und das war in einer unserer Features wir haben aber dann bei den Transformern gesagt hier bette das selber in deinen Embeddingraum ein und auf dem Embeddingraum trainieren wir dann Supervised Sachen und das hat eigentlich auch ziemlich gut funktioniert weil die Transformer ja oft die Semantik noch dran packen und das war dann wirklich schön geclustert in seinem Embeddingraum hat wunderschön funktioniert so ich weiß gar nicht wie lange ich gebraucht habe aber ich mache einfach mal pessimistischen Ausblick die Angriffskampagnen werden immer mehr und immer größer damals beim ersten Datensatz war die größte Kampagne 36 Pakete vor einem Jahr wurde mir ein Datensatz von einer Kampagne zugespielt das waren zweieinhalbtausend Pakete also das wird einfach mehr wie gesagt Pipi hat schon zweimal zugemacht wegen sowas ich glaube der Trend wird auf andere Ökosysteme übergreifen also wir haben das jetzt für die direkten Softwarekomponenten was ich jetzt aber über Studiarbeiten auch betrachten lasse sind IDEs also VS Code hat ja tolle Extensions da gab es auch schon mal wer drin auch lustige Seitenanekdote die API über die der VS Code Store bedient wird liefert auch die gelöschten zurück das kannst du dir die Malware halt dann so runterladen die ist einfach noch verfügbar mit dem Flag Deleted wäre es hier nicht einfach möglich wieder um irgendwie das blinkt jetzt schön da oben irgendwie bei VS Code damit man einen schönen Glitter-Effekt kriegt und der lädt dann einfach so ein Deleted Extension noch nach ist das machbar klar also das ist ja Elektron mach was du willst also das ist zwar irgendwie gesandboxed aber nicht hilfreich gesandboxed genau wir hatten aber auch schon so Proof of Concepts schreiben lassen die nachdem du STRG S gedrückt hast den Chartcode einfügen die Datei abspeichern und danach wieder entfernen dass du es dann nicht gesehen hast also das ist auch möglich genau die Detection ist einfach auf Glück basierend zur Zeit wir haben Detektoren gebaut die funktionieren so lala bei den anderen war es auch nicht besser es gibt nicht diese eine Solution für alles deswegen Xset Library ist glaube ich das größte Beispiel für Glück weil da so eine halbe Millisekunde fehlte beim Login ist da eine Aufmerksam geworden und hat Ostern sausen lassen und was anderes gemacht und eigentlich ist es irgendwie nur eine Frage der Zeit bis es mal so richtig knallt wir hatten bisher immer das Glück selbst SolarWinds und Kaseya und Xset ist alles noch glimpflich ausgegangen man weiß aber auch nicht was alles durchgegangen ist also die Linux Foundation hatte nach Xset ja gesagt wir haben da nochmal nachgeguckt und ähnliche Fälle gefunden wo es verhindert wurde was sind denn die Fälle die nicht verhindert wurden ja genau alles kaputt das wäre eigentlich dann auch der Teil den ich spreche ich hätte dann noch kleine Aufgaben mitgebracht einerseits der Selbsttest mit der Lasagne könnt ihr am Handy machen ich hoffe das ist halbwegs ansehbar sonst tippt einfach die URL ab und macht es am Computer das war auch eine studentische Arbeit von mir eine Bachelorarbeit der hat die Software Supply Chain visualisiert also der hat wirklich für Firefox und Chromium hat er alle Dependencies bis auf die unterste Ebene nachvollzogen das hat irgendwie drei Tage gedauert und das Ganze als Graph dargestellt und dann kann man da jetzt ein kleines Ratespiel zu machen macht es ruhig in Ruhe ich stelle solange die zweite Aufgabe vor wer ein bisschen Malware anpacken möchte also geht eher mit einem Computer über den QR-Code oder den Link könnt ihr euch das runterladen ich habe die entschärft aber ihr solltet sie trotzdem nicht installieren und das ist auch eine Aufgabe die ich meinen Studierenden in der Vorlesung gebe also das ist eine Übungsaufgabe dass sie sich das Paket angucken sollen um das zu analysieren und dann sollen die Fragen beantworten was ist der Trigger für die Execution welche Obfuscation Technik wurde eingesetzt was überhaupt das Objective von diesem Angriff und wie wurde das implementiert genau ich habe ja mal beide QR-Codes damit ihr euch nicht dann noch entscheiden könnt genug gesprochen ihr könnt ein bisschen rumspielen schaut mal wie weit ihr daneben liegt bei den Dependencies von Firefox oder Chromium und ansonsten könnt ihr die Malware anschauen und mir berichten was sie gefunden haben es gibt übrigens noch ein Easter Egg in dieser Malware die nichts mit der Malware zu tun hat sondern mit MPM wer die findet kriegt weiß ich nicht Handschlag danke 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 ich musste mich auch schwer kurz halten ich habe glaube ich noch 40 Backup Folien normalerweise rede ich gerne und lange über das Thema was machst du denn da Pascal du kannst du kannst natürlich auch für alle die Malware angucken da muss ich das nicht tun hier ist eine Frage da kommt das Mikrofon gibt es welche Lösungen um gegen Software Supply Chain zu schützen auch wenn man bereits eine Vulnerability Management hat Security Postmanagement durchgeführt hat und Risikomanagement für Informationssicherheit eingebaut hat also Software Reuse ist ja generell was was mit Risiko zu tun hat weil du vertraust darauf dass die Software Pakete gutartig sind und das also wenn du ein großes reiches Unternehmen bist dann prüfst du deine Abhängigkeiten vorher das ist so das was die Großen machen können die haben dann freigegebene Pakete die sie benutzen weil sie voll geprüft wurden wenn du zusätzlich noch die Best Practices für generelle Cyber Security umsetzt wie zwei Faktor Authentifizierung eine Firewall und vielleicht ein bisschen Anomalie Detektion dann bist du auf jeden Fall auch schon besser dabei aber es gibt jetzt nicht den einen Detektor für Software Supply Chain Angriffe verstehe danke von meiner Seite wäre da noch eine Frage und zwar du hast ja jetzt relativ viel über das Thema Software Supply Chain gesprochen aber irgendwie hast du die ganze Zeit noch von diesem Open Source Kram und wir wissen alle Open Source ist ja nicht feasible wink wink das heißt alle benutzen eigentlich Microsoft oder sonstige proprietäre Lösungen die die Vorhaben die du angesprochen hast zum Thema eine Accountability herzustellen welche Libraries sind da drin welche Software Parts wurden verwendet spielt das eine Rolle für proprietäre Software also wird Microsoft uns demnächst erzählen was sie alles an Open Source Projekten da reingeklatscht haben und nicht einfach wortlos eine GPL hinwerfen die erste Antwort ist ja die zweite ist nein also über den Cyber Resilience Act müssen die das glaube ich auch pflegen ihre S-Bombs also was steckt drin müssen das aber nicht an den normalen Benutzer rausgeben erst auf richterliche Anfrage weil was kaputt ist oder sowas gibt es dann glaube ich eine interne Einsicht Open Source hat das natürlich dann frei einsehbar was natürlich viel schöner und netter ist aber es gibt auch Untersuchungen wie hießen sie denn nochmal Black Duck glaube ich so ein Unternehmen die machen Code Audits für Closed Source auch und die haben halt festgestellt dass an 96 oder 98 Prozent es ist eh Open Source also das wird halt großzügig genommen und dann das kleine proprietäre Add-on draufgesetzt ja schöne schöne Anekdote in den letzten Tagen irgendwann ist der Source Code von Winamp dem alten Media Player anscheinend offiziell auf GitHub gelandet das ist einfach furchtbar also die die haben da proprietären Dolby Code wo extra Do Not Distribute und so weiter drüber steht drin und das kann man sich mal angucken ist wunderbar also wunderbar furchtbar wenn man mal proprietären Code zu sehen kriegt das immer erschrocken wie scheiße der ist wenn man sich mal die Supply Chains von zum Beispiel Winamp vorstellen will das ist übrigens tatsächlich der echte Code weil jemand hat die komplette Winamp Marke gekauft um jetzt ein wer mal geraten welches Passwort natürlich AI Produkte rauszumachen Winamp ist jetzt ein AI Musikdienst endlich 20 Jahre gewartet hat schon irgendjemand die linke Umfrage oder diese Klinik Rate Spiel durchgespielt möchte er seine Zahlen nennen könnte einfach nur sagen um wie viel tausend Prozent ihr daneben lag also ich weiß nicht ob Mitarbeiten die hier überhaupt berechtigt sind teilzunehmen aber ihr dürft alles ich würde sagen ausnahmsweise ja ich arbeite ja zum Glück gerade nicht ich habe also der Faktor war vollkommen falsch aber der also der Unterschied es gab ja vier oder fünf Zahlen die abgefragt wurden ich habe das mit Firefox durchgespielt ich glaube ich hatte bei ersten letzten Frage 80 also 80 Länder irgendwie sowas ja letztendlich waren es irgendwie 800 und genau bei wie viele ich glaube Softwareentwickler maximal quasi beteiligt sind hatte ich ja gut 1000 dann waren es dann irgendwie 30.000 oder so ja und die einzelnen Komponenten hast du die gut geschätzt die Anzahl der Komponenten ja auch Faktor was war das fünf oder zehn zu gering aber also ja hab ich es noch richtig im Kopf dass es ungefähr 40.000 Komponenten waren ja genau da steckt schon einiges in Firefox also der Student hat auch ewig daran rumgerechnet der hat ja dann keiner hatte die S-Bomb da rumliegen das heißt er Trivia benutzt um zu gucken was ist da drin in dem Paket und für jedes davon hat er dann weiter runter gesucht mich wundern die Zahlen tatsächlich und zwar wenn man wenn man überlegt müsste das ja eigentlich heißen dass irgendwann ein Teil in dieser Supply Chain ist der keine eigenen Supplier mehr hat ist das der Fall gewesen also gab es dann ab dem gewissen Punkt nur noch Loops also dass schon Supplier die bereits mal in der Supply Chain waren als Supplier gelistet waren oder oder wie wurde das Ganze unterbrochen oder aufgehört genau also es hat entweder geendet wenn wir keine Dependencies mehr gefunden haben das kann am Tool gelegen haben wenn es wirklich keine mehr gab weil es gibt es muss ja Software geben die keine Abhängigkeiten hat aber das Gesagt kam auch doppelt vor die wurden dann nur auf der ersten Ebene eingefügt in den Graph also kann sein dass andere Dependencies das nochmal dependet hatten genau also es wurde einfach abgebrochen sobald wir nichts weiteres gefunden haben gibt es einen speziellen Grund warum nicht LeftPad als Beispiel für NPM Libraries die keine Sau braucht aufgeführt hat oder war das nicht trivial genug weil Mod 2 ist ja schon sehr also LeftPad wenn man das selber implementiert ist bestimmt schon so lang oder? ja also es ist schon eine ganze Zeit ja siehst du ich muss schon einfach bleiben bestudieren nee es gibt so viele dämliche Beispiele da ist Mod 2 noch das verständlichste selbst Colorama wo dir dann Logging bunt gemacht wird ja okay achso mehr macht das nicht nee das ist du kannst Sachen in den Kett werfen und sagen guess what und das funktioniert sehr gut genau hat sich denn einer die Malware schon angeschaut oder ist dabei ich meine die ist nicht so aufregend das ist ja einfach ein NPM JavaScript Paket das ist eine HGSIP wo drei Dateien drin liegen wenn keiner guckt kann ich es auch kurz erzählen was drin ist es funktioniert ja so dass NPM Pakete haben eine Package JSON und dort kann man Installationsskripte mitgeben die ausgeführt werden damit das alles ordnungsgemäß funktioniert und es gibt Pre-Install Post-Install und Install und alle führen einfach das aus was da drin steht also es gibt einige Mal die schreibt da einfach ein Bash rein was sie machen sollen diese hier hat noch einen Extraschritt die hat nämlich noch eine Datei eine Bash-Datei die ausgeführt wird oder eine JavaScript Datei über die Node gestartet wird oder sowas und die führt im Endeffekt eine andere Datei wiederum aus die eine Reverse-Share öffnet und einfach im Leben enthält bitte ja die ist nicht sonderlich versteckt da ist nämlich höchstens minifiziert und nicht mal großartig da steht halt einfach plane drinnen führe diese Datei aus und diese Datei steht einfach mach mir SH oder sowas auf und dann ja Reverse-Share halt und es ist nicht obfuscated es wird bei Installation ausgeführt und genau das Mini-Easter Egg ist übrigens wegen reproducible builds da hatte ich ja erzählt da soll das binär gleiche Artefakt rauskommen dafür müssen so Sachen wie Timestamps zum Beispiel auch eigentlich rausgefiltert werden sonst hast du bei jedem Kompiliervorgang ja andere Timestamps drin und NBM hat sich irgendwann mal dazu entschieden alle Timestamps beim Packagen auf den 25. Oktober 1985 zu setzen möchte jemand raten wo dieses Datum erinnert? es ist aus einem Fernsehfilm na gut es ist zurück in die Zukunft das ist das Datum wo die hinfahren ja ich einfach dafür wir haben gesagt das ist ein Datum das da gab es uns noch nicht wir setzen alle Pakete oder alle Dateien immer auf dieses Datum für Reproduzierbarkeitszwecke ja genau das war es eigentlich von meiner Seite ich weiß gar nicht wie die Zeit ist wir sind ganz gut wir sind ganz gut wir sind jetzt in der Pause das ist ja perfekt damit ihr es wisst ich habe auch noch große Screenshots zu dem was ich gesagt habe oder hier Malicious Vs Code Extensions das war zum Beispiel eine die macht einfach nur Dark Theme aber klaut auch deine SSH-Keys man kennt es ein Klassiker ja gut XZ Library haben wir auch drüber gesprochen hier habe ich noch für jeden einzelnen Schritt ein Beispiel ich glaube die gehen wir jetzt mal nicht durch ich hätte noch so eine kleine kurze Frage wo ich einfach persönliche Meinung gerne hören würde du machst ja so Software Supply Chain Security jetzt bin ich letztes Mal wieder über GitHub gestolpert und musste mich dann zwingenderweise anmelden und da habe ich immerhin gleich gesagt gut dann machen wir auch Passkey habe meinen Passkey eingerichtet und dann sagt GitHub zu mir jetzt mal auf was hältst du davon dieses ganze Signing das nervig wir machen jetzt folgendes auf dem Microsoft Server können wir dir jetzt einfach GPG-Keys erstellen und dann benutzt du nur noch VS Code online im Browser das klingt total sinnvoll also meine Schlüssel woanders hinzulegen finde ich schon komisch würde ich ja nicht tun ja aber Microsoft hat ja einen eindeutig guten Track Record was Security angeht da kann man ja nicht einfach als User schnell Admin werden oder um den Kreis wieder zu schließen ja ist alles kaputt ja genau hast du sowas schon gehört also diese Geschichten dass du halt im Prinzip sagst ich nehme einem Dev die Maschine weg und würdest du sagen ist das eher förderlich oder eher eher kontraproduktiv jetzt für so Projekte also man möchte natürlich diese Sicherheit irgendwie einfach zu benutzen gestalten aus dem Punkt würde ich sagen okay die übernehmen diese ganze Krypto und dann denke ich aber wieder okay dann hast du einen Server wo ganz viele Keys von allen Projekten rumliegen das will man ja vielleicht auch nicht also ich aus Cyber Securities ich würde sagen nee mach mal nicht also so Many Eggs One Basket Theorie quasi dass du sagst ja ein GPG Key von einem komischen Deller stehlen schwierig alle GPG Keys von GitHub stehlen können sich lohnen ja genau also das Angreifer müssen ja auch wirtschaftlich handeln und das ist halt ein juicy Target wenn Microsoft das schon für dich sammelt ja dann vielen lieben Dank und euch eine schöne Pause nach der Pause gucken wir uns das Ganze dann mal ganz praktisch an mit der Analyse um 16.30 Uhr so aber solange wir noch nicht am Ende dieser Workshopschule sind haben wir noch ein paar schöne Programmpunkte und zwar wird uns der Moritz ein bisschen was erzählen wir haben heute schon viel gehört über diese Sicherheit und dass man sich Sachen vielleicht angucken möchte ob die auch sicher TM sind so jetzt hat der Moritz leider keine Ahnung von Hardware aber so ein bisschen von Software so und hat sich da mal ein bisschen reingefuchst und erzählt uns was dabei so rausgekommen ist Applaus für Moritz genau danke ja Conti Lockbit und Blackbustern Namen die man vielleicht schon mal gehört haben könnte in schönen Schlagzeilen wie diesen Schlagzeilen über Ransomware Angriffe von professionell organisierten Ransomware Gangs auf große Organisationen mit horrenden Schaden zum die Verteidigung gegen solche Systeme gegen solche Angriffe ist aufgrund der Vielschichtigkeit unserer IT Security recht schwer und kann beim Faktor Mensch mit Security Awareness wie wir heute auch schon gehört haben anfangen und bis hin zu einer Verteidigung auf einer technischen Ebene gehen eben diese die Verteidigung auf der technischen Ebene habe ich mir in meiner Bachelorarbeit vor einem Jahr angeschaut und zwar in Form von der Ransomware Erkennung genau darüber über die Forschungsergebnisse über das was ich da rausgefunden habe möchte ich jetzt hier mal einen kleinen Einblick geben und euch da so ein bisschen sagen ja was was taugen denn jetzt eigentlich Antivirenprodukte so wie wir sie jetzt auch vielleicht kennen bringen die was bringen die nichts und so weiter und wie funktionieren die genau dafür erzähle ich erstmal ein bisschen was ist Ransomware allgemein ganz grundlegend gebe dann einen Überblick über die Ansätze zur Erkennung von Ransomware und gehe dann praktisch darauf ein wie ich die untersucht habe wie ich die versucht habe ein bisschen zu entschleiern so allgemein was ist Ransomware Ransomware ganz allgemein ist eine Art von Malware also es ist eine Art von Schadsoftware mit dem ganz klaren Ziel monetäre Güter von dem Opfer zu erhalten also es hat eine finanzielle Motivation um dies zu um dies zu erreichen gibt es verschiedene Arten von Ransomware die wohl populärsten sind dabei Krypto Ransomware die benutzt kryptografische Verfahren um die Daten des Opfers zu verschlüsseln und damit zu drohen diese erst zu entschlüsseln wenn das Opfer eine gewisse Summe zahlt eine andere Art ist zum Beispiel auch Leakware und Doxware die klaut die Daten und droht dann damit die zu veröffentlichen wenn das Opfer die Summe nicht zahlt was auch noch ganz wichtig zu verstehen ist obwohl man häufig über Ransomware Angriffe spricht wie ich es ja auch schon gemacht habe ist die Ransomware eigentlich erst das letzte Glied in einer schon zuvor in einer schon vorhergegangenen Angriffskette wie wir es heute bei Pascal schon gesehen haben also zu dem Zeitpunkt wo das System eigentlich schon vollständig komplementiert ist der Angreifer kompletten Zugriff auf das System hat würde so eine Ransomware erst deployed werden um diesen Zugriff als Hebel auszunutzen und das eigentliche Ziel damit zu erfüllen dabei wird die Ransomware oft in Form von ja Executables oder von Libraries DLLs eingesetzt die dann ja ausgeführt werden auf den Opfersystem um ihre Funktionalität zu erfüllen so wenn wir jetzt über die Erkennung von solchen Ransomware also von solchen Binaries sprechen wollen müssen wir erstmal ganz allgemein über verschiedene Ansätze zur Analyse von Dateien reden dabei gibt es zwei große ja grundlegende Herangehensweisen auf der einen Seite die statische Analyse dabei ja analysieren wir eine Datei statisch und extrahieren statische Indikatoren also wir führen sie nicht aus sondern extrahieren Indikatoren die wir direkt an dieser Datei selber sehen können die dynamische Analyse geht dabei ein bisschen weiter führt die Datei tatsächlich aus und beobachtet dann damit das Verhalten der Datei so unter diesen zwei großen Herangehensweisen lassen sich dann verschiedene Verfahren untergliedern also auf der einen Seite die signaturbasierte und die heuristikbasierte Erkennung unter der statischen Analyse und für die dynamische Analyse die verhaltensbasierte Erkennung die drei gehe ich jetzt mal im folgenden in der Theorie durch sagt wie sie grundlegend funktionieren was die Vor- und Nachteile sind und später sehen wir dann sie auch nochmal teilweise in der Praxis so die signaturbasierte Erkennung die signaturbasierte Erkennung definiert gewisse Regeln die eine Signatur ergeben sollen also irgendwie ein Fingerprint anhand von syntaktischen Auffälligkeiten solche syntaktische Auffälligkeiten könnten zum Beispiel Hacksequenzen sein oder irgendwelche ASCII Strings die in einer Datei gefunden werden also als Beispiel wenn eine Ransomware oder eine Ransomware Gang ein Crypto Wallet hat und die Adresse in der Datei irgendwo hinterlegt um dem Opfer zu sagen ja Zahl Summe XY an diese Adresse dann könnte man eben diese Adresse in so eine Signatur verpacken und danach suchen und wenn man diese Signatur in einer Datei findet könnte man dann darauf schließen dass es vielleicht diese Ransomware von dieser ja von diesem Angreifer ist eine weitere syntaktische Auffälligkeit oder ein Indikator könnte auch die Größe der Datei sein also wenn man weiß die Datei oder Ransomware XY von irgendeiner Gruppe ist meistens zwischen 100 und 200 Megabyte größt könnte man auch in so einer Regel verpacken das Ganze hat den Vorteil dass es sehr schnell und performant geht man muss die Datei nicht großartig weiter analysieren oder in der Tiefe verstehen sondern kann wirklich syntaktische Auffälligkeiten die man direkt extrahieren kann sich anschauen Nachteil dabei ist auf der einen Seite dass es nur bekannte Ransomware oder Ransomware Komponenten erkennt logisch wenn wir nicht wissen was die die Adresse von dem Crypto Wallet von irgendeiner Ransomware Gang ist dann können wir natürlich auch keine Regel mit eben dieser Adresse definieren weiterer Punkt ist dass es sehr leicht durch statische Obfuscation zu umgehen ist also als Beispiel in dem Fall von der Adresse von dem Crypto Wallet wenn der Angreifer sich eine neue Adresse ein neues Crypto Wallet überlegt und dieses in der Ransomware Hardcoded dann wird schon diese Regel nicht mehr funktionieren man könnte auch als ganz ganz leichten Ansatz Basics die Forencoding nehmen dadurch würden sich schon sehr primitive Signaturen verändern die heuristikbasierte Erkennung geht dann einen Schritt weiter diese beobachte technische Features wie zum Beispiel APIs die geladen werden von irgendeinem Executable oder auch den Control Flow Graph der ja der den Control Flow von einem Binary beschreibt das Ganze ist damit wesentlich intelligenter es geht auf die Semantik einer Datei ein und nicht nur auf die syntaktischen Auffälligkeiten es kann somit auch neue Ransomware erkennen also die in dieser Art und Weise noch nicht vorgekommen ist eben indem es versucht zu verstehen wie die Datei wirklich funktioniert und sich nicht nur einzelne Syntaktiken anschaut Nachteil dabei ist dass es rechen und zeitaufwendiger ist einfach weil wir wesentlich tiefer in die Analyse reingehen müssen es ist auch noch anfällig für Statisch Obfuscation wie genau das aussehen können sehen wir dann später mal noch in dem praktischen Teil und der bei der dynamischen Analyse lässt sich dann die verhaltensbasierte Erkennung eingliedern diese beobachtet wirklich aktiv das Verhalten eines Prozesses ein Prozess der aus einem Executable entsteht also beispielsweise der Netzwerktraffic mit was für IP-Adressen mit was für Domains kommuniziert denn ein Prozess vielleicht wissen wir dass IPXY einer gewissen Ransomware Gang zuzuordnen ist dann könnten wir das direkt als Indikator nutzen um das Ganze als Ransomware zu identifizieren weiterer Aspekt weiteres Feature das man sich auch noch bei der Verhaltensbasierten Erkennung anschauen könnte sind auch irgendwelche Dateiänderungen vor allem bei Ransomware ist total interessant die Ransomware hat ja genau das Ziel also die Crypto Ransomware das File-System zu verschlüsseln wenn wir uns jetzt alle Dateien die ein Prozess anfasst danach anschauen und zum Beispiel die Entropie dieser Datei untersuchen dann könnten wir sehen okay die Dateien weisen sehr hohe Entropie eine sehr hohe Zufälligkeit das könnte darauf hindeuten dass die Dateien verschlüsselt wurden oder wenn die Dateien von der Datei verändert wurden auch eine Funktionalität die ganz ganz viele Ransomware haben dass sie die Dateien nach dem Verschlüsseln einfach ändern um sich auch einfach selber zu merken okay die habe ich jetzt schon verschlüsselt genau das können wir uns da anschauen Vorteil dabei ist dass es nicht anfällig für statische Obfuscation ich kann dann noch so viel statisch also an dem an den Binary selber verändern das Verhalten sollte sich dabei nicht verändern und wenn doch haben die Ransomware Akteure da selber was falsch gemacht außerdem kann es damit auch nachgeladene Ransomware oder nachgeladene Komponenten erkennen also als Beispiel wir haben einen Loader der total leichtgewichtig ist und eigentlich nur mit dem Command und Control selber kommuniziert und sich von dort die eigentliche Ransomware dann lädt die könnte man sonst mit statische Loader weist potenziell keine Indikatoren die auf eine Ransomware deuten auf Nachteile logisch es erfordert die Ausführung der Datei das heißt entweder wenn wir das Ganze vorab in der Sandbox laufen lassen ist es sehr zeitintensiv oder wenn wir es erst beim tatsächlichen Ausführen der Datei machen erkennt es die Gefahr potenziell zu spät also angenommen es muss ein gewisser Threshold an Dateinamen geändert werden dann kann es potenziell schon zu spät sein und 70% des Filesystems sind schon verschlüsselt dann bringt uns das Ganze auch nicht mehr viel diese verschiedenen Ansätze zur Erkennung von Ransomware sind in der Literatur in der Theorie recht schön beschrieben und recht gut erforscht in der Praxis bei Antiviren Produkten ist es aber ganz anders beziehungsweise ist es wesentlich intransparenter nach außen hin ist auch logisch wenn man sich überlegt dass ansonsten Ransomware Akteure natürlich Informationen darüber sammeln könnten wie die Verfahren tatsächlich funktionieren und somit die natürlich auch besser umgehen könnten was ich deswegen herausfinden wollte ist auf der einen Seite wie leicht lassen sich die einzelnen Ansätze umgehen und auf der zweiten Seite wie spielen die in die Gesamtherkennung eigentlich alle mit rein wie werden die gewichtet und was für eine Rolle spielen was ich dafür gemacht habe ich habe eine Ransomware als Grundlage genommen bei der ich den Source Code hatte also in dem Fall war es Conti bei der wurde der Source Code mal geleakt habe diese Ransomware dann modifiziert zwei Versionen erzeugt einmal mit gewissen Features die ich testen wollte und dann einmal ohne dieses Feature das Ganze habe ich dann in die Erkennungsansätze reingeschmissen und geschaut okay wie unterscheiden sich jetzt da die Erkennungen bei den Verfahren die auf statische Analyse basieren konnte ich da sehr schön mit Virus Total ist eine Cloud Plattform die verschiedene Antiviren Produkte integriert und es einem ermöglicht eine Datei hochzuladen und dann für diese Antiviren Produkte die Datei zu checken also wie man jetzt hier sieht eine Datei wurde hochgeladen und jetzt eine Vielzahl an verschiedenen Antiviren Produkten lassen jetzt ihre Erkennung drüber laufen und flaggen das Ganze entweder als bösartig oder als gutartig bei den oder bei der verhaltensbasierten Erkennung die auf dynamische Analyse aufbaut war das Ganze nicht so leicht dafür gibt es einfach nicht diesen skalierbaren Ansatz der so eine Vielzahl an Verfahren integriert dafür habe ich das einfach mal exemplarisch für Bitdefender als eine Antiviren Lösung gemacht also das kann man nicht so verallgemeinern die einsteigen muss man nochmal grundlegend zwischen Featuren unterscheiden was sind diese Features von denen ich jetzt spreche da gibt es nämlich je nachdem wie man fragt verschiedene Arten von Featuren und zwar unterscheide ich jetzt einmal zwischen auf der einen Seite funktionalen Featuren also tatsächlichen Funktionalitäten wir stellen uns vor wir sind Product Owner von einer Ransomware wir wollen dass diese Ransomware eine lokale Verschlüsselung beinhaltet oder eine Verschlüsselung auf Netzwerkebene das sind funktionale Features also tatsächliche Funktionalitäten die lassen sich aber von einer technischen Lösung in dieser Form nicht direkt erkennen sondern setzen sich aus technischen Featuren wie ich es jetzt mal nennen zusammen also technischen Aspekten wie zum Beispiel APIs oder API Coils die das Ganze dann so ergeben hier mal für das Beispiel nochmal der lokalen Verschlüsselung aufgeschlüsselt wir sagen es gibt die lokale Verschlüsselung besteht aus zwei funktionalen Features auf der einen Seite muss das Dateisystem noch laufen werden und auf der anderen Seite müssen die Dateien verschlüsselt werden so das sind unsere funktionalen Features diese setzen sich dann aus technischen Features zusammen wir beziehen uns jetzt mal nur auf APIs als eher als Dimension dieser technischen Features und sagen okay das gliedert sich jetzt in diese APIs auf im folgenden gehe ich jetzt mal verschiedene Kategorien oder verschiedene Arten von diesen Features durch bei denen ich getestet habe inwiefern sich die auf die Erkennungsrate auswirken das sind wirklich nur ein paar rausgepickt ich habe noch eine große Menge an anderen Features getestet aber kann natürlich aufgrund der Zeit jetzt nur auf ein paar eingehen und zwar jetzt hier einmal für die funktionalen Features bei der statischen Analyse ich habe die Ransomback Conti in verschiedene Module unterteilt ich habe sie modularisiert die Module mit den verschiedenen Funktionalitäten wir sehen wir haben zum Beispiel einmal das Original dann haben wir hier eine Version ohne die lokale Verschlüsselung also was wir hier links sehen beschreibt immer welches Modul fehlt sozusagen habe das Ganze dann immer kompiliert einmal als Debug und einmal als Release und dann im Virus Total reingeschmissen um zu schauen wie verändert sich da die Erkennung und was wir schon mal ganz interessant sehen und was erstmal nicht intuitiv ist ist dass das Original als Release kompiliert häufiger erkannt wird als als Debug kompiliert wenn wir uns erstmal überlegen was passiert bei der Kompilierung als Debug es sind mehr Informationen Hintergrund information über den Ablauf und über die Funktionalität von dieser Datei enthalten zum Beispiel Kommentare irgendwelche Simples und so weiter wenn es als Release kompiliert ist fallen die alle raus wenn wir uns jetzt aber die Verfahren anschauen konkret die signatur basierte Erkennung wird klar warum das Release hier häufiger erkannt wird und zwar ist in the wild einfach primär das als Release kompilierte Sample so eingesetzt worden und verteilt worden deswegen sind die Signaturen darauf hin zugeschnitten die Version die als debug kompiliert ist potenziell dann schon zu groß und fällt aus diesen Regeln ganz einfach raus je invasiver beziehungsweise je größer die Änderungen an der Datei sind desto mehr sehen wir dass das Ganze umschwingt also dass es als debug kompilierte Sample häufiger erkannt wird und da sieht man einfach dass die heuristik basierte Erkennung greift die wirklich versucht das semantisch auch zu verstehen und nachzuvollziehen und nicht nur auf syntaktische Auffälligkeiten geht genau wenn wir uns jetzt auf die zweite Dimension von Features auf die technischen Features mal beziehen hier jetzt einmal für den Fall von APIs grundsätzlich wieder dasselbe vorgehen wir erzeugen einmal eine Version mit diesen Features also mit den APIs durch statische Analyse ersichtlich in dem Fall sind sie ganz normal statisch gelinkt die APIs die verwendet werden schmeißen das in die in Virus Total rein schauen was für eine Detection Rate kommt dabei raus ja was heißt statisch gelinkt spezifisch in diesem Kontext weil DLLs sind ja Dynamically Loaded Libraries das ist ja eigentlich dynamisch gelinkt ja bezieht sich primär auf die APIs also die APIs sind statisch gelinkt genau im File Header bei den Executables genau und dann habe ich noch einmal eine Version erzeugt die bestimmte Evasion Maßnahmen einsetzt wie zum Beispiel Runtime Linking dass sie wirklich erst auf der Laufzeit geladen werden und dann noch API Camouflage einsetzen also dass die API Namen selber gar nicht so im Klartext vorkommen sondern gehashed sind also dass man es wirklich überhaupt nicht über eine statische Analyse erkennen kann und wir sehen schon die Erkennungsrate sinkt hier um circa 20% ein weiteres technisches Feature mit dem ich da rumgespielt habe sind gewisse Compiler Optionen in dem Fall Compiler Optimierungen hier auch nochmal sehr interessant dazu muss man sagen grundsätzlich standardmäßig sind diese Compiler Optionen aktiviert beim Kompilieren in C++ in dem Fall wenn man diese Compiler Optionen einmal deaktiviert und da war ich wirklich schon hier ist die Erkennungsrate um fast 60% gefallen einfach weil die Verfahren nicht darauf trainiert sind mit solchen Daten umzugehen die kennen sie einfach nicht dadurch durch die Compiler Option beziehungsweise durch die fehlenden Optimierungen verändert sich beispielsweise der Control Flow Graph und diese Art von Control Flow Graph die kennen einfach die Verfahren also hier sehen wir schon eine ganz klare Schwäche von diesen Verfahren oder ein ganz klare ja noch ein Problem das herrscht dass sie halt einfach noch so abhängig von diesen Testdaten sind mit denen sie trainiert wurden dann in Bezug auf die dynamische Analyse habe ich ja schon gesagt konnte ich das ganze nicht so in der Breite testen sondern nur auf Bitdefender bezogen und da war ich auch wieder als ich diese eine Zeile Code raus genommen habe und einfach die Pfeilnahme danach nicht mehr geändert habe hat wurde gar nichts mehr erkannt also abschließend kann man da sagen dass die signaturbasierte Erkennung ist grundsätzlich zu leicht zu gehen das ist sowohl in der Theorie als auch Praxis an sich bekannt trotzdem basieren die Verfahren oder ein Teil der Verfahren wir haben es gesehen drei Verfahren haben es durch diesen basieren einfach noch oder hängen noch zu sehr von dieser signaturbasierten Erkennung die juristikbasierte Erkennung ist da schon eine definitive Verbesserung aber weiß halt auch einfach noch Schwächen auf weil sie halt auch von gewissen Testdaten abhängig ist und so weiter und so fort da muss man auch noch mal dazu sagen dass die auch ganz intensiv künstliche Intelligenz einsetzt und da wird es natürlich auch klar wenn da die Testdaten einfach nicht so vollständig sind und nicht die Breite abdecken dann kann sich sowas mit hier mit reinziehen die verheizensbasierte Erkennung ja obwohl sie wirklich ein Großteil der Schwächen der Verfahren die auf statische Analyse basieren wie vor allem auch die Obfuscation zustande kommen obwohl sie die umgehen kann ist es einfach in der Praxis zumindest auf Bitdefender bezogen nicht genug eingesetzt es liegt wahrscheinlich daran dass es halt einfach sehr aufwendig ist so eine dynamische Analyse zu machen wenn man das Ganze davor schon in der Sandbox laufen lassen würde dann wäre es einfach zu rechen aufwendig und grundsätzlich zu zeit aufwendig und bei der Execution selber ist dann einfach zu schnell zu weit bis dieser Threshold überschritten ist und die Detection anschlägt genau dann mit diesen Worten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und sehr gerne noch Fragen jetzt Ja dann fange ich halt mal wieder an Entschuldigung ja dann bitte Können Sie vielleicht was dazu sagen bezüglich Sandbox Erkennung also teilweise verwendet Malware ja immer verwendet Verfahren praktisch das zum Beispiel erkannt wird wenn man auf bestimmte Sandboxen Plattformen eben hochlädt dass es Sandbox Environment ist genau Würde ich jetzt einfach mal sagen dass es primär Schutz gegen Reverse Engineering ist mehr als gegen die tatsächliche Erkennung so in dem Moment genau es ist eine typische Praxis die so eingesetzt wird dass einfach ein kleiner Check implementiert ist der schaut okay befinde ich mich jetzt in einer Sandbox ja oder nein wenn ja werden dann schon bei weiteren Verhalten schon gewisse Funktionalitäten gar nicht mehr rausgenommen gar nicht mehr mit ausgeführt und die tatsächliche Ransomware oder die tatsächliche bösartige Funktionalität kommt gar nicht mehr zum oder läuft gar nicht mehr aber wie gesagt solche Sandboxes zumindest nach dem was ich jetzt durch meine Untersuchung herausfinden konnte werden in diesen Antiviren Produkten das muss man auch nochmal ganz klar dazu sagen es hängt sehr stark davon ab wie solche Systeme eingesetzt werden haben wir jetzt eine große Firewall die davor steht oder ist es jetzt wirklich einfach nur ein Antiviren System das auf den Endpoints selber läuft weil in dem Fall haben wir halt einfach die Rechenpower nicht um das großartig davor an das Sandbox zu Was wären so gute Indikatoren für Malware und dann haben sie festgestellt ja shitty Code Quality und dann stellt sich raus okay NPM hat einfach viel shitty Code Quality aber tatsächlich Malware hat auch eher dürftige Qualität jetzt hast du dir Conti angeguckt und das ist ja auch wenn ich das richtig verstanden habe umgebaut was war so dein Leben dabei ja also war eine spaßige Zeit mit ganz viel Kopfschmerzen ne grundsätzlich war ich sogar ja recht überrascht dass es halbwegs halbwegs sinnvoll implementiert ist man muss auch nochmal dazu sagen das Conti kommt soweit ich mich noch richtig erinnere aus Russland und deswegen waren alle Kommentare die auch eingefügt waren auf Russisch und damit konnte ich jetzt nicht unbedingt viel anfangen aber so grundsätzlich was Entwicklungspraxis angeht konnte man damit arbeiten hat absolut noch Optimierung oder noch viel Luft nach oben aber da stellt sich auch immer die Frage ist das unbedingt notwendig häufig sind auch es wird auch sowas genau bewusst gemacht um eben wieder nicht in solche bekannten Muster rein zu rutschen weil vielleicht sind wieder die Verfahren halt mit den gehen von guten Practices aus bei der Entwicklung und deswegen wird mit Absicht andersrum gemacht damit eben die Verfahren da wieder nicht greifen also quasi Spaghetti Code als Detection Prevention genau wie findest du wie erfolgreich ist EDR sind EDR und XDR Lösungen um genau dieses Problem zu also Ransomwert zu früh zu erkennen und auszuschalten und dann weitere Treffentel weiterzugeben also grundsätzlich Endpoint Detection klar gute Sache es ist jetzt wieder die Frage wo das Ganze läuft läuft es davor irgendwie in irgendeiner Firewall die davor geschalten ist läuft es wirklich auf den Endpoints selber dann dann haben wir wieder genau diese Probleme von denen wir hier auch schon gesprochen wie zum Beispiel dass nicht so viel Performance zur Verfügung hat hängt alles davon ab wie genau das Ganze dann wirklich umgesetzt ist wie die SOC Architektur die dahinter steckt auch aussieht wie ob wir jetzt wirklich in einem Unternehmens Kontext uns auch befinden wo wir dann natürlich von solchen Systemen von solchen Ansätzen ausgehen können oder eher dann in dem Privatbereich wo wir dann ganz normale private Nutzer haben die auch dann schaut das für mich erst mal so aus als wären das alle Nachfragen gewesen dann sage ich vielen Dank Moritz und ja würde dir hier noch einen kleinen Augenblick da ist der Mann der Stunde wir brauchen eine Um Mikrofonierung bitte so also nachdem wir das jetzt ja auf relativ hoher Ebene gehört haben heute wir haben angefangen mit den großen Zügen was passiert politisch was passiert in Unternehmen was sind irgendwie Practices Awareness war alles sehr hoch theoretisch sind wir jetzt langsam aber sicher in die in die matschigen Gefilden der Praxis runter gestiegen und was ist da natürlich folgerichtig naja wir begeben uns jetzt mal so ganz ganz tief rein und zwar schauen wir uns an ja wenn man so einen Flash Speicher hat wie gucke ich da dann rein wie kriege ich da raus was in diesem Flash Speicher eigentlich los ist und ist das vielleicht irgendwie hat zum Beispiel ja auch Seedas Kämpchen drüber gesprochen dass wenn wir über sichere Geräte reden wir theoretisch auch über Firmware reden müssen nur so Hand hoch wer kennt ein gutes Firmware Penetration Testing Toolkit oder sonst irgendwas gibt alles nicht also erschreckend wenig Tooling in der Richtung wo man extra wo man Firmware wo man sie rausholt ich weiß es gibt einiges aber es ist bei weitem nicht die Menge die bei anderen bei anderen Ansätzen quasi rausfällt aber ich meine erzähl gerne was du da kennst ja da gibt es Firmware Analyse und Modding Frameworks und natürlich sind die nur für bestimmte Hersteller orientiert ja das ist vielleicht 5 10 Prozent würde ich schätzen aber grundsächlich ist das ein Framework und deswegen kann man damit auch grundsächlich beginnen zu analysieren und dann eine Eigenlösung entwickeln ja da werden wir mal schauen wie nah oder weit entfernt von diesem Framework vielleicht der Inhalt des nächsten Talks wird denn ein oder das ist ein oder das ist ja das ist ist das ist Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, hier wird gerade in der ersten Reihe darüber gefrotzelt, dass das Gui ist eh was für Anfänger ist. Aber ich würde mal die harte These aufstellen, dass ich vermutlich hier in der ersten Reihe der einzige Mensch bin, der actually auf Tmux mit einem Command-Lite-Based Browser gearbeitet hat, ohne X-Server und ohne Wayland für eineinhalb Jahre. Das geht schon. Actually, man braucht nur wilde neue Shells, die man ansonsten nicht verwenden möchte, weil die machen dann so komische Jason-Structs aus Bildern und Videos und diese Jason-Structs kann man dann in Catpipen und dann passieren Dinge. Ja, nein. So ein Spielfilm hat dann mal schnell 50 Gigabyte. Und 14 Frames. Ja, das stimmt. Also wer kennt alles Star Wars über Telnet? Ja, so, ne? Ja, Blinkenlights nämlich, ne? Blinken-Towl. Blinken-Towl heißt es, genau. Was ist das? Nee, das ist der volle Film. Der geht volle 90. Das läuft dann per Telnet durch. Ist gut. Ja, kannst du auch netketten, weil es ja, Telnet ist ja plain, ne? Telnet, Klartext sprechen. Das ist eines der schönsten Shirts, die ich besitze. So, so wie es ausschaut, brauche ich so einen kleinen Pausenfüller. Eigentlich wollte ich das heute Morgen erzählen tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, ja, heute Morgen mit den Phishing-Mails, das ist wahrscheinlich das, wo die größten technischen Probleme auftauchen werden. Kann ja niemand damit rechnen, dass es dann der Closer wird. Aber dann erzähle ich es halt jetzt. Ja, Thema Phishing-Mails, ne? Man denkt ja immer, ja, wir sind da ja erhaben, ne? Ich beschäftige mich jetzt seit über 20 Jahren mit IT-Security. Ich weiß, was Phishing-Mails sind, ne? Kommen wir nicht blöd. Da ist man ja erhaben. Man würde ja nie auf Phishing-Mails drücken. Und deswegen machen wir mal so eine kurz, schnelle Umfrage. Wer hat alles schon Phishing-Mails gesehen? Hier im Daumen. Okay, Hand oben lassen. Wer hat alles schon auf eine Phishing-Mail actually mal draufgeklickt? Also jetzt nur mit der E-Mail interagiert, wirklich draufgeklickt. So. Und jetzt, wer war so dumm, seine Nutzerdaten bei einer Phishing-Mail mal einzutragen? Ja, komm, komm, so. Ja, weißt du, was das Problem ist? Ja, ich war nicht 10. Ich war über 30 Jahre alt, denn ich habe meinen Urlaubsantrag eingereicht in der Firma. Und es war sehr wichtig, dass ich Urlaub bekomme, weil ich organisiere den Kongress mit. Und da musste ich zu Kongress, da musste ich ja dann auch da sein, wenn man das mitorganisieren und aufbaut. Das ist wichtig. Also habe ich Urlaub eingereicht, natürlich vor Weihnachten, das war schwierig, war mir alles klar. Ich bin zu meiner Personalabteilung und habe mit denen so zwinky-zwonky, ne, habe denen ein bisschen Drinks gebracht, Kaffee gebracht, war immer ganz brav. Und habe immer Ösen gestreichelt, das ist unser Personaler gewesen. Und habe immer gesagt, ja, Ösen, die mag dich ganz arg. Aber auch ein cooler Kerl, von daher war das gar nicht so sehr gelogen. Und mein Urlaubsantrag war durch, aber auch wirklich nur mit beantragt, abgelehnt, in Review gegangen, nochmal abgelehnt. Man kennt es so, man schwitzt und zittert und denkt sich, naja, wird schwierig, wenn ich remote arbeiten muss, während ich Tische für einen Kongress stelle. Sportlich, aber machbar. Habe mich schon darauf eingestellt. Und dann kommt die E-Mail, doch, der ist durch. Ich, tausendprozentig, kannst du jetzt im Portal gucken. Ich gucke ins Portal. Yes, der Urlaubsantrag ist durch. Alles geil. Zwei Sekunden später kommt, und da sind wir wieder bei diesem Thema, was wir vorhin hatten. Was sind denn die Attack Chains? Naja, es kam von der internen E-Mail-Adresse der Personalverwaltung, kam dann eine E-Mail. Es gibt Probleme mit deinem Urlaubsantrag. Dein kürzlich eingerichteter Urlaub, das klappt so nicht. Aber bitte, wenn du hier klickst und dich in der Urlaubsverwaltung nochmal anmeldest, da kannst du nochmal auf Widerspruch drücken. Und der Ösen hat dir gesagt, immer wenn das passiert, soll ich immer das auch machen. Und dann ist man ja, also man ist ja auch effizient als ITler und man denkt sich, ja, jetzt müsste ich ja den Browser aufmachen und müsste dann diese URL tippen für das System. Da ist ja ein Link. Klick. Ja, in dem Moment ging dann unsere Urlaubsverwaltung auch auf. Das sah alles sehr, sehr gut aus. Und waren nicht alle da am Anfang, aber da haben wir dieses schöne Go-Fish-Phishing-Framework gesehen, wo man halt sich entscheiden kann, was hinter dem Login-Button steckt und ob man die Daten, die übertragen werden, mitschreiben möchte oder nicht. Ja, es war zum Glück eine Pentesting-Firma, aber ich habe meinen Firmen-Single-Sign-On in ein Formular hingetragen. Und ja, auch das passiert mal. Von daher, seid nicht so hochnäßig, Augen auf beim Urlaubskauf. Und mit diesem schönen Appell und in meiner Scham gehe ich jetzt weiter und wir hören uns an. Wie macht man eigentlich Tracing- und Flash-Speicherkram? Nachdem die Bildschirmprobleme jetzt nicht gelöst, aber umgangen sind, geht es hier weiter. Mit einem Thema, was ich mir so ein bisschen angeschaut habe. Flash-Tracing. Fangen wir erstmal an. Was stelle ich mir unter digitaler Souveränität vor? Selbstbestimmte Techniknutzung. Die Definition von selbst kann man jetzt noch ein bisschen verschieden fassen. Also jetzt besonders im Hauptvortragssaal war das oft auf irgendwie geopolitische Strukturen wie Deutschland bezogen. Das kann man auch in kleinerem Kreis fassen als Person oder Gruppe oder Verein oder einen Haufen Freunde oder irgendwas. Das nächste ist so, wenn ich in meiner Hardware keinen Defekt habe, habe ich dann auch kein Problem. Schwierig. Es gibt Dinge, wo irgendwelche Online-Services abgeschaltet werden und dann funktioniert mein Staubsauger oder Kühlschrank oder sonst was nicht mehr. Oder Auto. Oder der Hersteller stellt irgendwie einen Support ein und ich kriege keine Updates mehr, die nötig wären, um irgendwie neuere Anwendungen darauf zu fahren. Oder der Hersteller schließt einfach ganz. Dieser Cyber Resiliency Act will das ein bisschen angehen mit irgendwelchen Mindest-Support-Zeiträumen. Aber darauf kann man sich ja auch nicht immer verlassen und ist ja noch gar nicht in Kraft. Anpassung an neue Bedürfnisse. Das übernimmt im klassischen Fall von Technik, die man kauft, auch der Hersteller. Aber wie gesagt, auf einen Hersteller will man sich vielleicht nicht immer verlassen müssen. Das alles führt dazu, dass Reverse Engineering mitunter nötig ist. Es gibt ja rechtliche Probleme und Bedingungen, die ich nicht weiter behandle. Redet mit technikgeneigten Juristen oder so, keine Ahnung. Flash. Was ist Flash? Das ist Speicher ohne bewegliche Teile. Eine bestimmte Kategorie von Speicher ohne beweglichen Teilen, aber halt die heute wichtigste, wenn man nicht-flüchtigen Speicher betrachtet. Also wenn ich da den Strom wegnehme, sind die Daten immer noch da. Flash-Speicher gibt es irgendwie so in Chips im Megabyte-Bereich oder USB-Sticks im Gigabyte-Bereich, SD-Karten. SSDs im Terabyte-Bereich, also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Flash gibt es manchmal auch integriert in Microcontroller. Hier mal ein Beispiel von einem STM32. Da sind irgendwie so 128 Kilobyte Flash drin, wo die Firma draufliegt. Oder als separaten Chip. Dieser hier. Wie liest man Flash jetzt aus? Im Fall von solchem Flash gibt es da so spezielle Klammern. Die steckt man da drauf und dann hat man Kontakt mit diesen acht Pins. Davon sind so vier, fünf, sechs tatsächlich nötig. Die anderen beiden kann man ignorieren. Dann braucht man noch so einen Programmieradapter. In dem Fall ist das jetzt so ein Raspberry Pi Pico. Und dann noch ein bisschen Software dazu, die dann auf dem Linux-Rechner läuft oder so. Zum Beispiel Flash-Proc. Das ist dann ein Programm. Firmware, das zweite Thema von diesem Vortrag. Das ist mehr oder weniger Software, die schwer auszutauschen ist. Das haben wir auch in allen möglichen Geräten. Irgendwie in PCs und Laptops haben wir unser klassisches BIOS oder unser neueres BIOS, was den UEFI-Standard implementiert, auch zusammengefasst als Boot-Firmware, weil das halt der Code ist, den man braucht, um zu booten. Firmware haben wir auch in Routern, in WLAN-Karten, in Zügen, in Thermostaten, Lampen, Herzschrittmachern, Spielekonsolen, in allem Möglichen. Firmware-Analyse ermöglicht Sicherheitsforschung. In Firmware sind manchmal Sicherheitslücken. Oder man will erst mal vorher überhaupt wissen, was für eine Sicherheitserwartung man an gewisse Firmware stellen kann. Und wenn der Hersteller darüber nichts sagt, muss man halt selber forschen. Möglicherweise kann man manche Fehler auch selber beheben. Oder neue Funktionalität implementieren. Oder Geräte zweckentfernen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein zehn Jahre altes Smartphone habe, was seine Hauptfunktion erfüllt hat, dann will ich vielleicht andere Software-Implement drauf installieren, damit da nicht mehr dieses steinalte, löchrige Android drauf ist. Damit ich daraus eine Webcam machen kann oder ein Mesh-Router oder sonst was. Zweckentfremdung ist so gesehen auch meiner Meinung nach ein wichtiger Aspekt der nachhaltigen Nutzung von Geräten. Also, aber um einen anderen Zweck darauf zu installieren quasi, muss ich auch möglicherweise an die Firmware dran, um herauszufinden, wie ich eigentlich was Eigenes installiere. Mit all diesen Punkten ermöglicht Firmware-Analyse ein Stück weit digitale Souveränität, so wie ich mir die vorstelle. Aber wie macht man Firmware-Analyse? Das geht jetzt ein bisschen in die Richtung, die wir eben schon gehört haben bei Ransomware. Wir haben statische Analyse mittels Disassembler oder Decompiler. Das hat natürlich auch Probleme. Manche Firmware ist nicht sichtbar. Die ist nicht auf einem Medium, das man auslesen kann. Zum Beispiel Boot-ROMs manchmal. Also, die sind Read-Only-Memories. Also, Speicher, die man nicht schreiben kann. Der nur in der Fabrik einmal geschrieben wird. In einem Chip, die dazu da sind, ganz am Anfang, wenn das Gerät bootet, irgendwie den nächsten Code nachzuladen. Dann findet man den entsprechenden Code nicht auf dem Flash, den man auslesen kann. Manche Firmware ist einfach zu groß, um die effektiv zu analysieren. Oder zu komplex. Oder der Kontrollfluss ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Natürlich gibt es auch rechtliche Probleme, wenn man irgendwie mit dem Disassembler in den Software guckt. Das will man manchmal vermeiden. Emulation ist ein anderer Ansatz. Man nimmt sich die Firmware und führt sie in einer virtuellen Maschine aus und guckt dann, was passiert. Dafür braucht man einen Emulator, der weitgehend der Original-Hardware entspricht. Sonst funktioniert das Ganze einfach nicht. Wenn man weiß, wie die Original-Hardware aufgebaut ist und wie die genau funktioniert, kann man vielleicht einen Emulator anpassen, dass der passt. Das ist auch etwas, was ein gewisser Stein im Weg sein kann. Dann gibt es noch eine abgewandelte Form. Man kann den Code, quasi die CPU, in einem Emulator laufen lassen und alle Peripherie-Zugriffe weiterleiten auf die echte Hardware. Was herfordert, dass man dann auf der echten Hardware irgendwie so ein kleines Proxy-Programm laufen hat, was quasi ferngesteuert diese Peripherie-Zugriffe ausführt. Aber manchmal ist man nicht in der Situation, dass man überhaupt erstmal Code ausführen kann. Das kommt vielleicht erst später, wenn man Dinge analysiert hat oder so. Und das verändert auch das Timing. Also wenn ich jetzt normalerweise irgendwie auf ein Peripherie-Register zugreife, ist das irgendwie sehr schnell. Und wenn das erstmal über einen seriellen Port hin und her gehen muss, dann kann das schon deutlich länger dauern. Wenn man das Timing verändert, dann verändert man allgemeiner das Verhalten vom Programm. Das kann wieder zu Problemen führen. Also verschiedene Methoden. sind zwar irgendwie nützlich, aber haben alle ihre Grenzen. Und jetzt gibt es noch eine andere Methode, die andere Grenzen hat. Flashtracing. Das ist eine passive Methode. Das heißt, gucken einfach zu, was passiert zwischen einem Prozessor und dem Flash, der da dran sitzt. sehen irgendwie, ja, es wurde von einer bestimmten Adresse gelesen, dann irgendwo anders was geschrieben. Und zwar jeweils so und so viele Bytes und um so viele Sekunden und Millisekunden nach dem Start. Und das hat so lange gedauert. Da hat man so eine Liste und kann dann weitere Analyse darauf fahren. Das erlaubt ein paar verschiedene Analyseziele zu verfolgen. Einer der von sind Talk2Bugs. Hat die schon mal jemand gehört? Ne, aber steht auch da. Time of Check, Time of Use. Angenommen, wir haben irgendwie den Fall, dass die nächste Firmware-Stage geladen wird. Also ein Bootloader, der lädt irgendwie das Betriebssystem auf einem Stück Hardware. Dann ist das vielleicht so gebaut, dass man normalerweise nicht einfach das Betriebssystem austauschen kann. Das ist ein Secure-Boot-Mechanismus. Also das Betriebssystem wird irgendwie einmal geladen, der Hash verifiziert und wenn er falsch ist, bootet das nicht weiter. Wenn wir jetzt aber beobachten, dass einmal das Ganze geladen wird und vermutlich verifiziert und danach nochmal punktweise im gleichen Bereich, was geladen wird, können wir daraus schließen, dass vermutlich beim zweiten Mal keine Verifikation erfolgt. Wenn jetzt irgendwie beim zweiten Mal irgendwie so ein so 32 Bit so aus der Mitte geladen werden, vermutlich ohne Verifikation. Ein Flash wird da jetzt nicht helfen, das zu exploiten, weil der halt seine Daten drin hat und die immer wieder liefert, bis da geschrieben wird. aber wenn wir jetzt an das an das Board vom Gerät drangehen und noch einen Microcontroller oder FPGA dazusetzen, der dazu führt, dass beim zweiten Mal was anderes geladen wird, dann können wir diese Verifikation umgehen. Das ist das klassische Konzept vom Mod-Chip, was man aus Spiele-Konsolen kennt. Andere Sache sind allgemein Datenstrukturen. Wenn wir jetzt irgendwie ein System haben, wo eine Anwendung aus dem Flash läuft oder auch ein Bootloader irgendwie die nächste Stage läuft, dann können wir innerhalb anhand von diesen Flash-Zugriffen sehen, wie die Daten strukturiert sind, zumindest so grob, zum Beispiel sehen, dass erst irgendwie so 36 Bytes geladen werden und danach so ein paar Tausend und dann sehen, dass irgendwie die ersten 32 Bytes von diesen 36 Bytes als Hexzahl so ungefähr die Länge sind von dem zweiten Block, dann haben wir vermutlich ein Längenfeld gefunden. Wenn wir das dann auch noch modifizieren und eine andere Anzahl Bytes geladen wird im zweiten Schritt, dann ist das schon relativ verifiziert, dass wir ein Längenfeld haben. Was anderes, das ich tatsächlich gesehen habe, im Rumprobieren, war eine Anwendung, wo bei irgendwelchen Benutzerinteraktionen so ein Sound abgespielt wird. Wenn wir Buttons auf dem Touchscreen drückt man irgendwas und macht irgendeinen Pling. Und während das einen Pling macht, sehe ich im Flash Trace, da wurden jetzt von einer bestimmten Adresse genau 48.000 Bytes geladen. 48.000 kennt man vielleicht, das ist eine übliche Sample Rate für PCM-Audio. Stellte sich heraus, das ist genau eine halbe Sekunde 16-Bit-Audio. Wenn man so eine Stelle dann identifiziert hat, musste man nicht durch irgendwie Megabytes von Firmware graben, um alles genau zu verstehen, aber man kann vermutlich diesen Sound austauschen. Das kann natürlich auf Reaktion auf direkte Benutzereingaben sein oder auf Netzwerkpakete oder irgendwas. In jedem Fall können die vielleicht Begriffe dabei helfen, irgendwelche Datenstrukturen zu identifizieren. Noch ein Ding ist, wenn man schon so ein bisschen Code ausführen kann, aber die restliche Peripherie nicht versteht, von einem unbekannten System, was man gerade reverse ingeniert, dann braucht man vielleicht so ein Debug Mechanismus, um Strings auszugeben. Im Prinzip kann man da dann auch von einer Adresse im Flash lesen, weil das meistens relativ einfach ist, wenn man schon irgendwie Code schreiben kann. Also zum Beispiel springt man an eine Adresse oder liest davon, Flash ist oft Memory Maps, muss man einfach nur von einer bestimmten Adresse lesen. Und dann kann man diesen Flash Read auch wieder im Trace sehen und dann nachher rekonstruieren, welches Zeichen man gerade eigentlich ausgegeben hat. Es gibt verschiedene Implementierungen vom Konzept Flash Tracing. Das ist nicht ganz neu, aber so ein bisschen ein Nischending, habe ich das Gefühl. habe ich noch nicht groß diskutiert gesehen. Spiceby ist ein Projekt, was vor fünf Jahren oder so auf einem Camp vom Chaos Computer Club präsentiert wurde. Das ist ein FPGA-basierter Flash-Emulator. Das heißt, anstatt, dass man einen normalen Flash-Chip hat, hat man FPGA mit ein Stück RAM daneben. In den RAM wird der Flash-Inhalt geladen und der FPGA verhält sich dann wie ein Flash, liest aber die Daten aus dem RAM und gibt die dann zurück. Das Problem ist nur, die FPGA-Boards, die man da braucht, sind ein bisschen schwierig zu beschaffen. Deliprog ist eine Firma, die so was kommerziell und proprietär und viel Geld anbietet. Aber ist halt beliebt bei Firmen, die das tatsächlich brauchen, um irgendwie firmenweit zu entwickeln. Habe ich jetzt nicht, weil ich dafür das Geld nicht habe. Und Pico Flash Trace ist ein Ding, was ich selber entwickelt habe. Ist noch ein bisschen unfertig, aber wenn da jemand Details sehen will, geht das. der Vorteil ist, der Preis, die Materialkosten sind relativ gering, man braucht einen Raspberry Pi Pico, einen Microcontroller für so 5 Euro, am besten noch so eine Klammer dazu, die sind leider ein bisschen teuer, von so 20 bis 40 Euro pro Stück und ein paar Drähte und dann kann man möglicherweise schon Flash Traces sehen. Tatsächlich habe ich mir das mal in der Vorbereitung angeguckt und habe genau mit einem Tool, mit einem Raspberry Pi Pico mir angeschaut, wie ein altes ThinkPad X230 mit freier Firmware läuft. Und da ich halt ein Dudi bin, habe ich mir freie Firmware genommen, nämlich Coreboot, weil da weißt du ja, wo was steht. Und das war sehr eindrücklich. Also es funktioniert ganz gut. Also einfach man weiß ja, okay, dieser Adress mit gekord und so habe ich ein bisschen was zum Thema EFI Bootloader gelernt, habe ein bisschen was zum Thema wie wird eigentlich auf meinen komischen Raumchiff geschrieben. Das ist auf jeden Fall gutes Educational Material. Das freut mich. Ja, ich habe vorher auch ein bisschen rumgespielt und dann teilweise auch Probleme gehabt, eher elektrischer Natur. Es kann irgendwie passieren, dass irgendwas auf so einem Board zu viel Strom zieht und dann der Pico neu startet oder sowas. manchmal hat man Glück, manchmal hat man elektrisch Pech und eine Nebelmaschine geworden ist. Das ist mit ganz viel Pech. Genau, das ist meine letzte Folie, von da können wir jetzt auch zu Fragen übergehen. Ich hatte tatsächlich ein Hobbyprojekt, nur ich habe das Gegenteil gemacht. Also ich muss ein bisschen Hintergrund geben. Im Ende von 80 gab es viele Heimcomputern und die waren nicht standardisiert. und da gab es viele Klonen. Also ich kann verraten, das ist in der CX Specklum Familie, Heimcomputer, und ich hatte die Software, die draufläuft und spielt tatsächlich, aber nicht die Hardware, weil die wurde weggeschmissen, Leidung. Davon existierte überhaupt auf der Welt ca. 100 Exemplare. Kann man irgendwie das Gegenteil schaffen? Ich habe Roms von ähnlichen Geräten gefunden, aber die sind nicht identisch. Das heißt, das Spiel kann man nicht bis Ende durchspielen. Das ist natürlich kein Hobbyprojekt, aber... Ja, es kommt auf was du als Gegenteil siehst. Also man kann jetzt ein ZX Spectrum emulieren, so das gesamte System mit CPU drin und Bildschirm Ding und sonst was und so. Oder man kann mit einem Microcontroller die Roms nehmen und auslesen. Das geht auch. Achso. Ja, also je nachdem, was man genau tun will, ist das vermutlich möglich. aber das kommt auf die Details an. Ansonsten sehe ich an der Stelle keine Fragen mehr. Ich habe noch einen Bonus. Okay, warte ich noch auf den Bonus. Ja, andere Sache, die man damit implementieren könnte, habe ich jetzt nicht gemacht, ist Code Coverage. Coverage. Also Code Coverage generell ist das Ding, du hast ein Programm, du führst das irgendwie aus und am Ende hast du eine Liste von dem Code Pfad, der genommen wurde, mehr oder weniger. Das kann man für verschiedene Sachen benutzen, zum Beispiel bei Testing, um zu sehen, ob man alles getestet hat, oder bei Fuzzing, mehr oder weniger auch, um zu sehen, ob man alles getestet hat, aber um dann automatisch die Pfade zu verfolgen, die noch nicht viel getestet wurden. Da könnte man so einen Flash Trace unter Umständen auch als Datenquelle für Code Coverage benutzen, weil man da im Idealfall nachvollziehen kann, von welchen Adressen Code nachgeladen wurde und damit welcher Code ausgeführt wurde. Das heißt, du sprichst ganz blank in dem Fall, dann wurde schon alles gelesen im ROM und wenn schon alles im ROM gelesen wurde, dann ist ja Tupi. Ja, nee, ob alles gelesen wurde, das erreicht man vermutlich nicht, weil es halt vermutlich Lücken gibt und irgendwelche Datenbereiche, die doch nicht relevant sind oder sowas, aber das hängt dann immer von dem Programm ab und das erfordert noch ein bisschen nachgehende Analyse, um dann tatsächlich was Nützliches daraus zu machen, aber erst ein bisschen Future Research. Cool, dann sehe ich weiterhin keine neuen Fragen, die aufgekommen sind. Ich sage vielen Dank. Und ja, damit sind wir am Ende von unserer Schiene heute. Ich sage mal im Namen des gesamten Teams danke an die Zuschauenden. In meinem Namen vielen Dank in das zum Team und somit wäre unsere Schiene mal zu Ende. Und klar, ich gebe gerne das Mikrofon noch mal weiter an unsere Chairs.